Oh, friendo, wenn du auch nur den Hauch einer Ahnung hättest, wie klein und nichtig deine Welt im Angesicht der Unendlichkeit aussieht, würdest du auf der Stelle zusammenbrechen. Ich muss mehr darüber wissen. Du hast mir schon so viel erzählt. Es lässt mich nicht los. Ich habe dir eigentlich gar nichts erzählt. Mein Lieber, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nie gut ausgeht, Menschen mit der Endlosigkeit zu konfrontieren. Es braucht einen astronomischen Verstand und die mentale Stärke eines Quantenwesens, um damit klar zu kommen. Komm schon, Quint. Ich verspreche dir, es wird nichts passieren. Das habe ich schon oft gehört. Ah, Tethros. Der stolze Kontinent der Menschen. Ringsrum von schroffen Klippen umgeben und von der stürmischen See umpeitscht. Und dort liegt die Stadt Riverstone. Es ist die Hauptstadt der Menschen, gegründet vor vielen Jahren vom mächtigen Ägwor-Wirn. Dies Land soll unsere Heimat werden. Hier im Tale, wo der große Fluss mündet ins Meer, soll das strahlend Juwel der Menschheit entstehen, auf das für alle Zeiten Frieden und Stabilität regieren mögen. Unter seiner Führung entstand das gewaltigste Menschenkönigreich, das Tethros je gesehen hatte. Es erstreckte sich von den geheimnisvollen Wäldern im Norden bis hin zu den trollverseuchten Hügelländern im Süden. Die Flagge von Riverstone einte die Menschen. Seither sind viele Jahre vergangen. Wir schreiben das Jahr 886. Und den Menschen droht eine Schicksalsstunde. Dinge sind im Begriff zu geschehen, die zum Untergang von Riverstone und all dessen führen werden, was den Menschen lieb und teuer ist. Und im Zentrum dieser Tragödie steht ein mächtiger Zauberer, der in diesem Moment dabei ist, die Grenzen der Realität selbst zu überwinden. Es funktioniert! Der Schlüsselstein reagiert auf die Runen. Wenn die Macht ausreicht, müsste ich... Ja! Das Portal ist geöffnet. All die Jahre der Vorbereitung. Endlich! Besucht mich, Zauberer! in meiner Welt, der Welt der Orks. Ich biete euch das Wissen meines Volkes im Gegenzug für das Eure. Ich werde der Erste sein, der diesen Boden betritt. Und all das Wissen des Kosmos wird mir gehören. Jetzt nicht schlapp machen! Komm schon! Komm schon! Die andere Seite... Welch eigenartige Welt ist das! Ich fühle die magischen Strömungen. Doch wo sind die Pflanzen? Wie kann es sein, dass... Ach, Zauberer! Du bist gekommen! Ja, wie versprochen! Dann hat deine Formel also funktioniert! Daran gab es nie Zweifel. Erlaube mir, mich vorzustellen, Ork. Ich bin ja Rolus, ehemaliger Bewahrer von Tethroth. Ich bin erfreut, die Bekanntschaft zu machen. Tethroth, sagt er? Ja. Der Name meiner Heimat. Und wie sieht es aus in eurer Heimat? Gibt es dort viel Grün? Das... Das will ich meinen. Das Land ist schön. Die Menschen leben dort gut. Menschen? Mein Name ist Gorwoll. Vom Clan der Roten Bastion. Eure Welt ist beeindruckend, Gorwoll. Sie fühlt sich vollkommen anders an als meine Heimat. Unsere Welt? Die Welt liegt im Sterben. Wie meint ihr das? Seht euch um, Zauberer. Dieses Land war einst blühend vor Leben. Grün wie meine Haut. Doch dann fielen die Dämonen über uns her. Mörecher Sterben! Ihr schwachen Dummköpfe habt es gewagt, mich herauszufordern. Mich, den Feuerlohn. Und ich werde euch und eure jämmerliche Welt niederbrennen. Ich... Ich weiß nicht, woher die Dämonen kamen. Es war ein Rätsel für uns alle. Nichts als einöde. Ich nahm an, dass... Es ist lange her. Doch die Welt erholt sich einfach nicht. Der Dämonenfluch verpestet die Luft. Das tut mir leid. Wechseln wir das Thema. Ich will kein Mitleid von euch. Ich will einen Handel schließen. Ja, in Ordnung. Ihr botet mir das Wissen eures Volkes im Gegenzug für meine Hilfe? Gewiss. Ihr verfügt über die Machtportale in andere Welten zu öffnen, nicht wahr? Das tue ich. Wer hat euch diese Macht gelehrt? Sind die Magier eures Volkes derart stark? Es war niemand aus unserem Volk. Es war... Es war ein Fremder, ein Lügner und Betrüger. Ein Lügner, sagt ihr? Er hat mich und mein Volk verraten. Mehr müsst ihr nicht wissen. Doch seine Lehren scheinen euch gut zu dienen. Wie habt ihr das Portal geöffnet? Später. Bevor ich meinen Teil der Abmachung erfülle, möchte ich mehr von eurer Welt sehen. Das ist ein Handel. Kein Geschenk. Ganz wie ihr wünscht ja, Rolus. Kommt, ich führe euch herum. Hier ist es. Mein Heim. Ihr wohnt nicht allzu luxuriös, wie mir scheint. Seit dem Krieg sind die Clans versprengt und uneins. Ich... Ich hielt es nicht aus, mein Volk in diesem Zustand zu sehen. So zog ich mich zurück, als Eremit. Ich verstehe. Das ist der Grund, weshalb ich eure Hilfe brauche. Mein sehnlichster Wunsch ist es, die Orks zu einen, die Städte von einst neu zu errichten und all das Leid zu vergessen. Ein nobeler Wunsch. Ein alter Ork wird träumen dürfen. Und vielleicht mit eurer Hilfe muss es nicht auf ewig ein Traum bleiben. Nun gut, ihr habt mich überzeugt, Ork. Ihr helft mir. Ich helfe euch. Bringt mich zu einem Ort magischer Konvergenz. Dort hole ich mir meine Belohnung und ihr erfahrt das Geheimnis. Hervorragend. Dann folgt mir noch einmal. Wir werden den heiligen Berg erklimmen müssen. Ein heiliger Berg? Die uralte Pilgerstätte meines Volkes. Der Ort, an dem alle Magie unserer Welt zusammenläuft. Mhm. Genau, was wir brauchen. Also schön. Höher können wir nicht. Nein. Wir sind am Ziel. Also, Zauberer. Wie könnt ihr ein Portal öffnen? Es gibt verschiedene Wege. Sie alle zielen darauf ab, eine Unmöglichkeit möglich zu machen. Die Grenze zwischen zwei Universen ist nahezu undurchdringlich, da sie nicht physisch, sondern rein metaphysisch existiert. Wir müssen es daher schaffen, die eigene Physik außer Kraft zu setzen, um in den Äther zwischen den Welten eintreten zu können. Und durch diesen Äther seid ihr hierher gelangt. Um diese enorme Kraft aufzuwenden, habe ich einen Schlüsselstein verwendet. Er bezieht seine Kraft direkt aus der Ebene der Magie. Ein Schlüsselstein. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich habe ihn selbst erschaffen, doch es war kein leichtes. Und wenn ihr keinen Stein gehabt hättet? Dann hätte ich das Portal aus eigener Kraft öffnen und halten müssen. Aber es wäre möglich. Ja, wenn auch höchst kraftraubend. Und je mächtiger ihr seid, umso schwieriger wird es. Wieso das? Die Macht, die ihr in euch tragt, verfügt über eine Präsenz. Ein Gewicht, wenn ihr so wollt. Je größer das Gewicht, umso mehr Kraft müsst ihr aufwenden, bloß um euch im Äther vorwärts zu bewegen. Ah, ich verstehe. Das ist das größte Hindernis. Wie ihr ein Portal öffnen könnt, kann ich euch zeigen. Doch wie er es durchquert, ohne im Äther zu zerschellen, ist reine Intuition. Ja, gut. Dann lehrt mich nun die Formel. Sogleich. Ich nehme mir vorher, was ich will. Und was wäre das? Was habt ihr mit diesem Stein vor? Ich werde einen Hauch der Magie eurer Welt mitnehmen. Sorgt euch nicht, Ork. Ihr werdet keinen Verlust spüren. Nun gut. Es ist Teil des Handels. Und dann bringt ihr mir die Formel bei. Wie abgemacht. Sehr gut. Wirklich. Die Ereignisse geraten ins Rollen. Das Schicksal der Menschen ist besiegelt. Als Jarolus nachgetaner Arbeit in seine Welt zurückkehrt, ahnt er noch nicht, was ihm und seiner Heimat droht. Lebt wohl, Ork. Die Energie eurer Welt wird mich in meinen Forschungen zweifellos weiterbringen. Ich habe zu danken, Zauberer. Dank eures Wissens hat mein Volk eine Chance. Dann wünsche ich viel Erfolg. Gehabt euch wohl, Gorwoll. So auch ihr. Auf dass wir uns eines Tages wiedersehen mögen. Wer weiß. Endlich werde ich der Eroberer sein, der ich immer hätte sein sollen. Kein jämmerlicher Ausgestoßen am Meer, verkrochen in seinem Lach. Ich werde herrschen. Ich werde unterwerfen. Zeit mit den Vorbereitungen zu beginnen. Meine erste Reise war ein Erfolg. Die Magie der Orks in meiner Hand. Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, was sich damit bewirken kann. Ich darf bloß nicht zulassen, was jemand hiervon erfährt. Der größte Magier der Welt. Und bald auch alle anderen Welten. Ah, daheim. Hä? Besuch? Ich kann diesen schwachsinnigen Riverstone-Burschen nicht mehr sehen. Hey! Wer sucht nach mir? Wo steckst du? Oh, ihr seid zurück? Zwischen den Büschen kommt ein junger Mann hervor. Ein Kind mehr, doch jugendlich und mit leuchtenden Augen. Er trägt eine Lehrlingsrobe und einen blauen Filzhut. Jarolus beäugt ihn abschätzig. Was willst du, Lehrling, hier? Ich wollte zu euch. Ihr seid doch Jarolus, nicht wahr? Meine Zeit ist wertvoll. Stör mich nicht. Äh, mein Name ist Terris. Ich will euch um Hilfe bitten. Aha. Ich bin Magier und ich komme frisch von der Akademie von... Junge, ich lebe nicht umsonst fern der Stadt. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, natürlich. Ich interessiere mich sehr für eure Arbeit. Wisst ihr, ich möchte... Das muss ich gar nicht wissen. Ich möchte von euch lernen. Äh, wie bitte? Ihr seid der größte Zauberer unseres Zeitalters. Jeder in der Akademie spricht voller Ehrfurcht über euch. Noch nie hat jemand in eurem Alter bereits eine solche... Und du willst in meine Fußstapfen treten. Ich will in niemandes Fußstapfen treten. Aber ich hoffe, dass ich endlich meinen eigenen Weg finde. Wisst ihr? Dass ich endlich die Chance bekomme, ein echter Held zu werden. General, gut, dass ich euch erwische. Ihr braucht nicht zufällig einen Magier in euren Reihen? Tut mir leid. Ich kann niemanden an die Front schicken, der keine Kampferfahrung hat. Ich habe zehn Jahre lang trainiert. Ich bin bereit zu helfen. Doch du bist kein Soldat. Und zehn Jahre an der Magierakademie bedeuten nicht, dass du dich in einer Schlacht gut schlagen würdest. Ich? Aber gibt es denn keine besonderen Aufträge für Magier wie mich? Für irgendetwas muss ich doch geeignet sein. Nein. Derzeit kann ich dir nichts anbieten. Tut mir leid, mein Junge. Nun gut, ich verstehe. Alles, was ich will, ist eine Chance, mich der Gefahr zu stellen und lebend herauszukommen, damit ich sehe, ob ich bereit bin. Versteht ihr? Ich will mich beweisen. Und wie soll ich dabei helfen? Die Geschichten über euch sind weit bekannt. Alles, was ich will, ist euch zuzusehen. Aber ich möchte nicht, dass mir jemand zusieht. Mein Wissen ist wertvoll. Sofern du keinen entsprechenden Gegenwert zu bieten hast, verschwendest du deine und vor allem meine Zeit. Aber was wenn... Lebe wohl. Na, er ist immerhin freundlicher als gedacht. Die Grenze wird gebrochen. Alte Pfade werden wieder entdeckt. Der Zauber funktioniert. Ein Portal in die Welt der Dämonen. Die Mächte, die diese Welt vernichtet haben, werden endlich mir dienen. Diesmal wird alles nach Plan verlaufen. Ach, 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 ach. Das ist sie also. Die Welt der Dämonen. Hm. Ich muss mich vorsehen. Darf keinesfalls entdeckt werden. Ich werde nach einer Konvergenz suchen müssen. Die Dämonen marschieren auf. Sie sammeln sich im Tal. Der Feuerlord muss einen Krieg planen. Vorsichtig. Vorsichtig. Hey, hast du das gehört? Nein, und jetzt weiter. Der Meister wartet uns am Landeplatz. Verstanden, Herr. Ja, es ist ein Aufmarsch. Das wird mir zum Vorteil gereichen. Der Dämon wird nicht bemerken, dass ich mich an seiner Machtquelle bediene. Ach, ich spüre die Macht dieser Welt aus allen Spalten heraus sickern. Der Dämon sammelt wahrlich beeindruckende Stärke. Jemand wie er errichtet zweifellos seine Festungen an Orten mit besonderer Macht. Finde ich seinen Unterschlupf. Finde ich auch die Konvergenz. Vorwärts, na los. Lord Grassek duldet keine Verzögerungen. Unser großer Tag ist endlich gekommen. Das Ende der Triliden. Ich frage mich, was der Feuerlord plant. Zweifellos etwas Brillantes. Unsere Feinde werden keine Chance haben. Ich hörte das Gerücht, ein fremder Magier habe uns geholfen, die Heimatwelt der Feinde zu finden. Ja, doch Lord Grassek scheint ihm zu vertrauen. Hier wird nicht geredet. Wir sind im Krieg. Los, los, los. Der Haupteingang zur Festung wird schwer bewacht. Ich muss die Wachen umgehen. Hey, ich habe etwas gehört. Warum? Über den Felsgang. Verstanden. Verflucht. Ich muss sie ablecken. Es ist ein Irrlicht. Verquetsch es. Und dann komm wieder her. Es ist zu klein. Es entwischt mir. Bist du zu schwächlich, um ein Irrlicht zu fangen? Ich helfe dir. Meine Chance. Frieden, das Irrlicht. Ein Glück, dass Lord Grassek uns nicht sehen kann. Er würde uns die Haut abziehen. Gut. Ich bin in der Festung. Ich spüre die Macht dieses Ortes. Sie ist erhebend. Der Dämon ist weit mächtiger, als ich angenommen hatte. Der Dämon hat offenbar bloß die mächtigsten Schmuckstücke. Ein derartiges Leih-Relikt habe ich noch nie gespürt. Genau, was ich gesucht habe. Wenn ich diese Magie anzapfe, werde ich leichtes Spiel mit meinen Widersachern haben. Noch ein Hauch flüssiger Luft und dann... Die Ork-Magie reagiert. Hervorragend. Ich sehe ihre Bestandteile. Wirklich faszinierend. Flüchtiger als alles, was ich je gesehen habe. Und doch... Überaus potent. Ich hoffe, die Kristalle haben genügend Kapazität. Sie vervielfältigt sich. Faszinierend. Ein überirdischer Strom. Dem Blutzauber der Trolle nicht unähnlich. Das muss ich nachlesen. Die Kanalisierung trollischer Energien findet mithilfe obskurrer Gegenstände statt. Trolle haben keine Affinität zu aktiv gewirkten Zaubern. Stattdessen verwenden sie ritualistische Weih- und Opfergaben, um ihre Zauber zu wirken. Hm. Ich brauche eine Trollweihgabe. Hm. Der Wind steht schlecht. Vielleicht wird... Ach, Herr Jarolus! Was? Hm? Du bist immer noch hier? Na, ich dachte mir, ihr überlegt es euch vielleicht. Nein. Ich muss etwas besorgen. Es gibt keinen Grund für dich zu warten. Wo müsst ihr denn hin? Ich kann euch doch begleiten. Du würdest nicht mithalten können. Na, ich kann's ja versuchen, oder? Na, lass mich in Ruhe. Dieser Bursche darf nicht in meiner Arbeit herumschnüffeln, wenn er herausfindet, an was ich arbeite, wenn er der Akademie davon berichtet. Nun, das wird nicht geschehen. Die Ork-Welt ist getauchte nächtliche Schwärze. In den ruinierten Überresten der Roten Bastion sitzen die jungen Hauptmänner des Ork-Overlords am Feuer und verzieren die Nachtmahl. Der ein stolze Clan ist, wie all die anderen Ork-Stämme versprengt und nur noch ein Schatten seiner selbst. Das nächste Mal gehe ich auf die Jagd. Hör mal nicht rum. Du hättest auch kein größeres Wild gefunden. Ich hätte mit Sicherheit mehr heimgebracht. Du bist ein furchtbarer Jäger. Plump. Ungestüm. Noch ein Bord. Und ich reiß dir die Eingeweide heraus. Dann können wir dich über dem Feuer grälen. Versuch es, Frack. Ich brauche meine Axt nicht, um dich in die Schranken zu weisen. Genug, Goradan. Frack. Ihr verhältet euch wie Kinder. Verzeiht, Meister. Ja, verzeiht. Es kann so nicht weitergehen. Dieses Land ist tot. Es wird Zeit, dass wir ein besseres finden. Und wohin sollten wir gehen? Der Dämonenfluch verpestet alle Landstriche in alle Himmelsrichtungen. Ich hörte, im Tal von Gorek haben sich Männer der Blutteiche niedergelassen. Angeblich haben sie dort Erfolg mit der Zucht von Tieren. Ihr wollt die Hand gegen unseresgleichen erheben? Es geht um sie oder uns. Die Rote Bastion wird nicht sterben. Wie ihr befehlt, Meister. Wenn dies euer Wunsch ist. Ich werde darüber nachdenken. Doch seid bereit, eure Männer in den Krieg zu führen. Ihr habt offenbar nichts von eurem Schwachsinn eingebüßt, Overlord. Gurvul, bist du es? Seid gegrüßt. Wie ich sehe, hat sich eure Lage nicht verbessert, seit ich euch zurückließ. Wie kannst du es wagen, dich hier blicken zu lassen, verfluchter Hexer? Deine Machtspieler haben uns alle das Leben gerastet. Wer mit hohem Einsatz spielt, der muss mit Verlusten umgehen können. Hauptmänner, ergreift ihn zu Befehl. Kommt mir nicht zu nah. Ich bin nicht euretwegen hier. Willst du aufbegehren, alter Mann? Ich bringe euch Kunde aus der Ferne. Der Weg ist geebnet in eine bessere Welt. Eine Welt unberührt von den Dämonen. Eine Welt, die wir uns zu eigen machen können. Wir haben einmal den Fehler gemacht, deinen Worten Glauben zu schenken. Das werden wir kein zweites Mal tun. Deine Redezeit ist vorbei, Gurvul. Widerstand! Äußerst unratsam, Hexer! Lass die Finger von mir! Was in aller Welt? Äh, das war kein gewöhnlicher Zauber! Nein, war es nicht. Overlord, ich fordere ein Duell um den Thron. Ihr werdet euch dem Fortschritt keinen weiteren Tag in den Weg stellen. Wie du willst, Gurvul. Unser Kampf beginnt bei Sonnenaufgang. Du kennst die Regeln des Gag-Trol. Keine Waffen, keine Zaubertricks. Natürlich, Overlord. Der Verräter kommt aus seinem Loch gekrochen. Zeit, dass der Overlord diesem Mistsack seine Eingeweide herausreißt! Ja! Der Overlord sollte sich vorsehen. Gurvul kämpft niemals fair. Der Stärkere wird den Kampf gewinnen. Was auch immer das Ergebnis sein wird, ich werde das tun, was das Beste für unser Volk ist. Nach allem, was der Hexer getan hat... Ruhe! Orks, ihr seid gekommen, um dem traditionellen Gregg Torul beizuwohnen. Der Sieger wird bekannt sein als stärkster Ork der Roten Bastion. Und Overlord, der Verlierer, wird... Brennen! Ihr alle seid unsere Zeugen. Heute wird das Blut des pfillensschwachen Verreiters vergossen, der unserer Welt in den Untergang gestürzt hat. Fangt an, Overlord! Ich werde den Sand mit deinem Blut trinken! Werdet ihr etwa schon müde, Overlord? Bist ein alter Mann! Unmöglich, dass du mehr Kraft hast als ich! Ich bin am Zug! Ihr seid erbärmlich! Ihr hattet nie die Stärke, unser Volk zu führen! Und endlich kommt der Tag, an dem alle das sehen können! Du hast unser Volk verraten! Nein, Overlord! Nein, Overlord! Ihr habt mich verraten! Lang lebe der neue Overlord! Unmöglich! Der Meister hat versagt! Er hat es tatsächlich geschafft! Gowol ist der Stärke! Was geschieht nun? Ist der Hexer nun der neue Overlord? Der bin ich in der Tat! Der schwache Anführer ist aus dem Weg! Nun werden wir uns endlich holen, was uns zusteht! Was meint er? Mit Sicherheit etwas Unheilvolles! Arx! Viel zu lange leben wir in dieser Einöde! Vergess die Vergangenheit und richtet den Blick auf die Zukunft! Ich habe die Mächte, die unsere Welt gebrochen haben, gezähnt! Und wir werden sie entfesseln, um eine neue Welt zu erobern! Unsere Flagge wird über der Asche unserer Feinde wehen! Und wir werden endlich wieder frische Luft schmecken! Doch dafür brauchen wir mehr als nur ein paar Orks! Wir müssen die Clans einigen! Alle Orks müssen vereint stehen! Wie stellt er sich das vor? Er wird unser Volk durch Kraft ein! Die Anführer der Fraktion werden sich entweder beugen oder... Vernichtet! Eine solche Orkscha hat die Welt seit tausend Jahren nicht gesehen! Also los, an die Arbeit! Die Bastion muss wieder aufgebaut werden! Die Schmieden müssen Tag und Nacht brennen! Wir rüsten uns für den Krieg! Hahahaha! Es wird nicht lange dauern, bis Gowulf jeden Zweifel beseitigt hat! Sei es durch Überzeugung oder Gewalt! Eine neue Zeitpflicht an! Die Orks werden nicht Halt machen, ehe sie die Welt der Menschen für sich beansprucht haben! Gowulfs lang gehegte Pläne kommen endlich zur Verwirklichung! Gowulfs lang Gowulfs lang Gowulfs lang Rein akademischer Natur ist, oder nicht! Erzmagier Andreas und ich glauben, dass du ihm nacheiferst! Wäre es denn falsch, dem größten Zauberer aller Zeiten nachzueifern? Vergiss nicht! Er hat der Akademie den Rücken gekehrt, und auch dem Königreich! Ja, aber wieso hat er das getan? Es muss doch dafür einen guten Grund geben. Ich rate es dir. Belasse es bei Nachforschungen aus der Ferne. Einem Mann wie Yarolus nachzulaufen, kann nur in einer Katastrophe enden. Die Trolle sind finstere Gestalten mit blutroter Haut und pickschwarzen Augen. Sie verehren grauenhafte Blutgötter, bringen ihnen Opfergaben dar und nutzen ihre unheilvolle Magie, um das Land zu zähmen. Mit der Gründung von Riverstone entbrannte ein schrecklicher Krieg, der unzählige Opfer auf beiden Seiten forderte, und den die Trolle letztendlich verloren. Sie wurden in die unheiligen Sümpfe im Süden verdrängt, wo sie seither in Höhlen und verkommenen Tempelanlagen hausen. Die Grenze zu ihrem Reich ist hart umkämpft, und die Armee der Menschen hält dem Ansturm der Trolle seit vielen Jahrzehnten eisern stand. Vorsicht! Vorsicht! Troller Ostkopf! Unsere Männer sitzen in der Falle! Wir brauchen Verstärkung! Verdammte Trolle! Ich dachte, wir hätten sie in die Flucht geschlagen. Sie müssen sich über Nacht neu formiert haben! Diesmal wollen Sie es wohl wissen! Was ist denn... Was ist denn hier los? Bin ich genau in einen Angriff geraten? Gute Güte! Ihr wart... eine Krähe! Das muss heißen... Ihr seid der Wächter! Der Rolus! Seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Geht aus dem Weg! Ich brauche einen Troll! Wie bitte? Diese Garnison verfällt. Unselbstständige Narren. Wäre ich nicht gewesen, wären sie vor zehn Jahren schon überrannt worden. Ja, Rolus? Wer ist es? Der Wächter? Ich hörte Geschichten, wie er im Alleingang ganze Armeen zurückschlug. Er ist die Rätzung. Auf, Draschi! Ihr kommt nicht gegen uns an. Ihr habt lange genug unser Land besetzt. Elende Trolle! Ihr verschwendet euren Atem! Letzte Chance. Verlasst eure Posten und verspindet aus dem Gabruasch. Oder wir bringen euch alle um. Beim König, wir werden uns nie ergeben. Eher sterben wir! Ganz wie ihr wollt. Diesmal werdet ihr uns nicht zurückdrängen. Heute ist der Tag der Teriol. Was ist das? Es ist der Habrush. Habrush ist gekommen! Nein, unmöglich. Hey! Trolle! Ich bin gekommen, um etwas von euch zu holen. Wenn ihr kooperiert, lasse ich euch in Ruhe und ihr könnt weitermachen. Ist das euer Ernst, Sasch? Weik! Was wollt ihr holen, Habrush? Ich brauche einen von euren Ritualgegenständen. Eine Weihgabe! Mir egal was. Hauptsache, es ist mächtig genug für meine Zwecke. Wie kann das sein? Das ist ein Trick. Er wird uns hintergehen. Wir handeln nicht mit Draschirappen. Ja! Wir fallen nicht mehr auf eure Tricks rein. Von euch ist nichts als Verrat und Mord zu erwarten. Ihr führt mich in eine eurer heiligen Städten. Oder ihr sterbt. Ich bin nicht bloß zum Spaß hier. Dann wirst du uns töten müssen, Dummkopf. Ja, für den Zubbalasch. Zubbalasch für immer. Zum Andriff! Zum Andriff! Tod, dem Habrush. Oh, unheiliger Zorn, das... Narren, Elende. Verfluchte Narren! Der Zauberer hat uns errettet. Er wollte sicher bloß die Feinde in die Irre führen. Du, Troll, noch am Leben? Wir haben versagt. Hast du jemals einer Opferzeremonie beigewohnt? Na, natürlich. Vor unserem Angriff. Wir wollten die Akkanosch um ihren Segen bitten. Gut. Und du weißt noch, wo sie durchgeführt wurde? Du willst unsere Weihgaben stehlen. Wenn du mich hinführst, lasse ich dich laufen. Ich sterbe lieber, als dem Habrush zum Helfen. Elender. Du kannst nicht behaupten, ich hätte es nicht versucht. Was tut ihr? Du wirst mich zur Opferstelle bringen. Ich werde... Nein! Du wirst mich zur Opferstelle bringen! Nein! Nein! Kommt schon! Wir brauchen mehr Holz! Noch einmal dürfen sie die Barrikaden nicht überwinden! Ich hoffe, wir halten bis zum Ende des Ausbildungsjahres durch. Wir brauchen dringend Verstärkung. Nach der Niederlage von heute werden die Trolle Zeit brauchen, um sich neu zu formieren. Ich denke, wir haben eine Verschnaufpause. Langsam, langsam! Habt ihr eine Krähe hier entlang fliegen sehen? Ihr sucht Jarolus? Er half uns gegen den Angriff der Trolle. Hat uns allen das Leben gerettet! Geholfen? Wirklich? Wo ist er nun? Er ging zügig in diese Richtung. Er hat einen der Angreifer verzaubert. Schien, als suchte er etwas in den Trollsümpfen. Die Trollsümpfe? Da muss ich mich beeilen, wenn ich ihn nicht verlieren will. Aus diesen Magiern werde ich niemals schlau. Die Trollsümpfe sind verwinkelt und von schroffen Felsen gespägt. Auf wenigen Pfaden kann ein Wanderer sich hindurch gelangen. Immerzu von Trollen beäugt, die ihre Köpfe aus ihren Höhlen und Ruine strecken. Wer sich in das Herz der Trolllande wagt, sollte besser wissen, was er tut. Hier entlang. Hier entlang. Müssen wir mitten durch den Sumpf? Gibt es keinen besseren Weg? Geht nur hier entlang. Nur hier entlang. Wehe, ich finde nicht, was ich suche. Ist das vor uns eine alte Nekropole? Dorthin gehen. Ich halte besser meinen Stab bereit. Ja, das sieht gut aus. Wandverzierungen und Gravuren. Tief. Am tiefsten Punkt. Blutschamane lebt dort. Schamane Urogiai. Gut. Du bleibst hier. Ich kann dein Gerede nicht gebrauchen. Wie gewünscht. Wie gewünscht. Am tiefsten Punkt. Ich hasse Trollhöhlen. Voller Zauber. All diese Runen und Räten. Das hat nichts mit Magie zu tun. Das ist Fanatismus. Die Opferkammer. Wenn ich irgendwo fündig werde, dann hier. Ja. Dieser Schädel auf dem Altar ist genau, was ich brauche. Du? Du bist ein Draschi. Hier? In unserem Allerheiligsten? Ich bin ja Rolus. Der, den ihr Habrusch nennt. Habrusch? Ich will keinen Ärger. Ich bin lediglich gekommen, um etwas zu holen. Etwas holen? Und was könnte es sein? Für meine Arbeit benötige ich eine von euren Opfergaben. Der Schädel da. Den brauche ich. Du verlangst, dass ich dir den Schädel des heiligen Ubrache überlasse? Ubrache? Die Macht, die seinen Gebeinen in den Wohnt, werde ich dir niemals überlassen. Der mächtige Ubrache war der Kriege-Elter-Trolle, der den großen König Elkwur-Wilm in der Schlacht niederstreckte. Ein von schattenhaften Mächten erfüllter Kämpfer, der Zeit seines Lebens nie im Kampf besiegt wurde. Wer tut den Draschi? Selbst der Tod konnte er nicht aufhalten. Man sagt, sein Körper hätte noch tagelang weitergekämpft, selbst nachdem er im Schlaf von Infiltratoren der Menschen erdolcht wurde. Sein Schädel gehört zu den heiligsten Relikten des Trollreiches. Eine letzte Warnung. Gib mir den Schädel und lass mich ziehen oder sterben. Du bist ein Narr, Ubrache. Du magst mächtig sein, doch hier in diesem Ort regiert die Blutmagie. Der Geist unserer Ahnen beschützt mich. Du wirst sterben, Ubrache. Das glaube ich kaum. Brüder aus vergangenem Zeitalter. Unsere heiligste Stätte wird bedroht. Erhebt euch aus dem langen Schlaf. Vernechtet den, der euch bestehlen will. Die Macht der Toten möge über dich hinwegwaschen. Matschert ihn. Ich habe keine Angst vor ein paar alten Knochen. Keine Magie ist in den alten Pakten gewachsen. Verdammt. Langsam werde ich aufgebracht. Das Duell kannst du nicht gewinnen. Du wirst den Tod hier in den alten Gerüften meines Volkes finden. Und auch deine Knochen werden den Blutgott dienen und diese heiligen Hallen vor Dieben und Verrätern beschützt nehmen. Was? Was ist denn? Ja, Rolus! Junge! Nein. Ihr dürft nicht. Verdammt. Guter Treffer. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte nur... Du bist mir gefolgt? Ja, euren Fußspuren im Sumpf. Ihr strahlt eine derart mächtige Aura aus, dass es ein leichtes ist, euch... Verstehe. Nun, du hast mir Arbeit abgenommen. Danke. Gerne. Gut, dass ich rechtzeitig kam. Ich wäre mit diesem Schamanen schon fertig geworden. Aber es hätte länger getauert. Der Schädel des Ubrache. Der wird für meine Zwecke mehr als ausreichen. Ubrache? Der Königsschänder? In der Tat. Meine Güte. Und was wollt ihr damit? Ich brauche einen Katalysator als Erdung für eine magische Probe. Ihr begebt euch in eine solche Gefahr, nur um eure Forschung ein wenig zu erleichtern? Wissenschaft ist immer mit Risiken verbunden. Nun komm, wir müssen hier weg, bevor es vor Trollen nur so wimmelt. Ja, natürlich. Ich warte, wie gewünscht. Wie gewünscht. Warte ich. Was habt ihr mit diesem Troll gemacht? Ich unterdrücke sein Bewusstsein. Kein leichter Zauber. Aber recht nützlich. Und was wird nun aus ihm? Werdet ihr ihn töten? Oder... Die Wirkung des Zaubers lässt in ein paar Stunden nach. Kein Grund, ihn zu töten. Aha. Du kannst dich nicht verwandeln. Findest du allein den Rückweg? Nun, sofern ich nicht von Trollen entdeckt werde? Unwahrscheinlich. Wenn ihre Krieger in die Schlacht ziehen, verkriecht sich der Rest des Stammes zu Hause und betet für einen guten Ausgang. Scheint diesmal nicht viel genützt zu haben. Ich werde zurück nach Hollow fliegen. Wenn du nachkommen willst, bin ich bereit, dich anzuhören. Vielen Dank. Dann treffen wir uns dort. In Ordnung. Ein Fortschritt. Mal sehen. Du bist es. Ihr botet mir ein Gespräch an? Hm. Du hast Potenzial. Du bist offenbar keiner dieser schwachsinnigen Ahnenkundler von der Akademie. Ich schätze, wir können von einer Zusammenarbeit profitieren. Es freut mich, dass ihr das so seht. Du willst von mir lernen. Im Gegenzug wirst du für mich arbeiten. Du übernimmst Aufgaben, die meine Zeit nicht wert sind. Deine Bezahlung ist Zugang zu meinem Wissen. Und zwar so viel, wie ich bereit bin, dir zu gewähren. Natürlich. Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Gut. Dann komm herein in den Turm. Mhm. Meine Güte. Das ist mein Heim. Ich erlaube dir den Zugang zu meiner Bibliothek. vom zweiten bis zum fünften Stock. Vielen Dank, ja. Du darfst dort lesen, aber es wird nicht gezaubert. Du wirst kein Buch mitnehmen und du wirst niemand anderen herholen. Diese Einladung gilt dir allein. Natürlich. Ich bin nicht dein Lehrer, auch nicht dein Freund. Ich will weder von dir gestört werden, noch Widerworte hören. Am besten bemerke ich gar nicht, dass du da bist, bis ich dich brauche. Äh, ja, verstehe. Hast du Fragen? An euch, wenn das in Ordnung für euch ist. Wieso kämpft ihr nicht mehr an der Front mit? Ich hörte Geschichten, wie ihr vor 20 Jahren ganze Armeen ausgelöscht habt. Ach, also ist wohl alles klar. Junge, dieser Krieg, wie alles andere auch, ist reine Politik, langweilige Zeitverschwendung und eine Vergeudung meiner Fähigkeiten. Aber ihr seid so mächtig. Wenn ihr an der Front geblieben wärt, dann hättet ihr den Krieg doch eigenhändig beenden können. Das hätte ich fast getan. Wieso habt ihr es nicht? Ich habe mich aus den Kämpfen zurückgezogen, als mir klar wurde, dass ich nicht aus eigenem Interesse kämpfte, sondern für das Anderer. Äh, wie bitte? Mir lag nichts am Krieg. Mir hatten die Trolle nie etwas getan. Und ich wollte keine Seite mehr wählen. Hattet ihr Mitleid mit den Trollen? Ich weiß nicht. Ich kenne die Trolle nicht gut genug. Wusstest du, dass die Garnison von Stone Ark auf einer alten Kultstätte errichtet wurde? Äh, nein, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ich erfuhr, dass die Trolle früher überall im Land lebten. Ganz Tethros war von ihnen besiedelt. Doch das ist lange her. Ah, ich verstehe. Also bekamt ihr ein schlechtes Gewissen, weil ihr den Kampf gegen die Trolle als Unrecht empfunden habt. Wirst du aufhören, mich zu analysieren, Junge? Äh, Verzeihung. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Aber ich habe auch keinen Grund, die Trolle zu hassen. Ich töte nur, wenn mir jemand im Weg steht. Mir. Nicht dem König und auch sonst niemand anderem. Es gab viel über die Trolle zu lernen. Ich habe ihre Geschichte recherchiert. Ihre Magie, ihre Kultur, ihre Heiligen, ihre Riten. Doch ich stieß an einem Punkt, an dem keine Fakten mehr zu ergründen waren. Nur noch Mythen und Legenden. Viel zu vage, um die Wahrheit herauslesen zu können. Und das brachte mich zu der Erkenntnis, eben, dass mich der Krieg nicht interessiert. Nicht interessiert? Wenn ich nicht einmal interessiert genug bin, um die Trolle vollends verstehen zu wollen, wieso sollte ich dann gegen sie kämpfen? Ich weiß nicht, ob die Trolle recht haben. Ich weiß nicht, ob die Menschen recht haben. Ich weiß nicht, wer den Krieg begonnen hat. Ich weiß nicht, wie es soweit kam. Ich weiß viel zu wenig, um behaupten zu können, ich stünde voll und ganz hinter unseren Truppen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Riverstone im Recht ist. Aber es geht hier um den Fortbestand einer Kultur, die unser Land geprägt hat. Nein, ich habe dazu keine Meinung. Ich muss zugeben, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Aber wie könnt ihr euch denn nicht verantwortlich fühlen? Habt ihr gar nicht das Verlangen, eurem Volk zu helfen? Mein Volk? Du wolltest von mir lernen. Und hier ist deine erste Lektion. Kämpfe nie für jemand anderes. Auch nicht für dein Volk. Kämpfe immer für dich selbst. Und nun geh und besorg mir etwas zu essen. Ich habe Hunger. Äh, ja, natürlich. Gut. Ich ziehe mich in die oberen Stockwerke zurück. Ach, und noch etwas. Du wirst meine privaten Räumlichkeiten niemals betreten. Auch nicht, wenn ich abwesend bin. Verstanden? Da wäre ich nicht im Traum drauf gekommen. Hm. Also geh schon. Ich bin bald wieder da. Die brüchige Gemeinschaft der beiden Zauberer ist geschmiedet. Doch wird es einige Zeit dauern, bis Terris an Jaholes Wissen teilhaben darf? Mehr als zwei Wochen lang verbringt er mit Hausarbeiten, Botendiensten und stillem Lesen in Jarolos Bibliothek. Der große Zauberer verlässt in der ganzen Zeit nie seine Gemächer. Bis zu dem Tag, als... Komm schon. Komm schon. Verbindet euch. Teilt eure Kräfte. Der Schädel ist stark genug. Doch die Ork-Magie reicht nicht aus. Ich muss mehr bekommen. Vielleicht lässt sich Gurwul überreden, mir einen kleinen Hauch seiner Kraft zu senden. Ich muss erneut Kontakt zu ihm aufnehmen. Ork! Ork, hörst du mich? Ork! Ork! Stimmt etwas nicht, Overlord? Ich ziehe mich fürs Erste zurück. Macht ohne mich weiter. Wie ihr befehlt, Meister. Die meisten Räuber haben sich bereits unterworfen. Wir werden zurechtkommen. Gut, gut. Ork? Ork, ich fühle eure Präsenz. Ob der Zauberer Verdacht geschöpft hat? Ork, könnt ihr mich hören? Ich, äh, ich höre euch laut und deutlich, Mensch. Wie kommt es, dass ihr mich ruft? Ah, welch Glück. Ich benötige eine weitere Probe eurer Magie. Wärt ihr bereit, mir eine zukommen zu lassen? Ihr wollt meine Magie? Nur einen Hauch, wie beim letzten Mal. Da ich bereits eine Probe in der Hand halte, sollte eine Kontaktübertragung ohne weiteres möglich sein. Hm, das ist der einzige Grund für dieses Gespräch. Und, nun ja, ich hoffe natürlich, dass ihr Erfolg beim Wiederaufbau eurer Welt habt. Es verläuft zufriedenstellend. Schön. Also? Hm, beim letzten Mal haben wir einen Handel gemacht. Wenn ihr mir auch dieses Mal etwas entgegenzugeben könnt, bin ich einverstanden. Was wünscht ihr? Wie erschaffe ich einen Portalschlüsselstein? Ihr habt einiges vor, Pi? Nun gut, euch muss klar sein, dass es höchst aufwendig wird. Ich möchte es versuchen. Die Ziele wachsen mit den Möglichkeiten. Ihr werdet einen mächtigen Speicher für derart viel Magie brauchen. Das Herz eines Ley-Sterns zum Beispiel. Oder eine Ur-Essenz. Etwas, das genug Macht in sich binden kann, um aus eigener Kraft ein Tor zwischen den Welten zu öffnen und zu halten. Ein Ley-Stern. Hm, ich verstehe. Bringt den Speicher zu eurer Konvergenz. Flößt ihm die Magie eurer Welt ein, damit er einen Ankerpunkt findet. Wehrt etwaige Anomalien ab und wirkt den Zauber. Hört sich nicht allzu schwierig an. Vorsicht beim Wirken des Zaubers. Sich zu irren kann tödlich enden. Die Runen müssen mit äußerster Präzision platziert werden. Ich werde mich vorsehen, falls ich einen geeigneten Magiespeicher finden sollte. Und das ist soweit alles. Nun erfüllt euer Versprechen. Ja, wie ihr wünscht. Ich empfange eure Magie. Noch ein bisschen mehr. Nur noch einen Hau. Und das genügt. Ich bedanke mich. Viel Erfolg bei eurem Vorhaben. Den wünsche ich euch ebenfalls. Seid ihr noch da? Ausgezeichnet. Ich wusste ja gar nicht, wie nah ich dem Ziel war. Mit dem Leihspeicher des Dämonenlords steht dem Bau meines Portals nichts mehr im Weg. Sie reagieren. Endlich vervielfältigt sich die Ork-Magie. Ein selbsterhaltener Kreislauf. Ich kann sie spüren. Was in aller Welt ist denn... Verflucht! Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Probe ist verunreinigt. Da ist irgendetwas anderes drin. Etwas... Mächtiges. Eine feurige Magie. Das ist... pure Zerstörung. Meine Güte. Eine solche Energie habe ich noch nie gespürt. Wenn es nur ein Funken mehr gewesen wäre, hätte es ganz hollow in seine Bestandteile zerlegt. Ich muss diese fremdartige Magie extrahieren und herausfinden, woher sie stammt. Was ist denn nun los? Eine Bote aus Riverstone? Jarolus, da draußen steht eine... Ja, ja, ich habe sie gesehen. Und werdet ihr sie empfangen? Sonst werde ich sie wohl kaum los. Was wollt ihr? Ah, Herr Jarolus. Ich komme, um euch im Namen Riverstone zum Hilfe zu ersuchen. Ich bin beschäftigt. Und ich habe meinen Dienst als Wächter vor Jahren niedergelegt. Richtet dem König das aus. Sir, mir wurde ausdrücklich gesagt, dass ich nicht lockerlassen soll. Es geht um eine Angelegenheit größter Dringlichkeit. Ich mache keine Ausnahmen. General Shaw bittet darum. Es wird ein Magier benötigt, der über die nötige Fertigkeit verfügt. Zum letzten Mal. Nein. Doch, Sir, wir brauchen euch. Pass auf, Soldatin. Eure Nöte interessieren mich nicht. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch meiner Forschungen und werde nicht... Ich fühle mich verpflichtet, dem Königreich zu helfen. Weißt du was? Mein Gehilfe wird mit dir gehen. Euer Gehilfe, Sir? Terrence, komm her! Du hast etwas zu tun! Ei, braucht ihr noch etwas aus dem Dorf? Riverstone braucht Hilfe. Ich entsende dich an meiner Stadt. Oh? Du wirst schon damit fertig. Ist es nicht das, was du wolltest? Er kann auf sich aufpassen. Nun, wie ihr meint, Sir? Ich, äh... Ja, ja, ich gebe mein Bestes. Davon bin ich überzeugt. Viel Erfolg! Terrence, ist euer Name? Ja, sehr erfreut. Und, äh... Euer Name? Ähm... Lehm. Bailey Lehm. Und wir reiten nach Riverstone? In der Tat. Kommt, Magier, eilen wir. Also, diese seltsame Magie. Die Flammen einer explosiven Entfaltung kosmischer Kräfte als Reaktion auf verdichtete... Ich, ich weiß nicht, woher die Dämonen kamen. Der Dämonenfluch verpestet die Luft. Dämonenfluch. Dämonen! Hm. Könnte die dämonische Verderbnis eine eigene Manifestation gebildet haben? Falls ja, darf ich sie unter keinen Umständen freisetzen. Sonst passiert noch dasselbe wie in der Welt der Orks. Dies verspricht, weit ergiebiger zu werden als erhofft. Ja, Hulus tastet sich in Richtung der Erkenntnis vor, dass Gor wohl eine Gefahr für ihn und ganz Tessros darstellt. Am Horizont zieht ein Gewitter auf. Wenn du nun den Filz vorsichtig von der Form hebst, löst sich der Wut problemlos ab und du bist so gut wie fertig. Langweile ich dich etwa? Nein, Mama, ich, ich, ich war nur in Gedanken. Ach, Junge, ich sehe doch, was mit dir los ist. Gar nichts ist los. Ich habe nur überlegt, ob es für einen Hutmacher clever wäre, einen der eigenen Hüte als Werbung zu tragen. Ach, hör auf. Ich kann sehen, was dir durch den Kopf geht. Ja, doch, ich... Ich habe über unser Gespräch von neulich nachgedacht und ich denke, ich habe meine Meinung geändert. Was, was meinst du? Wenn ich die Chance gehabt hätte, dann wäre ich auch losgezogen und hätte mich an etwas Größerem versucht. Mir standen damals diese Möglichkeiten nicht offen. Dir soll es besser ergehen. Du meinst, ich, ich darf... Ja, Taris, du darfst losziehen und dir deinen Traum erfüllen. Mach mich stolz, mein Junge. Taris und die Botin kommen nach einer Tagesreise am prachtvollen Tor von Riverstone an. Im Sonnenlicht glänzen die Mauern schneeweiß und die Flagge weht in der Sommerbrise. Ich war lange nicht mehr hier. Von wo kommt ihr, wenn ich fragen darf, Taris? Aus Harthshire. Das liegt nahe dem Nordwald. Hm, ganz schön weit weg. Ich kam vor gut zehn Jahren hierher. War damals nur auf der Durchreise, aber die Hauptstadt wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ihr habt die Magier-Akademie in Brinn besucht, oder? Richtig. Wie war es dort? Man hat viele Geschichten über die Ausbildung. Es war schwierig, aber nicht immer spannend. Ich wollte selbst mal dorthin. Als Kind habe ich immer davon geträumt, zaubern zu können. Eine echte Kampfmagierin zu sein. Aber ich habe einfach kein Händchen dafür. Nun, es ist nicht immer leicht. Ich hatte auch so meine Schwierigkeiten. Manche spüren von Natur aus magische Strömungen und andere müssen es eben erst lernen. Tja, so bin ich eben zum Militär gegangen. Es ist keine Zauberei. Aber hier kann ich etwas wirklich Wichtiges tun. Im Dienste des Königs und des Volkes. Wenn ihr es wirklich wollt, dann bin ich sicher, ihr könnt noch in die Zauberei einsteigen. Ha, danke. Aber ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr. Ich kenne zu viele, die es versucht und spätestens nach dem ersten Jahr abgebrochen haben. Ja, die Ausbildung ist furchtbar auslaugend. Die Hälfte habe ich selbst wieder vergessen oder nie wirklich gelernt. Es ist ein Wunder, dass ich den Abschluss geschafft habe. Zweifelt ihr an euch? Wieso meint ihr, suche ich Hilfe bei Yarolus? Ha, verstehe. Er ist also wirklich euer Lehrmeister? Nein, äh, nicht direkt. Yarolus muss für euch Magier so eine Art Heiliger sein. Ich meine, selbst ich kenne seinen Namen. All die Fragen, die euch auf der Zunge liegen müssen. Ich kenne ihn erst seit ein paar Wochen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann werde ich ihn sicher ausfragen, so gut es geht. Aber wenn ich das jetzt tue, wirft er mich nur aus dem Turm. Er ist ein wenig exzentrisch. Hm, nun gut. Wir sind fast da. General Shaw erwartet uns in der Kaserne. Der General? Scheint wohl eine größere Sache zu sein. Ah, Private Leam, du bist zurück. Jawohl, General. Yarolus ließ sich nicht überreden, mitzukommen, nehme ich an. Nein, Sir. Aber er schickte seinen Schüler. Ja, Yarolus hat einen Schüler? Äh, äh, weniger einen Schüler und mehr einen Gehilfen. Ach, verstehe. Oh, ihr seid es? Seid gegrüßt, General. Sieh einer an. Also kreuzen sich unsere Wege doch noch einmal. Ich hoffe, ihr fühlt euch dieser Aufgabe gewachsen, Magier. Um was geht es denn überhaupt? Natürlich, kommt mit in den Besprechungssaal. Also gut, Magier, ihr seid vertraut mit Yarolus Bestiarium, nehme ich an. Ich hab es mal gelesen, ja. Vor ein paar Tagen bestätigte sich einer seiner Theorien, die wir für unglaubwürdig hielten. Der rote Drachenschwarm ist zurück. Drachen? Wir gingen davon aus, die letzten Drachen wären nach Westen geflohen, auf die Inseln, nach Vithil oder weiß Ägwor wohin. Doch vor kurzem tauchte ein Drache am Himmel über der Stadt auf. Bei Ägwor, was ist denn das? Ein, 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 Drache! Lauf, versteck dich! Er ging in den Sinkflug und es sah so aus, als wollte er die Stadt angreifen. Also entschied der Kommandant, das Feuer zu eröffnen. Feuer! Treffer! Haben wir ihn erledigt? Sicher nicht, aber wir haben ihn aufgeschreckt. Der Drache zog vorerst nach Norden ab. Gut möglich, dass er verbundet ist. Und nun bedroht er die Stadt? Er griff vorgestern den Spähturm der Flanke des Baikhorn-Kamms an. Von zehn Spähern hat bloß einer überlebt. Er stellt eine Gefahr für das ganze Land dar. Ich soll also einen Drachen jagen? Ich hatte gehofft, Yaroulos würde sich persönlich darum kümmern. Wenn euch dieser Auftrag zu gefährlich ist, dann... Nein, 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 ich bin ja schließlich hergekommen, um zu helfen, nicht wahr? Hervorragend! Glücklicherweise befindet sich ein Fachkundiger aus Fethil bei uns. Sein Name ist Balarin. Er hat sich bereit erklärt, euch bei der Jagd zu helfen. Trefft ihn bei der Mitwacht. Private Leam wird euch begleiten. Jawohl, Sir! Verstanden, General! Also schön, an die Arbeit, wegtreten! Seid ihr aufgeregt? Nun, ich hab wochenlang versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und jetzt kommt dieser Auftrag. Das ist ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser. So kann es gehen. Ich schätze, ihr Magier werde mit der Zeit nur immer gefragter werden. Nun, dann kann ich mich endlich beweisen. Es ist gut zu sehen, dass nicht alle Magier sich aus dem Geschehen zurückziehen. Ja, ich fürchte, die meisten trauen sich kaum aus ihrer Bibliothek raus. Aber ich will was von der Welt sehen. Und ich will etwas bewirken, versteht ihr? Eine schöne Einstellung. Kommt, unser Kontaktmann wartet am Waldrand auf uns. Ah, ihr müsst die glorreichen Drachentöter sein. Willkommen, willkommen! Ihr seid Ballerin, nehme ich an. Ich bin Bailey Lean, Soldatin von Riverstone. Und das ist der Magier Terris. Oh, ihr habt ein Magier aufgetrieben. Das wird die Sache erleichtern. Ihr seid ja ein Zwerg! Überrascht! Wann habe ich zuletzt einen Zwerg gesehen? Arbeitet ihr für Riverstone? Im Augenblick, ja. Wie kommt das? Die Kurzform, ich mache hier Urlaub. Komm, wir können uns später im Gasthaus unterhalten. Jetzt haben wir erst einmal einen Drachen zu erledigen. Also, passt auf. Der Drache ist jung, sonst hätte er sich nie so weit von zu Hause weggetraut. Er ist nicht allzu groß. Und er ist verletzt. Das heißt, er wird sich ausruhen müssen und vermutlich bald Hunger bekommen. Damit können wir arbeiten. Wieso ist er überhaupt hergekommen? Was will er denn von uns? Keine Ahnung, kannst ja fragen. Ich glaube, ich verzichte. Drachen werden von Magie angezogen. Darüber wirst du mir mehr sagen können als ich dir. Ich bin nur hier, um das Vieh zu jagen. Hast du Erfahrung mit Drachen? Wo ich herkomme, gehören Drachen zum Naturbild. Ich war mit meinem Großvater schon Drachenjagen. Da ging mir der Bart nicht einmal bis zur Brust. Irgendwie schwer vorstellbar. Ja, interessant. Ich war noch nie in Fethil. Naja, da gibt's jedenfalls Drachen. Wir müssen ihn aufspüren und ihn überraschen. Am Boden haben wir eine Chance, in der Luft nicht. Magier, beherrschst du Eiszauber? Ja, das ist sogar mein Fachgebiet. Ich hab eine umfangreiche Froststudie bei Erzmagier... Gut, du frähst ihn ein und ich eröffne das Feuer. Drei oder vier gut gezielte Schüsse mit der Armbrust dürften reichen, ihn außer Gefecht zu setzen. Dann kommt die Soldatin und gibt ihm den Rest. Jawohl. Einverstanden, Magier? Äh, mhm. Wunderbar, dann kommt. Je eher wir das Vieh erledigen, desto schneller sitzen wir im lachenden Schwein und stoßen auf den Sieg an. Ach du meine Güte. Das war wohl der Wachtturm. Nicht viel übrig geblieben, was? Der Turm ist ja vollkommen geschmolzen. Ich habe den Bericht des Speers gelesen, aber ich hatte ja keine Vorstellung. Ja, sein Drache kann üblen Schaden anrichten. Kommt, wir sind auf dem richtigen Weg. Er ist zweifellos in die Berge geflohen. Such nach Spuren. Er hätte den Turm nicht angegriffen, wenn er nicht vorhätte, in der Nähe zu rasten. Ich spüre etwas. Da liegt irgendeine Präsenz in der Luft. Präsenz? Etwas versetzt die Magie hier in Wallungen. Sie bebt, wie ein aufkommender Wind. Was ihr Magier alles aufspüren könnt. Er ist aus dieser Richtung gekommen. Dort oben hat er gekreist und dann... Ja? Ich glaube, er ist weiter nach Norden gezogen. Norden? Nicht nach Westen in die Berge? Nein, etwas zieht ihn in den Norden. Hm. Wenn du dich irrst, verlieren wir vielleicht mehrere Tage. Ich irre mich nicht. Äh, denke ich. Heh. Also schön. Wozu einen Magier mitnehmen, wenn wir seinem Rat nicht folgen? Der schnellste Weg nach Norden führt über den Spike Horn Pass. Wir können vor Sonnenuntergang bei der nächsten Garnison sein. Dann schlagen wir hier nicht länger Wurzeln. Auf die Pferde und weiter geht's! Na, großartig. Jetzt fängt es an zu regnen. Bist du aus Salz? So ein kleines Sommergewitter noch keinem geschadet. Außer denen, die vom Blitz getroffen werden. Ist mit der Stahlrüstung gar nicht mal so unwahrscheinlich. Meinst du wirklich? Es kommt zuweilen vor. Wir können uns am Waldrand halten. Da sind wir doch sicher. Richtig? Äh, um ehrlich zu sein... Da! Seht! Bei den sieben Bärten von Zarsin! Der Drache! Du hattest recht, Magier! Was für eine... Unglaubliche Kreatur! Er greift die Garnison an! Wir müssen ihnen helfen! Ja, du hast recht. Schnell! Aber der Drache fliegt doch! Mensch! Schilde hoch! Schilde hoch! Ist gerade! Ist gerade! Mein Schwert ist zu kurz! Ich komme nicht an ihn heran! Bogenschützen! Feuer! Bei dem Wetter treffen wir höchstens unsere eigenen Leute. Was war das? Entdeckung! Verstärkung? Alle Mann Entdeckung! Zurück in die Gebäude! Bringt so viele Steine zwischen euch und dieses Monster, wie ihr könnt! Guter Treffer! Danke! Aber ich glaube, das macht ihn nur wütend! Was du nicht sagst! Verdammt! Nerven bewahren! Du bist der Einzige, der etwas ausrichten kann! Oh Gott! Verdammt! Bailey! Alles in Ordnung? Ja, ich bin nur etwas angesenkt. So treffe ich ihn nicht! Okay, halt dich bereit, Ballerin! Ich werde ihn abwehren! Was wirst du tun? Was? Was ist das? Was? Wer? Heiliger! Halt noch einen Moment durch! Anlegen! Zielen! Du hast ihn getroffen! Wieso so überrascht? Er dreht ab! Er hat genug! Ist alles in Ordnung? Alles gut! Ich brauche nur eine Sekunde! Das war gar nicht schlecht, Zauberbursche! Der Feuerstoß hätte uns kreien können! Danke! Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, es ist nur irgendein komisches Gefühl! Was für ein Gefühl? Während des Kampfes! Dieser Drache hat zu mir gesprochen! Hä? Also nicht wirklich gesprochen, er... Ich konnte seine Gedanken spüren! Dieses Tier ist weit intelligenter, als ich dachte! Und vor allem viel magischer! Ein echtes Zauberwesen! Hey, ihr redet hier immer noch über eine gefährliche Bestie! Naja, aber vielleicht kann ich ja mit ihm kommunizieren! Dann könnte ich ihn bitten, zu verschwinden! Ihn bitten? Äh, oder wenigstens herausfinden, was er will! Hm, glaubst du, das wäre möglich? Wer weiß, wenn er mir zuhört! Ihr denkt nicht ernsthaft drüber nach! Ein magisches Tier, das es auf diesem Kontinent nicht geben sollte, und das obendrein auch noch intelligent und empfindsam ist? Sowas können wir doch nicht einfach töten! Du meinst so, wie es uns töten würde? Ja, genau so! Hm, wenn du denkst, dass es möglich wäre, und wir so Riverstone retten können, ohne gegen dieses Monster zu kämpfen, bin ich dafür, es zu versuchen! Äh, gib mir nur einen Versuch, Zwerg! Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es auf deine Art! Wie du meinst! Kann's kaum noch erwarten! Meine Güte, fliegt der schnell! Wir haben ihn aufgeschreckt! Er will fliehen! Bei dem Tempo überfliegt er noch vor Mitternacht die Nordgarnison! Aber er wird keinen weiteren Angriff wagen! Er sucht nach einem Unterschlupf! Äh, dann können wir genauso gut eine Pause einlegen! Ich werde langsam müde! Puh, ich ehrlich gesagt auch! Mein Gesäß macht mich langsam fertig! Mhm, wir sind zwei Tage durchgeritten! Es wird Zeit für eine Rast! Gut, dann suchen wir uns einen geeigneten Platz! Ach, verdammt! Bei dem Regen krieg ich einfach keinen Feuereinfahrt! Lass mich mal versuchen! Ich kenn den ein oder anderen Feuerzauber! Ah, na also! Ein Trick von Jarolus? Nein, ein Trick von Bibliothekar der Akademie! Ach, so ein Feuer tut richtig gut! Will jemand ein Stück Pökelfleisch? Ich nehme gerne etwas! Danke! Bedien dich, bedien dich! Ich hab noch genug dabei! Ich, äh, versuch mal schnell was! Ah, hat geklappt! Was ist das? Ich habe, äh, Pudding herbeigezaubert! Ho, 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 ho! Gibt's eigentlich irgendwas, das sich nicht mit Magie regel lässt? Nicht sehr viel jedenfalls! Wer Magie beherrschen kann, der findet für so ziemlich alles einen Weg! Es ist eine Frage der Übung! Und der Kontrolle! So? Passt auf! Magie ist keine einfache Fähigkeit, die man erlernt, oder eine Waffe, die man anlegt! Sie ist Energie, die uns und die Welt durchdringt! Wie das Licht der Sonne strahlt sie uns an, und wir können ihre Kraft spüren! Du vielleicht! Ich spüre gar nichts! Hm, ich auch nicht! Tja, sie ist jedenfalls da! Und was wir Zauber nennen, ist nichts anderes, als diese Kraft zu nehmen und zu bündeln! Ob ich jetzt einen Eisblitz forme oder eine Schüssel mit Pudding, macht keinen allzu großen Unterschied! Oh Gott, das Zeug ist ja furchtbar! Äh, ist es? So was Scharfes hab ich noch nie gegessen! Scharf? Also, für mich schmeckt's nach Milch mit einem Hauch Zitrone! Ich bleibe beim Fleisch! Dieser ganze Hokuspokus ist mir nicht geheuer! Nichts gegen dich, Magier! Schon gut! Ist vielleicht etwas viel Magie für eine Ungeübte! Ja, anscheinend! Magische Nahrung füllt ohnehin nicht den Magen, eher den Geist! Praktisch, wenn man sich konzentrieren will oder mal eine Nacht durcharbeiten muss! Also, ich mach jetzt ein wenig die Augen zu! Zwei, drei Stunden höchstens! Dann müssen wir weiter! In Ordnung! Geruht wohl, Kameraden! Ja, schlaft gut! Terris, der Drachenjäger! Ach, nee! Retter von Riverstone! Schon besser! Na, sieh mal einer an! Sind das Fußabdrücke? Wir waren nicht die einzigen, die sich eine Pause gegönnt haben! Der Drache hat in dieser Mulde gerastet! Scheint ziemlich zu bluten! Ich hab ihn wohl gut erwischt! Er ist seit höchstens einer Stunde wieder auf den Beinen! Aber wir stehen vor dem Nordwald! Da drinnen werden wir ihn nie finden! Hm, vielleicht kann ich ihn aufspüren, wenn ich die Pferde nicht verliere! Noch kann ich seine Nähe fühlen! Mhm! Binden wir die Ponys an! Äh, verzeihung! Die Pferde! Wir müssen zu Fuß weiter! Oh! Also, folgen wir ihm wirklich in den Wald hinein? Sieht ganz danach aus! Ein paar Bäume! Wo liegt das Problem? Ihr habt noch nie etwas vom Nordwald gehört, Ballerin? Nein! Woher sollte ich? Terris! Äh, der Nordwald ist das letzte ungezähmte Stück Land von ganz Tetheroth! Wir laufen magische Linien zusammen! Das heißt, die Bäume hätten ein Eigenleben! Bäume? Ich hab nichts gegen Bäume! Also werden Sie auch nichts gegen mich haben! Man sagt allerdings auch, dass magische Manifestationen hier umherirren sollen! Geister aus purer Energie! Die Sache ist die, wenn Ströme der Magie sich an einem Ort sammeln, dann kann sozusagen der See über die Ufer treten! An solchen Orten können sich Elementare und Anomalien bilden, das ist vollkommen normal! Heißt nicht, dass es nicht gefährlich werden kann! Elementare? Na, dann passen wir wohl besser auf! Mhm! Oh, also schön! Ho! Ich werde zu Hause eine ganz schöne Geschichte erzählen können! Wenn dieser Wald so mächtig ist, haben wir vielleicht die Erklärung, wohin unser Drache will! Offenbar will er zu dieser Konver... Konvergenz? Aber wieso jetzt? Wenn in den letzten 200 Jahren kein Drache hergekommen ist, was ist dann heute anders? Wer weiß schon, was diesen Echsen durch den Kopf geht! Sei es drum! Wird Zeit, die Hetzjagd zu beenden! Ah! Da drüben! Zwischen den Bäumen! Ja, ich sehe sie! Sie sind weg! Ein Glück, dass du hier bist, Terrace! Ist mein erster Ausflug seit dem Abschluss so ziemlich, also danke! Ich gebe zu, ich habe den Wald unterschätzt! Gute Güte! Das ist der Drache! Er muss ganz nah sein! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Schnell! Macht euch kampfbereit! Oh je! Ich könnte noch eine Pause vertragen! Seht! Nicht so laut! Ahem! Seht! Er ist auf der Lichtung gelandet! Sieht aus, als würde er nach etwas suchen! Das ist unsere Chance! Ich spüre eine enorme Energiequelle von dieser Lichtung! Welche Art? Ich weiß es nicht! So etwas habe ich noch nie gespürt! Hey, konzentriert bleiben! Jetzt nicht schlapp machen! Mhm! Magier, du hältst ihn am Boden! Frähe seine Flügel ein oder sonst was! Er darf nicht abheben! Mhm! Soldatin! Du musst dich auf ihn stürzen, sobald er bewegungsunfähig ist! Während er versucht, dich von sich zu werfen, gebe ich ihm den Gnadenschuss! Ach du meine Güte! Verstanden! Also gut! Magier, leg los, so wie du bereit bist! Lass mich vorher noch etwas versuchen! Moment! Hey! Wo willst du hin? Was suchst du? Was ist das hier für ein Ort? Du... Du verfolgst mich! Wieso? Ich... Du... Mir wurde aufgetragen, dich zu jagen! Warum? Weil du uns angegriffen hast! Was tut er denn da? Er... Spricht mit dem Drachen? Und wie hast du Kontakt zu mir aufgenommen? Ich bin Magier! Ein magiesensitiver Mensch! Du kommst, um mich zu töten! Ich... Nun ja... Spar dir deine Worte! Schwächlicher Sterbling! Von dir wird nichts als Asche bleiben! Warte, wir müssen nicht kämpfen! Wenn du mich angreifst, dann müssen meine Gefährten und ich dich töten! Wenn du mir zuhörst, dann können wir... Du wirst nun schweigen, Mensch! Er greift an! Los, los, los! Ja, jawohl! Ah! Verdammt! Magier, greif an! Nun mach schon! Ihr werdet mich nicht bezwingen! Hör auf, dich zu wehren und sag mir einfach, was du suchst! Ich spreche nicht mit dir! Ja! Gut! Halt ihn fest! Was suchst du? Sag es bitte! Wir wollen dich nicht töten! Entweder ihr oder ich! Treffer! Komm schon, gib auf! Nein! Er lässt nicht nach! Nochmal! Anlegen! Zielen! Feuer! Lass uns reden! Dumme Menschen! Sterbliche! Verfluchte! Abschau! Beruhig dich! Ich kann dir helfen! Ich will deine Hilfe nicht! Raus aus meinem Kopf! Magier, was tust du? Hört nicht auf mich! Er will nicht mit mir reden! Du hast es versucht! Hilf uns, es zu Ende zu bringen! Ja, wenn es nicht anders geht! Zielen und... Ach du meine Güte! Haben wir es geschafft? Sieht ganz so aus! Gute Arbeit, Männer! Und Frau! Junge, Junge! Was für ein Kampf! Ich konnte ihn nicht überzeugen, mit mir zu sprechen! Kopf hoch, Terris! Du hast es versucht! Drachen sind nun mal stur! Nach so einer Hetzjagd quer durchs Land! Tja, da hätte ich auch nicht mit mir reden lassen! Ja, ich schätze, du hast recht! Was nun? Wir müssen zurück zu den Pferden! Riverstone muss von unserem Erfolg erfahren! Die denken sicher, wir werden tot! Aha! Wartet noch einen Augenblick! Ich will mir diese Lichtung genauer ansehen! Natürlich, lass dir Zeit! Wir können die Verschnauzpause gebrauchen! Aha! Und ich nehme mir... Na schnell, ein Zahn als Trophäe mit! Hm, diese Lichtung hier ist nicht natürlich! Jemand hat alle Bäume im Umkreis verbrannt und diese Runen gezeichnet! Und es war nicht der Drache! Alles ist nass vom Regen! Och, meine Güte! So viel Energie! Dieser Ort wurde erst vor kurzem benutzt, um einen mächtigen Zauber zu wirken! Mal sehen, ob ich... Oh! Ein Zauberstein! Ist das eine Art Katalysator? Und? Hast du etwas herausgefunden? Jemand hat hier vor wenigen Tagen diesen Zauberstein verwendet! In ihm ist genug Magie gespeichert, um den ganzen Wald in Flammen zu setzen! Und das hat den Drachen angelockt? Das vermute ich, ja! Ich nehme ihn mal mit und bringe ihn zu Jarolus! Er wird schon wissen, was es damit auf sich hat! In Ordnung! Schön, schön! Na kommt! Es wird Zeit von prasselndes Feuer, ein weiches Bett und einen schönen Krug Bier! Hahaha! Die drei machen sich auf den Rückweg nach Riverstone und kommen nach zwei weiteren Tagen dort an. Nachdem sie dem General von ihrer Jagd berichtet und für ihre Tapferkeit gelobt werden, finden sie sich im Gasthaus zum lachenden Schwein ein, um sich zu erholen. Ach, genau darum geht es doch bei so einer Wanderung. Um nach getaner Arbeit die Beine auf eine Bank zu lehnen, mit einem Krug Bier in der Hand und die Taschen voll Beute! Ja, um ehrlich zu sein, habe ich mich in Tavernen noch nie so richtig wohlgefühlt. Zu viel Trubel? Ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich Bier trinken, um mich hier einzuleben. Dass ihr Magier nichts trinken dürft, ist wirklich eine Schande! Wie wollt ihr je auf den Sieg anstoßen? Magier sind eher weniger zum Anstoßen geneigt. Die Kontrolle über seine Kräfte zu verlieren, kann ziemlich gefährlich werden. Nun, heute trinken wir auf dich, Magier. Ohne deine Hilfe wäre die Jagd sicher nicht gut ausgegangen. Ah, wir hätten das Ding trotzdem erlegt. Ähm. Aber nicht so schnell. Gut gemacht, Junge. Äh, äh, danke. Aber ich habe noch sehr viel zu lernen. Haben wir das nicht alle? Darauf trinke ich! Der General war sehr zufrieden. Ich wage fast zu hoffen, dass er über eine Beförderung für mich nachdenkt. Ich war erstaunt, wie viel er für den Auftrag gezahlt hat. 200 Goldstücke. Damit könnte ich fast ein ganzes Jahr in Riverstone wohnen. Mit was für einer Menge hattest du denn gerechnet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich war viel zu aufgeregt. Ha, ha, ha. Ach, ihr Menschen seid immer für eine Überraschung gut. Mit der Einstellung wirst du mal ein echter Abteurer. Die drei lassen ihre Erlebnisse nachwirken und verbringen die Nacht im Gasthaus. Nach all den Strapazen haben sie sich eine Pause verdient. Sie können nicht ahnen, dass die Tage der Erholung und der Geselligkeit bald gezählt sind. Bitte, Meister. Ich habe den ganzen weiten Weg von Norden zurückgelegt, um an eure Akademie zu lernen. Doch es bleibt eine Tatsache, dass nur die wenigsten über die nötige Begabung verfügen. Und du bist bei weitem zu alt, um zu beginnen. Doch ich habe bereits so viele Bücher gelesen und ich möchte es wenigstens versuchen. Mein Junge, bitte verstehe, dass wir nicht jeden Anwärter aufnehmen können. Magie zu lehren ist ebenso schwer, wie sie zu lernen. Und wir können diese Mühen nicht an jedem Burschen verschwenden, der hier vor dem Tor steht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr habt mein Wort. Bitte, lasst es mich versuchen. Nein, Junge. Es tut mir leid. Ich habe mich viel zu lange auf die Ausbildung vorbereitet, um mich so leicht abweisen zu lassen. Ich werde kein Nein akzeptieren. Ja, 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 ja. Ich hab's, ich hab's. Ja, Holus hat über die vergangenen Tage weiter geforscht und ein Verständnis für die eigenartige Dämonenmagie entwickelt. Misstrauen keimt in ihm. Verdammt! Diese Magie lässt sich für nichts benutzen als für die Zerstörung. So viel Ruhe, geballte Kraft, so viel Potenzial, verschwendet für Flammen und Explosionen. Sie hat ihren Weg in die Magie der Orks gefunden. Oder... Nein. Die erste Probe war rein. Die Dämonenkraft kam erst hinzu, als Gurwul mir einen Hauch seiner Kraft gegeben hat. Wäre es möglich, dass er diese Magie freiwillig in sich aufgenommen hat? Aber wieso? Wozu braucht jemand eine solche Zerstörungsgewalt? Mein sehnlichster Wunsch ist es, die Orks zu einen, die Städte von einst neu zu errichten und all das Leid zu vergessen. Es wäre nicht zu weit hergeholt, dass er die Orks mit Gewalt einen will. Das wäre nicht mein Problem. Allerdings... Wieso hätte er mich angelogen? Um Mitleid zu erwecken? Schätzt er mich wirklich so ein? Wenn du nicht willst, dass dich jemand ausnutzt, dann fang doch endlich an, auf rote Flaggen zu achten, anstatt immer nur deinen Vorteil zu sehen. Rote Flaggen? Hm. Vielleicht wird es Zeit, den Orks noch einmal einen Besuch abzustatten. Oh, Herr Jaholus! Junge! Ich bin zurück von meiner Reise. Ihr werdet nicht glauben, was das für ein Auftrag war. Musstest du ein Trolllager ausräuchern? Ich habe einen Drachen gejagt. Einen Drachen? Sieh einer an. Allerdings war er noch jung und er war verwundet. Außerdem hatte ich Hilfe, also... Oh, spiel das nicht runter. Einen Drachen zu erlegen ist in der Tat eine Leistung. Oh, danke. Ein Drache. Hier in diesem Land. Ihr habt schon vor Jahren vor dieser Gefahr gewarnt. Für euch muss das wenig überraschend kommen. So würde ich das nicht sagen. Es ist überraschend. Hast du etwas über den Drachen herausfinden können? Wo habt ihr ihn gefunden? Wir haben ihn tief in den Nordwald gejagt. In den Wald? Was wollte er dort? Er flog zu einem Runenkreis. Dort fand ich das hier. Diesen Stein. Wisst ihr etwas damit anzufangen? Nun, nein. Ich fürchte nicht. Seid ihr sicher? Es ist ein... Ich glaube, es ist ein... Irgendein Katalysator. Ja, das dachte ich auch. Ich werde ihn mir genauer anschauen. Gib ihn mir. Ja, hier. Gut. Sonst gab es keine außergewöhnlichen Vorkommnisse? Niemand ist... explodiert, als ihr den Runenkreis betreten habt? Ähm, nein. Du... ähm, musst mir einen weiteren Gefallen tun. Oh, natürlich. Was wünscht ihr? Ähm, du musst... äh, du musst... ähm... Ja, du musst mir ein Buch aus einer alten Abtei am Greytop-Berg beschaffen. Äh, was für ein Buch? Einen Folianten von Hohepriester Itaros. Er kam vor langer Zeit in den Besitz der Abtei. Und seitdem behüten die Priester ihn wie ihren Augapfel. Äh, nun gut. Und der Foliant ist wichtig für euch, weil ihr... Ja, ich brauche ihn dringend. Er ist essentiell für meine Forschungen. Nun geh schon. Husch! Äh, ja, natürlich. Muss ich irgendetwas beachten, wenn ich dort... Die Priester sind etwas schwierig. Davon hast du sicher schon gehört. Aber jemand, der einen Drachen getötet hat, kommt sicher damit klar. Das verschafft mir hoffentlich genug Zeit. Hätte er den Schlüsselstein aktiviert, hätte er herausgefunden, woran ich arbeite. Nun, das hat er nicht. Und ich werde in Zukunft besser aufpassen. Terris hat tatsächlich Potenzial. Die Priesterschaft von Äkvor ist ein uralter Orden, gegründet von Itaros zur Zeit der Gründung Rivestons. Itaros war schon vorher ein Priester gewesen. Ein Anhänger der Schicksalsträchtigen, ein auf Hoffnung und Vorbestimmung basierender Glaube. Für sie war Äkvor der erste König Rivestons der Erlöser. Der prophezeite Avatar höherer Mächte, der die Welt vom Bösen befreien würde. In dieser Zeit schrieb Itaros all seine Weissagungen im Folianten nieder. Dies Buch, meine Brüder, soll für alle Ewigkeiten unserem Vater leuchten, auf das wir mit jedem Tag dem Himmel ein Stück näher rücken mögen. Göttliche Weisheit auf Erden. Nach dem Tod des Königs strömten immer mehr zu Itaros Kirche. So viele, dass eine Kathedrale in der Oststadt von Rivestown errichtet wurde, um alle unterzukriegen. Äkvor ist für unsere Sünden gestorben. Er hat mit seinem Opfer das Leid von uns genommen. Und wir alle werden dank seiner ein besseres Leben führen. Diejenigen jedoch, die Itaros-Schriften wörtlich nahmen, verachteten die Ungläubigen Ketzer, wie sie sie nannten, und verließen die Kirche. Sie gründeten eine Abtei auf der Spitze des Greytop-Berges und zogen sich zurück. Sie teilt Nibes nicht gern und sind hochgradig misstrauisch allen Ungläubigen gegenüber, aber im Besonderen Magiern. Also schön. Das muss die Abtei sein. Hoffentlich kriege ich diesen Folianten so ohne weiteres. Hallo? 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 Das geht ja gut los. Wer seid ihr? Oh, äh, ich bin Terris, Magier von Brynn. Ich wurde gesandt im Namen von... Wir haben kein Interesse an euren gotteslästerlichen Spielereienmagier. Auf nimmer Wiedersehen. Ich hab es so satt, gegen verschlossene Türen anzurennen. Ich brauch ein Buch aus eurer Bibliothek. Ich gehe nicht, bevor ich es habe. Letzte Warnung! Lasst mich rein, oder ich verschaffe mir selbst Zutritt. Schön. Ihr wollt es wohl nicht anders. Bruder Runders, wer war dieser Mann am Tor? Ein Magier. Er verlangte Zutritt zur Bibliothek. Ein Magier. Habt ihr ein Wort geschickt? Natürlich, hohe Priesterin. Ihr habt gut gehandelt, Runders. Die Magier planen etwas. Ich spüre eine gewaltige Bedrohung am Horizont. Das Auftauchen dieses Mannes kann nichts Gutes verheißen. Ja, hohe Priesterin. Sein blasphemischer Zauber darf unsere Hallen nicht entweihen. Bleibt mit euren Inquisitoren in Bereitschaft. Schützt die Heiligen Schriften um jeden Preis. Er wird zweifellos einen anderen Weg hineinsuchen. Gewiss. Wir geben Acht. Ein Magier ist uns nicht gewachsen. Gut. Möge die Heilige Hand Eko aus dich leiten, Bruder. Ich danke euch, hohe Priesterin. Vielleicht bekomme ich endlich etwas Frischfleisch. Ich denke, es ist dunkel genug. Zeit, sich Zutritt zu verschaffen. Dieser Abwasserschacht sollte direkt hinaufführen. Doch gegen die Strömung komme ich nicht an. Vielleicht lässt sich das Wasser ja einfrieren. Dann könnte ich... Hm. Etwas rutschig, aber es sollte gehen. So weit. So gut. Verdammt. Ist das anstrengend. Ich sollte mich mehr körperlich ertüchtigen. Sehr gut. Ich bin im Waschsaal. Und niemand ist sonst hier. Der Flur ist leer. Die Priester müssen schon zu Bett gegangen sein. Ob ich ein wenig Licht wagen kann? Ach, besser nicht. Es gibt sicher eine Nachtwache. Also schön. Wo könnte die Bibliothek liegen? Dieses Kloster ist ein halbes Labyrinth. Kein Wunder, dass sie alle wahnsinnig werden. Ist ja fast schlimmer als in der Akademie. Oh, verdammt. Da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Noch ein Hauch hiervon und... Ach, gut. Jetzt bloß nicht bewegen. Hm. Der Eindringling kann nur hier entlang gekommen sein. Hört mich an, Kräfte des Himmels. Schränkt mir eure Augen, auf dass ich jene enttane, die euch zu bestehen wünschen. Oh, verdammt ist das hell. Licht. Vertreibe das Unheil aus diesem Hall. Hm. Er muss ganz nah sein. Ich fühle die Anwesenheit eines Magiers. Es muss der Mann sein, von dem Rundas gesprochen hat. Vielleicht ist er zum Gemeinschaftssaal geflohen, als er mich gehört hat. Ach, das war knapp. Wenn er hier weiter sucht, sollte ich ungestört zur Bibliothek kommen. Und glücklicherweise hat er mir den richtigen Weg gezeigt. Ach, hier bin ich richtig. Die Bibliothek. Scheint, als wäre ich durch den Hintereingang reingekommen. Meine Güte, sind das viele Bücher. All das Wissen. Und die Priester horten es für sich. Ob sie auch nur die Hälfte davon gelesen haben? Doch bloß, wo könnte dieser Foliant sein? Eine heilige Schrift, kein richtiger Name. Es muss auffallend sein. Was bei allem? Ein Seil. Jemand hat hier tatsächlich ein Seil aufgespannt. Vermutlich hängt eine Alarmglocke dran. Und ich wette, hier ist alles voll mitfallen. Aber das heißt, so falsch kann ich hier nicht sein. Oh, das Buch auf dem Sockel? Equos Reich auf Erden von Hohepriester Itaros. Ja, das muss es sein. Was auch immer Jarolus mit so einem Buch vorhat. Ach du meine Güte, ist das Ding schwer. Verdammt, da kommt noch so ein verfluchter Priester. Jetzt komm schon, blödes Buch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss mich unsichtbar machen. Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst, Magier. Ich kann deine blasphemische Anwesenheit fühlen. Du willst den Folianten stillen, wie? Ihr Magier seid alle gleich. Elende Halunken. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dir wünschen, dein Studienzimmer nie verlassen zu haben. Ich kann sie außer Gefecht setzen. Ein gezielter Schneekegel sollte sie lange genug bewegungsunfähig machen. Herr Equo, schenke mir die Kraft zu sehen, das Verborgene. Ich muss mich beeilen. Was? Viel Spaß beim Abtauen, Fanatiker. Magier. Jetzt hoch das Buch. Drei, zwei, eins. Komm schon, komm schon. Ja, jetzt nichts wie raus hier. Im Namen der Priesterschaft rufe ich dich, dem wahren Herren Tethrobs um Hilfe. Ich schlage meine eisigen Fässern und bringe den libyschen Narren zum Fall, bevor die Heilige Schrift stehen kann. Was in aller Welt? Magier. Du hast dich befreit? Die Macht der Priesterschaft wird deine unreine Seele läutern. Bring den Fodianten zurück. Ich will ihn doch nur ausleihen. Das lasse ich nicht zu. Dies ist deine letzte Warnung. Komm zurück oder du wirst Schmerzen spülen. Ich denke nicht dran. Wie du willst. Deine Pein wird ohne Gleichen sein. Verdammtes Ding ist zu schwer. So komme ich nicht an meinen Stab. Du hast dein Schicksal gewählt, Magier. Du wirst nun im Namen des wahren Herren von Tethrof gerichtet. Ich weiß nicht mehr, wo es nach draußen geht. Verdammt, ich habe keine Wahl. Ich muss kämpfen. Die Heilige Schrift. So passt doch auf. Du willst einen Kampf? Dann sollst du einen kriegen. Wie du willst. Du kannst es nicht mit mir aufnehmen, Magier. Ich trainiere mein Leben lang die Kunst des Kampfes. Ich dachte, ihr seid Priester. Was für eine Art Orden seid ihr denn? Wir sind die Inquisitoren der Rechtschaffenheit. Schwerter des einzig wahren Gottes. Magie hat in dieser Welt keinen Platz. Verdammt. Sie ist zu stark. Ich... Ich muss... Ja, was denn? Schwester Hypotas. Rundas. Ich danke euch für eure Hilfe. Auch wenn es nicht nötig war. Ich wäre auch allein mit diesem Narren fertig geworden. Ihr hättet fraglos sein Blut vergossen. Doch vielleicht kann er uns noch nützen. Ihr wollt diesen Ketzer befragen? Die hohe Priesterin fürchtet ein Komplott der Magier-Gilde. Wenn dieser Ketzer etwas damit zu tun hat, werde ich es aus ihm herausbekommen. Wahrlich, Rundas. Deine Verhörtechniken sind unvergleichlich. Das weiß ich zu schätzen, Schwester. So geht's ans Werk. Ich bringe ihn für euch nach unten. Vielen Dank, Schwester. Ich bin nicht angebunden, wo alles in der Welt wird. Du befindest dich im Befragungsraum. Dein Leben wird vorerst verschont. Ich habe mir erlaubt, dich auf das Folterrad zu binden. Hab ich ein Glück. Irrtum. Ich habe Glück. Wir sind unter uns und wir können die Scharade sein lassen. Scharade? Dieser Orden ist voller Fanatiker. Darum dürfen wir alles, solange es im Namen der Rechtschaffenheit geschieht. Wer will schon überprüfen, ob mein Glaube aufrichtig ist? Scheinheiliger Dreckskerl. Ihr Magier seid auch nicht besser oder schlechter als alle anderen. Ihr blutet, ihr weint, ihr sterbt. Das hier ist nichts Persönliches. Aha. Auch wenn ich noch nie einen Magier gesehen habe, der so einen albernen Hut trägt. Geschenk von der Familie? Ja, richtig. Dies ist mein Verhörraum. Der Ort, an dem ich Ketzern ihre Geheimnisse entlocke. Du kannst dir sicher denken, was ich meine. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich befinde mich mitten in der Erfüllung meiner Pflichten. Bruder Runders, mehrere Gestalten schleichen vor dem Tor herum. Was für Gestalten? Ich glaube, es sind die Sieben. Falls sie angreifen, werden wir eure Hilfe brauchen, Bruder. Ich kann im Augenblick nicht meine Pflicht vergessen. Ich halte mich in Bereitschaft. Schlagt Alarm, wenn ein Kampf unausweichlich scheint. Wie ihr wünscht, Bruder. Runders heißt ihr also, ja? Dann wollen wir mal sehen, was du weißt und wie wir dich zum Reden bekommen. Über was soll ich denn reden? Ich würde sagen, über alles. Wer bist du? Was wolltest du mit dem Folianten des Itaros? Was plant die Magier-Gilde? Fürs Erste. Ich... Ich bin Terris, Magier von Brynn. Kein Widerstand? Wozu? Ich habe nichts zu verbergen. Lüg mich besser nicht an, Junge. Nun, ich habe an der Akademie gelernt. Und derzeit lerne ich bei... Oder besser... Arbeite ich für den Zauberer Yarolus. Yarolus? Du arbeitest für den Wächter von Tethrof? Ja. Auf seine Bitte kam ich hier, um den Folianten zu beschaffen. Dann bist du kein Mitglied der Gilde. Die Gilde? Das sehe ich etwa so alt aus. Was will dann Yarolus mit dem heiligen Buch? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aha. Was? Endlich eine Lüge. Wie bitte? Wenn Yarolus einen Nutzen für unser heiliges Buch hat, dann weißt du fraglos wozu. Nein, ich weiß es nicht. Er hat mich losgeschickt, ohne etwas zu sagen. Ich wüsste selbst gerne, wofür ich hier meinen Kragen riskiere. Ein Schüler wäre kein Schüler, wenn er nichts über den Meister wüsste. Ich bin nicht sein Schüler, ich bin mehr sein Gehilfe. Ja, das hört sich wahrscheinlich an. Dann wollen wir nun sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Hey, hey, hey! Zwei Umdrehungen. Ja, scheint als bliebst du auf dem Kopf stehen. Was hat Yarolus vor? Ich weiß es nicht. Yarolus ist ein Geheimniskrämer. Was? Hat er vor. Ich weiß es nicht. Und ich hatte schon beinahe befürchtet, wir könnten Freunde werden. Was wird das? Wir wärmen uns ein wenig auf. Feuer für den Eismagier. Verdammt, was für ein Priester bist du? Ich sagte doch bereits, ich bin Inquisitor. Ein Schwert der Rechtschaffenheit. Zum Glück für mich ist Rechtschaffenheit ein dehnbarer Begriff. Verdammter Mistkerl. Du genießt das hier. Bitte. Ich erfülle hier doch bloß meine Pflicht. Nun halt still. Es wird gleich unheimlich schmerzhaft. Verdammt. Verflucht. Mach es mir nicht schwerer als es ist, Bursche. Die Alarmglocken? Dann versuchen sie es wirklich. Wer versucht was? Du wirst dich noch gedulden müssen. Vielleicht fallen dir ein paar Antworten für mich ein, bis ich zurück bin. Bis bald. Oh Gott. Wo bin ich hier reingeraten? Nun gut. Das ist meine Gelegenheit. Na los. Na los. Gut. Das wäre geschafft. Wo ist... Ah. Mein Stab. Da sind meine übrigen Sachen ja auch irgendwo. Was ist hier los? Ah. Bruder. Da bist du ja. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Stehen wir unter Angriff? Es sind die Deciven. Diesmal meinen sie es ernst. Ach. Verdammt. Sind die Brüder und Schwestern auf ihren Posten? Die meisten schliefen noch. Bis wir auf Posten sind, haben sie uns überrannt. Beten wir zu Igbor, dass er uns erlösen möge. Ja, Bruder. Und nun vergib mir. Doch ich muss Ketzer töten. Kämpfe gut, Bruder. Endlich kommen mehr von euch. Ihr Wahnsinnigen werdet heute bezahlen. Welch Verfehlung könnt ihr uns vorwerfen, Vagabund? Wir leben ein gottgefälliges Leben. Anders als ihr. Ihr seid Betrüger. Ja, und ihr werdet heute endlich zur Rechenschaft gezogen. Ihr kämpft gegen den Willen Eggwors. Und gegen den wahren Herren Tethrofs ist ein Sieg ausgeschlossen. Halt den Mund und kenn's. Priester. Die Deceiven sind eine Gruppe von Kriminellen, die einen ewigen Groll gegen die Priesterschaft hegen. Vor Jahren, als der Abtei bei einem Angriff der Trolle halb niedergebrannt wurde, suchte die Hohepriesterin nach Helfern im Verlies von Riverstone. Ihr alle habt in eurem Leben große Fehler gemacht. Ich kann euch helfen, den Pfad der Erlösung zu finden. Sie versprach den Verbrechern eine Begnadigung sowie unermessliche Reichtümer im Gegenzug für ihre Arbeit. Die Deceiven ließen sich auf den Handel ein und bauten die Abtei wieder auf. In Erwartung einer Belohnung. Was hast du mit deinem Anteil vor? Ich werde mir ein Gehöft im Norden kaufen. Dann hab ich endlich meine Ruhe und kann eine Familie gründen. Und du? Ich kaufe mir ein Pferd, neue Wanderstiefel und steche in See. Ich werde die ganze Welt bereisen und mit Piraten fechten. Bald, mein Freund. Bald. Als jedoch der Tag kam und die Arbeit getan war? Ich danke euch, verehrte Seelen, für eure Hilfe. Ihr habt Equor heute einen gewaltigen Dienst erwiesen und damit einen großen Schritt auf den Weg zur Erlösung getan. Und unsere Belohnung? Dies ist eure Belohnung. Was? Im Dienst für den wahren Herrn Tethrods zu stehen, ist die größte Ehre, die euch zuteilwerden kann. Ich bin froh, dieses Privileg mit euch teilen zu dürfen. Das kann doch nicht wahr sein. Werden wir denn wenigstens begnadigt? Keine weltliche Begnadigung kann ich bieten. Doch etwas viel Wertvolleres überreiche ich euch. Vergebung von Equor. Ihr seid doch nicht mehr bei Trost. Verbetreter, Betrüger. Ihr schuldet uns Gold. Ihr schuldet uns die Freiheit. Seit diesem Tag sinnen die Deziven auf Rache. Und als sie wenige Monate später mitsamt aller anderen Gefangenen aus dem Verlies von Riverstone ausbrachen, schlugen sie ihr Lager in den Grotten nahe der Abtei auf. Verfluchte Verbrecher. Ihr werdet meinen Stahl zu schmecken bekommen. Betrüger. Wir holen uns, was uns gehört. Ihr Fanatiker werdet uns kein weiteres Mal übervorteilen. Oh je. Was ist denn hier los, verdammt? Ein Angriff? Wenn ich je eine Gelegenheit kriege, dann jetzt. Der Foliant. Die Luft scheint rein zu sein. Also schön. Drei, zwei... So weit, so gut. Jemand kommt. Verdammt. Eine Alarmglocke? Da oben. Pack das Seil durch und stell es ab. Wir haben es bis in die Bibliothek geschafft. Sehr gut. Stehlen wir etwas? Oder... Was wollen wir mit Büchern, hä? Gut. Das wird ein Feuerwerk. Die wollen die Bücher abfackeln? Meine Güte, sind das viele Bücher. All das Wissen. Verdammt. Na sowas. Ein gläudes Feuer. Wie hast du denn das gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Lass die Bücher in Ruhe. Wer bist du? Ein Magier. Was macht ein Magier denn hier? Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr die Bibliothek verbrennt. Was interessiert es dich? Ja, verschwinde. Wir haben nichts mit dir zu schaffen. Steh nicht im Weg rum, sonst machen wir dich kalt. Wieso mach ich das? Verdammt ist das kalt. Wie du willst. Ich will niemandem wehtun. Überlegt es euch. Ihr Magier denkt, ihr seid unbesiegbar. Bloß weil ihr ein bisschen herumfuchtelt und mit Eiszapfen werfen könnt. Aber mit ner richtigen Waffe könnt ihr nicht umgehen. Ich dachte, die Priester hassen euch. Wieso verteidigst du sie dann? Weil ich nicht aus Stein bin. Gegen uns beide kommst du nicht an. Verdammt. Ich hab keine Wahl. Verdammt. Ihr wolltet es nicht anders. Nein, elender Mistkerl. Ich hab euch gewarnt. Dafür werde ich dir den Schädel einschlagen. Was ist das für ein Licht? Das Licht eines Untergangs, du räudiger Bandit. Ihr Dummköpfe habt euch in die Bibliothek gewagt. Und dafür zahlt ihr den Preis. Der Inquisitor. Ich muss hier verschwinden. Verdammt. Magier? Magier! Er hat seine Chance erkannt. Bruder Runders. Hier seid ihr. Ja, Schwester. Diese beiden Deciven sind bis hierhin vorgedrungen. Du hast sie besiegt? Natürlich. Helft mir, sie hinunter in den Keller zu bringen. Wenn einer von ihnen noch lebt, könnte er interessante Dinge zu berichten haben. Bruder, der Angriff ist noch nicht vorbei. Lasset uns zuerst unsere Pflicht erfüllen. Ja, natürlich. Ich habe es geschafft. Jetzt hoffe ich nur noch, dass es das auch wert war. Also schön. Ich mache mich besser auf den Rückweg zu Yarolus. Bis morgen Mittag könnte ich in Hollow sein. Erolus? Ich bin zurück. Ich habe euer Buch, wie ihr wolltet. Yarolus? Yarolus? Ach, verdammt. Yarolus, bitte. Ich bin wieder da. Lasst mich rein. Vielleicht ist er auf Reisen gegangen. Na, dann werde ich wohl auf ihn warten müssen. Teres verschafft sich mit Hilfe eines Zaubers Zutritt zum Turm. Er hat keine Ahnung, welcher Gefahr Yarolus ausgeliefert ist. Der große Zauberer steht kurz vor der Erkenntnis, dass er seine Welt zum Untergang verdammt hat. Junge, Junge, da hast du aber wirklich etwas angestellt. Ich weiß nicht, wie ich aus der Sache wieder herauskomme. Du musst mir helfen. Ich? Oh, nein, 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 nein. Ich werde daran keine Fingerabdrücke hinterlassen. Aber wie soll ich den Brand dann aufhalten? Indem du dich zusammenreißt und überlegst, was getan werden muss. Wo ist das Problem? Wo liegt die Lösung? Und wie kommst du dorthin? Ich soll nachdenken? Kann doch nicht so schwer sein, oder? Wozu hast du ein Gehirn, wenn du es nicht benutzen willst? Lernen ist nicht alles. Selbst denken können ist mindestens genauso viel wert. Die Heimatwelt der Orks befindet sich im Wandel. In den vergangenen Wochen schwärmten die Orks der Roten Bastion in alle Himmelsrichtungen aus, die anderen Clans unter ihrem Banner zu einen. Sei es friedlich oder mit Gewalt. Immer mehr Männer, Frauen und Kinder strömen in das Kargital am Fuße der Bastion. Und von seinem Balkon hoch oben auf der Spitze des Bergfrieds schaut Co. wohl dem Treiben zu, und sinniert über seine Pläne. Tausend Orks sind bereits angekommen. Zweitausend mehr sind mir sicher. Und mehr werden kommen, wenn meine Macht erst groß genug ist. Die Vorräte reichen noch ein Jahr. Spätestens dann müssen alle Truppen bereit sein. Und der Schlüsselstein aufgeladen. Das letzte Puzzlestick, das mir fehlt, sind die Runen zur Welt der Menschen. Overlord. Was gibt es, Hauptmann? Ich komme mit Kunde aus dem Norden. Unsere Botschafter sind zurückgekehrt. Und was antworten die Eisklippen? Ein klares Nein zu euren Forderungen, Meister. Seht selbst. Ihre Köpfe trieben heute Morgen ans Ufer. Sie scheinen direkt nach ihrer Ankunft getötet worden zu sein. Das stand zu befürchten. Die Nordstämme sind stur und dickköpfig. Sie halten sich an altem Hass fest. Die Kriege unseres alten Overlords verfolgen das Volk bis heute. Was sollen wir tun, Meister? Und wie werden wir diesen Verrag sühnen? Sühnen? Hauptmann Frack. Ich sagte bereits, dass wir die Clan-Streitigkeiten hinter uns lassen müssen. Denn wir eine Chance auf ein neues Leben wollen. Wie ihr befehlt. Kommandiert einen Trupp eurer besten Männer ab. Ich werde sie begleiten und dafür sorgen, dass meinen Forderungen Gehör geschenkt wird. Es wird geschehen. Was ist Koradhan? Hast du die Auswahl meiner Männer nicht? Hast du die größten und bedrohlichsten ausgewählt, die du finden konntest? Richtig. Gowol will mit unseren Brüdern reden. Wieso willst du einen Kampf provozieren? Es kommt gar nicht erst zum Kampf, wenn unsere Feinde eingeschüchtert sind. Du hast keinen Respekt vor unserem Volk. Hör endlich auf, dich zu beschweren. Ich diene der Roten Bastion genauso lange wie du. Auf deine ewige Kritik kann ich verzichten. Wenn diesmal etwas schief geht, werde ich nicht eingreifen können. Das wird auch nicht nötig sein. Dann komm auch nicht angekrochen, wenn dir deine Dummheit um die Ohren fliegt. Hauptmänner, ist mein Trupp einsatzbereit? Bereit und gerüstet, Overlord. Wir erwarten euren Befehl. Gut, wir folgen dem Fluss bis zu den Eisklippen. Dann werden wir sehen, womit wir diese Narren locken können. Halt! Was ist das? Wovon strecht ihr, Meister? Dieses Gefühl. Jemand ist unter uns, der nicht in diese Welt gehört. Was meint ihr? Wie kann denn... Zauberer seid ihr es? Wo versteckt ihr euch? Grüße, Gurvol. Was in aller Welt? Ein Mensch schweigt! Ich hoffe, ich störe euch nicht bei etwas. Nicht doch. Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Ich habe Fragen an euch. Und ich werde keinen Aufschub dullen. Hm, gewiss. Wir werden reden. Meister! Was sollen wir tun? Reist an meiner Stadt gen Norden. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir? Meister? Hauptmann Goradan und ihr, Frack. Und was ist mit... Keine Fragen tut, was ich sage. Jawohl, Meister. Ich komme ja schon. Enttäuscht mich nicht. Wir befehlt. Du hast ihn gehört. Das ist nun unsere Mission. Es scheint wohl so. Wer ist dieser Mensch? Ich weiß es nicht. Gurvol scheint beunruhigt über seine Anwesenheit zu sein. Denkst du, er stellt eine Gefahr dar? Gurvol wird ihn besiegen, falls es so ist. Nun komm, wir haben einen weiten Weg vor uns. Gehen wir. Hier können wir sprechen. In meinem Salon. Bitte, setzt euch doch. Ich stehe lieber. Er hat sich einiges getan seit meinem letzten Besuch, wie es scheint. Dank eurer Hilfe, Zauberer. Ich bin euch nach wie vor zu Dank verpflichtet. Hm, es geht also aufwärts für euer Volk. Es ist noch ein weiter Weg, doch wir gehen in voller Zuversicht. Ich sehe. Nun nicht. Ich konnte meinen Stamm überzeugen, mir zuzuhören. Wir einen das Volk. Ja, da draußen herrscht wahrlich reges Treiben. Ich hatte nicht gewusst, dass ihr zum Krieg rüsten wollt. Die Orks brauchen eine Aufgabe. Einheit und Ordnung geben uns Kraft. Mhm. Und ich habe das Volk daran erinnert, dass eines Tages die Dämonen zurückkehren könnten. Für diesen Tag müssen wir vorbereitet sein. Ah ja, die Dämonen. Ist etwas nicht in Ordnung, Zauberer? Was führt euch zu mir? Eure Probe war verunreinigt. Verunreinigt? Eine zerstörerische Kraft pulsiert in euch. Dämonenmagie. Ich hätte viel früher darauf kommen müssen. Wovon sprecht ihr? Ich weiß, was ihr getan habt. Ihr habt die Magie der Dämonen angezapft. Mit Hilfe meines Zaubers. Ich gehe jede Wette ein, dass ihr einst die Dämonen gerufen habt. Das ist alles Teil eures Plans. Selbst wenn dem so wäre, was kümmert es euch? Weil ihr eine Invasion vorbereitet. Ich habe mich umgesehen. Ihr plant, diese Welt hinter euch zu lassen. Ihr baut ein Portal. Ihr scharrt die Orks um euch. Ihr schmiedet Waffen. Und ihr lügt mich an. Ihr habt mich von Anfang an belogen. Was soll ich eurer Meinung nach aus all dem machen, Ork? Was ihr daraus machen sollt. Es wäre besser, euch zu verkriechen und euch nicht aufzuspielen, als hättet ihr Autorität über mich. Ihr? Also gebt euren Verrat zu. Ihr habt lange gebraucht, um die Wahrheit zu erkennen. Und nun ist es zu spät. Ich hatte nicht vor, euch zu töten. Ihr hättet in Frieden weiterziehen können. Verfluchter! Ihr machtet nicht den Eindruck, viel für euer Volk übrig zu haben. Das hat hiermit nichts zu tun. Ihr habt mich belogen. Ihr seid ein Schurke. Ihr habt euer Volk verraten. Und ihr habt eures den Dämonen ausgeliefert. Und ihr mir eures. Ich werde euren Machenschaften heute ein Ende setzen. Ihr seid nicht mächtiger als ich. Legt ihr eure Hand dafür ins Feuer. Elender Feigling! Diese Kräftiger hören euch nicht. Doch sie gehorchen meinem Befehl. Wir werden sehen, wie lange... Verflucht ist das heiß. Die Flammen der Dämonen haben meine Welt versenkt. Und nun werden sie euch verschlingen. Er ist zu mächtig. Das... Das kann nicht... Elender Narr! Ihr hättet euch heraushalten sollen. Sterbt nun, Zauberer. Ah! Ah! Nein! Ich muss fliehen. Ich... Ich muss... Ah! Das... Das Fenster. Meine einzige Chance. Elender Zauberer. Ah! Nein! Ah! Verflucht. Wie konnte ich ihn entwischen lassen? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Orks! Was? Das ist der Overlord. Der feige Menschenzaubereist geflohen. Er will zurück in seine Welt. Das darf nicht geschehen. Eilt voraus. Haltet ihn auf. Holt den Raben vom Himmel, bevor er den heiligen Berg passiert. Ihr habt den Overlord gehört. Wo fäckst du? Schafft alles heran! Der Zauberer flieht! Verflucht! Sie werden mich einholen. Hierher zu kommen war ein Fehler. Ich elender Narr! Die Hauptmänner des Overlords haben indes den Weg bis an das unheilvolle Fronttor der Eisklippensiedung zurückgehegt. Der Wind peitscht ihnen ins Gesicht und von der schwarz gebrannten Palisade schauen die einheimischen Orks argwöhnisch auf sie heran. Sie wollen uns nicht reinlassen. Natürlich nicht. Sie denken, wir sind gekommen, um sie zu töten. Also, was schlägst du vor? Ich schlug eine respektvollere Behandlung unserer Brüder vor. Nun werden wir einem Kampf nicht entgehen können. Gut. Mach deine Axt bereit. Wir hatten diesen jährlichen Holzwall nieder und zeigen ihnen, wer das Sagen hat. Das ist nicht, was Gurwoll uns aufgetragen hat. Das bringt unser Volk nicht voran. Gurwoll will Ergebnisse. Ich glaube nicht, dass es ihn kümmert, wie wir seinen Willen erfüllen. Dann mach schon. Es sind deine Männer. Männer! Sie ist die Äxte! Macht Feuer! Wir werden diesen Dissidenten zeigen, was die Strafe für ihre Ungeorsam ist! Für den Overlord! Vergesst nicht, wir kämpfen heute gegen unseresgleichen. Lasst Gnade walten! Keine Sorge! Es wird genügend Überlebende geben, die sich der Schar anschließen werden. Soll es denn unser Schicksal sein, ewig gegen unser eigenes Volk zu kämpfen? Na los! Der Overlord will, dass dieser Runenkreis zerstört wird! Dieser mickrige Mensch wird uns nicht entkommen! Sie zerstören meinen Fluchtweg! Verdammt! Ich spüre, dass er hier ganz in der Nähe sein muss. Er versteckt sich in seiner Vogelgestalt. Doch er kann nirgends hin. So lange Gurwoll mir auf den Fersen ist, kann ich nicht riskieren, entdeckt zu werden. Da habe ich mich in eine schöne Situation gebracht. Du warst schon immer viel zu selbstsicher. Du scheinst immer wieder zu vergessen, dass auch du nur ein kleiner, schwacher Mensch bist. Nein. Ich bin mehr als irgendein Mensch. Wenn auch nur ein einziger Mensch, der mir sowas gesagt hat, nicht auf die Schnauze geflogen wäre, dann hätte ich vielleicht aufbauende Worte für dich übrig. Aber unter den gegebenen Umständen habe ich nur Mitleid. Ich brauche kein Mitleid. Ich brauche nichts von niemandem. Ich habe meinen Verstand, meine Macht, mein Wissen. Dann benutze sie. Keine Panik. Es gibt einen Weg hier raus. Ich muss ihn bloß finden. Ist doch ganz einfach. Wo bist du? Wo willst du hin? Was steht dir im Weg? Ich bin allein im Feindesland. Ich will zurück nach Tethroth. Mein Portal ist zerstört. Ich werde von Orgs gesucht. Also? Also brauche ich ein neues Portal. Dafür benötige ich eine Konvergänz. Und die finde ich auf dem Heiligen Berg. Das siehst du. Alles gar nicht so schwer, wenn du nur kurz nachdenkst. Gut. Das ist ein Plan. Die Orgs bauen ein eigenes Portal. Es wird nicht einfach, doch ich muss es schaffen. Es gibt keinen anderen Weg. Ah. Hab ich euch gefunden, kleines Vögelchen. Wir sind durchgebrochen. Konzentration. Durchatmen. Dreckige Bastionsorgs. Legt die Waffen nieder. Wir wollen nur reden. Eure Wörter könnt ihr euch sparen. Wir werden eure Schädel auf demselben Weg zurückschicken. Weht ihr eurer Brüder? Roradon! Halt dich nicht zurück! Wir sind hier, um ihnen Respekt beizubringen! Das wird uns allen noch leid tun. Was? Wie? Wie kann denn? Was ist los mit dir? Bist du nicht bereit, für deinen Klaar zu kämpfen? Ich kämpfe für unser Volk. Das ist nichts als Barbarei. Gurvul hat den Overlord getötet. Das war auch in Ordnung für dich. Er hat ein ehrenvolles Duell gewonnen gegen einen schwachen Herren, der unser Volk Stück für Stück in den Dreck fallen ließ. Wir sind Orgs, Goradan. Dann! Zur Hölle mit unserer Ehre! Nun hilf uns endlich und verbrüdere dich nicht mit dem Feind! Häuptling! Wir werden angegriffen! Die Rote Bastion. Sie sind schneller gekommen, als wir dachten! Der Overlord fackelt nie lange. Wie damals bei der Schlacht am Frostgrad. Es sind nur eine Handvoll Krieger. Doch sie sind schwer gerüstet. Und ihre Äxte sind scharf. Hm. Die Bastion rüstet auf. Sie bereiten sich auf einen Krieg vor. Befehle, Häuptling! Haltet ihren Vorstoß auf. Sie sollen nicht denken, dass wir uns kampflos geschlagen geben. Doch bringt euch nicht unnötig in Gefahr. Tot. Nutzen unsere Krieger niemanden. Es wird geschehen, Häuptling! Hm. Was plant der Overlord nur? Meine Güte! Aus der Nähe ist das Portal noch gewaltiger. Ein Portal dieser Größenordnung könnte die gesamte Ork-Armee transportieren. Doch solange es noch nicht fertig ist, habe ich Zeit. Weiter! Weiter! Na los! Nicht schlapp machen! Auch sehr. Die Wälder sind müde. Wir arbeiten seit Tagen ohne Rast. Es gibt keine Pausen. Das Tor in die Menschenwelt muss fertig werden, bevor uns die Vorräte ausgehen. Lange halten wir nicht mehr durch. Ihr habt wohl Faulfieber. Wie? Soll ich den Overlord rufen? Urwoll wird euch sicher motivieren können. Nein, aufsehe er. Also zurück an die Arbeit! Oder du wirst geknechtet! Sie sind abgelenkt. Trotzdem muss ich mich beeilen. Verdammte Verbrennungen. Konzentration. Konzentration. Tethroth. Ich will nach Tethroth. Der Wald. Das Meer. Die Menschen. Ja, sehr gut. Ich sehe die Welt vor mir. Die Runen sind akkurat. Sie werden mich nach Hause bringen. Jetzt noch einmal konzentrieren. Er ist hier irgendwo. Meister Gurwoll. Was verschafft uns die Ehre eures... Aufseher. Ein Mensch versteckt sich hier am Portal. Ein Mensch? Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Ich werde augenblicklich meinen Männern auftragen, die Gegend zu durchsuchen. Tut das. Er ist mächtig. Versucht nicht, ihn allein zu stellen. Wenn ihr ihn findet, ruft mich. Jawohl, Meister. Der Narr will fliehen. Er schafft ein Portal, um nach... Um nach Hause zu kommen. Und er wird mir damit mehr helfen, als er ahnt. Männer, wir stehen vor dem Haupthaus. Seid, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Warte. Hm? Was gibt es noch? Wir haben Dutzende Männer getötet. Der Häuptling muss uns anhören. Die Zeit der Worte ist vorbei. Er hatte lange genug Zeit zum Reden. Verfrug, lass mich los. So frei. Ich könnte dir hier und jetzt den Kopf abbeißen, Frack. Wie gedenkst du dich zu befreien, hm? Ich bin stärker als du. Du hast mich unangekündigt angegriffen. Wie ist das? Hattest du nicht lange genug Zeit zum Reden? Soll ich dich etwa loslassen? Ja. Wir werden dem Häuptling dieselbe Chance geben wie dir. Sei froh, dass ich weiterdenke als du. Dann viel Erfolg bei deinen Bemühungen. Häuptling der Eisklippen. Ihr seid hier. Ihr kommt. Allein? Ich will mit euch reden. Im Namen des Overlords der Roten Bastion. Euer Overlord hat unseren Clan nie in Frieden gelassen. Seit Jahrzehnten bedrängt ihr uns. All die Toten. Auch heute sind viele meines Stammes durch eure Hände gefallen. Eine Schandtat. Ich riet den Männern davon ab. Nichts davon geschah im Auftrag des Overlords. Ich glaube euch nicht. Ihr seid gekommen, um mich zu töten. Und wenn ich heute sterben muss, dann mit meiner Axt in den Händen. Leg die Waffe weg, Häuptling. Hört mich an und es muss kein weiteres Orgblut vergossen werden. Seht, dies ist meine Axt. Ich erhebe nicht die Hand gegen mein eigenes Volk. Das sind... ihr... Unser alter Overlord ist tot. Was? Er war ein starker Krieger. Doch ein schwacher Herrscher. Er hatte keinen Weitblick. Er sah nur sich und seine Macht. Nicht so wie unser neuer Overlord. Wer... ist euer neuer Anführer? Der Hexenmeister Gurwoll. Gurwoll. Diesen Namen habe ich schon einmal gehört. War er beim Kampf gegen die Dämonen beteiligt? Er hat die Stärke der Dämonen für sich nutzbar gemacht. Und ein Land gefunden, das wir für uns beanspruchen können. Für die Rote Bastion. Für uns alle. Für unser Volk. Unser Volk. Er bittet eure Hilfe, Häuptling. Alle Org-Clans müssen vereint stehen und sich der Schar anschließen, um die neue Welt zu erobern. Die Clans einen. Euer Overlord denkt wirklich, dass das möglich ist. Viele haben sich uns bereits angeschlossen. Jeder Org ist in der Bastion willkommen. Wir rüsten für den letzten großen Krieg. Das Blutvergießen, das unser Leiden ein für allemal beenden wird. Ich bin bereit, den Overlord anzuhören. Wenn ihr mir garantiert, dass mein Clan und ich vor euren Männern sicher sind. Natürlich. Endlich. Ich dachte schon, du wärst tot. Diese Angelegenheit ist erledigt. Musstest du ihn töten? Wie ist es, sich mit dem Feind zu verbrüdern und zu versorgen? Er lebt. Und er wird uns begleiten mitsamt eines Trupps seiner Männer. Was? Die Schar ist um einen Clan Reicher. Und dir werde ich nie wieder das Kommando überlassen, Frack. Komm jetzt. Wir gehen nach Hause. Dort ist er, Meister. Also versteckt er sich zwischen den Felsen wie ein verängstigtes Tier. Eure Befehle? Ihr setzt eure Arbeit fort. Ich kümmere mich selbst um diesen Narren. Jawohl, Overlord. Er scheint beinahe fertig zu sein. Na also, die Koordinaten sind gezeichnet. Ein Schritt und ich bin zu Hause. Ihr verfügt über bemerkenswerte Talente, Mensch. Doch wie ich feststelle, seid ihr nicht unverwundbar. Es war ein Fehler, mich auf euch einzulassen. Doch ihr werdet euch an mir die Zähne ausbeißen. Ich bin gespannt, dies auf die Probe zu stellen. Das Portal muss mich wegschicken. Komm schon! Nein. Gebt endlich nach. Ihr könnt mir nicht entkommen. Komm schon! Komm schon! Ja! Viel Glück beim nächsten Mal, Gurwoll! Er ist entwischt. Ich war zu langsam. Einerlei. Mit den Runen, die er hinterlassen hat, habe ich alles, was ich brauche. Und für den Fall, dass er auf dumme Gedanken kommt, sollte ich ihn wohl besser im Blick behalten. Oh, wie kann irgendjemand freiwillig ohne Schlüsselstein reißen? Ich bin zurück. Und ich werde dafür sorgen, dass Gurwoll und seine grünen Hautraubs diese Welt niemals betreten. Nein, ich kann mich noch nicht um meine Wunden kümmern. Es gibt Wichtigeres zu tun. Ein halbwegs cleverer Kerl erklärte mir mal den Unterschied zwischen einem Fehler und schuldhaftem Versagen. Jeder kann einen Fehler machen. Doch ein Fehler wird nur dann zu schuldhaftem Versagen, wenn man sich weigert, ihn zu korrigieren. Ich korrigiere meine Fehler und niemand muss von all dem erfahren. Ja, Hulus begibt sich daran, den Runenkreis in einen Bandkreis zu verwandeln. Magische Entladungen tanzen um ihn herum und seine Augen glühen vor kosmischer Energie. Er wird erst Ruhe geben, wenn er überzeugt ist, dass die Welt sicher vor Gurwolls Eindringen ist. Unwissend, dass Gurwoll jede seiner Bewegungen genauestens im Blick behält. Terrence, ich habe mich entschieden, dich den Test wiederholen zu lassen. Oh, habe ich so viele Fehler gemacht? Im Gegenteil. Deine Antworten waren viel zu präzise. Du hast beinahe eins zu eins die Antworten aus dem Lehrbuch kopiert. Aber sind das denn nicht die richtigen Antworten? Ach, Terrence, die Lösungen aus dem Buch abzuschreiben ist Betrug. Dachtest du, ich würde das nicht merken? Die Menge aktiv zugeführter Lehrkraft korreliert nicht immer mit der Menge ausgestoßener Energie. Katalysatoren haben keine unbegrenzte Kapazität. Sie können von allzu großen Mengen von Energie überladen werden. Du hast die Antworten auswendig gelernt? Ich sagte doch, ich habe fleißig gelernt. Die letzten Wochen vor der Prüfung habe ich nichts anderes getan. Ähm, nun? Ich musste nichts aus dem Buch abschreiben. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir alle Fragen der Prüfung vorlesen und ich... Nein, nein, das wird wohl nicht nötig sein. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Terrence. Wirklich beeindruckend. Oh, danke, Meister. In Tessros sind ganze neun Tage vergangen seit Jarolus Fortgang. Während dieser Zeit hat Terrence in der Bibliothek des Turmes von Hollow auf die Rückkehr seines Mentors gewartet und die Zeit mit dem Nachlesen und Üben von Zaubern verbraten. Elemente, obgleich oberflächlich gesehen der Magie nicht unähnlich, erfordern eine erhöhte körperliche Kondition, können aber in den richtigen Händen zur Manipulation von Materie und Realität verwendet werden. Ich glaube, ich habe das Buch bei Meister Flaros schon mal gelesen. Herr Hollows ist immer noch nicht wieder da. Langsam gehen mir die Bücher aus. Ich will auch nicht länger meine Zeit totschlagen. Hat nicht einmal die Tür zu seiner Kammer abgeschlossen? Und noch etwas. Du wirst meine privaten Räumlichkeiten niemals betreten. Auch nicht, wenn ich abwesend bin. Verstanden? Nur Geduld. Jarolus wird sicher bald wieder hier sein. Bin ich denn nicht zum Lernen hergekommen? Also, durch die basale Verwicklung elementarer Kräfte mit dem Gewebe der Realität gehen manche davon aus, dass sich durch sie Möglichkeiten zur Translokation sowie zur Bindung magischer Kräfte an die materielle Welt ergeben. Wo könnte er nur stecken? Puh. Nun gut. Nur nicht zögern. Ich tauche hinab, nehme mir, was ich brauche, und dann nichts wie weg. Hinter den östlichen Klippen Teslas verborgen liegt das geheimnisvolle Phasenmeer. Lange bevor es Menschen gab, hauste dort bereits die Hüterin der Elemente. Ein mächtiger Naturgeist, die das Gleichgewicht aller sichtbaren Dinge bewahrt. Und am meisten liebt sie das Wasser. Nur die wenigsten wissen von ihr, sie zeigt sich niemals auf dem Festland und bloß einige Inselvölker auf der Rückseite des Planeten haben ihre Bekanntschaft gemacht. Auch Jaholus hätte nie von der Hüterin erfahren, wäre nicht sein Lehrmeister gewesen. Was für ein spannendes Universum das hier ist. Es gibt also sogar Naturgeister. Wie faszinierend. Naturgeister? Was meinst du? Hüter der... Baupläne. So etwas sieht man nicht jeden Tag. Dein Universum ist komplexer, als ich es ihm zugestehen wollte. Baupläne? Ich... ich verstehe nicht. Frendo, wenn du alles verstehen würdest, was ich sage, dann müsstest du mir nicht hinterherlaufen. Bauplanhüter. Und was bedeutet das? Dass diese Wasserfrau eines der ältesten und mächtigsten Wesen dieser Welt ist. Und dass sie direkten Zugang zu den Elementen hat, wenn das mal nicht irgendwann nützlich werden könnte. Oh, ein Glück. Ich dachte fast, der Zauber funktioniert nicht. Hier muss sie irgendwo sein, die Grotte. Mal sehen. Ein wenig mehr Licht. Ah, das ist besser. Irgendwo hier unten. Wer bist du, Sterblicher? Mein Schemen. Ähm, ich bin Jarolus. Ein Zauberer. Der Zauberer. Wie kannst du leben? Hier, wo kein Lufthau hingelangt. Ich habe nicht vor, mich lange aufzuhalten. Ich bin nur auf der Suche nach jemandem. Oder nach etwas. Du willst zur Hüterin der Bluten? Ja. Ich will sie um Hilfe bitten. Es ist dringend. Du hast den Weg hierher gefunden. Dann verdienst du es, empfangen zu werden. Folg mir. Danke. Vor dir liegt die Halle der Hüterin. Sie ist das schönste und weiseste Wesen dieser Welt. Mhm. Schwimm hinein, wenn du bereit bist, ihr gegenüber zu treten. Das werde ich. Meine Güte. Was für eine Halle. Wer bist du? Ich bin Jarolus. Und ich komme, um euch um Hilfe zu bitten, Hüterin. Ein Mensch. Deinesgleichen habe ich seit langen Jahren nicht gesehen. Du musst einen weiten Weg zurückgelegt haben. Oh, das habe ich. Hm. Nun gut. Trage mir dein Anliegen vor. Ich werde entscheiden, ob deine Sache aufrichtig erscheint oder nicht. Unserer Welt droht Krieg. Ich bin der Einzige, der ihn verhindern kann. Krieg, hm? Ihr Sterblichen und eure jämmerlichen Streitereien. Wenn es um einen gewöhnlichen Krieg ginge, dann glaubt mir, ich würde mich heraushalten. Doch was uns bevorsteht, ist nicht gewöhnlich. So? Eroberer aus einer fremden Welt sind auf dem Weg hierher. Ich muss sie aussperren. Und dafür benötige ich die Hilfe der Welt selbst. Hm. Du scheinst gut informiert zu sein. Woher hast du all dein Wissen? Wie hast du mich aufgespürt? Bitte, Hüterin. Gewährt mir eure Macht. Ich werde sie gut einsetzen. Hm. Nein. Nein? Etwas an dir ist... ...falsch. Du handelst nicht aus Rechtschaffenheit. Wie bitte? Ich erkenne kein Mitgefühl in dir. Keine Pflicht. Bloß Stolz. Ihr... ihr habt keine Erfahrung mit Menschen. Wie denkt ihr, könntet ihr... Ich helfe keinem Sterblichen, dem ich nicht vertrauen kann. Du bist der Macht der Elemente nicht würdig. Dann lasst ihr diese Welt lieber sterben? Du willst meine Kräfte für deine eigenen Zwecke nutzen. Dann sagt mir... Nein. Du kannst mir kein Versprechen geben, dem ich vertrauen kann. Ich bin Jarolus. Der größte Magier der Menschheitsgeschichte. Und ich werde die Macht der Elemente verwenden. Du willst mich herausfordern? Wenn ihr nicht zur Kooperation bereit seid. Dass ihr Sterblichen noch immer nicht die Sinnlosigkeit eures Aufbegehrens erkennt. Mein Anliegen ist ehrenhaft. Wenn ihr mir eure Hilfe verweigert, dann seid ihr... Die Beteuerung von Ehre ersetzt nicht eure Aufrichtigkeit. Du verbirgst deine wahren Absichten. Und darum kann ich dir nicht trauen. Doch bist du entschlossen und kenntnisreich. Ich will dir eine Chance geben, dich mir zu beweisen. Beweisen? Ich erlege dir eine Prüfung auf. Und was für eine Prüfung soll das sein? Komm Mensch. Ich werde dir zeigen, was dich erwartet. Nun gut. Ich lasse mich darauf ein. Hoffentlich ist es das wert. Du wirst meine Räumlichkeiten nicht betreten. Du wirst sie nicht betreten. Nicht betreten. Nicht betreten. Er ist nicht hier. Er kann es nicht wissen. Wage es. Und du wirst dir wünschen, ich würde dich nur aus meinem Turm werfen. Wenn ja Rolus an meiner Stelle wäre, dann würde er... Er hätte keinen Tag gezögert. Wahrscheinlich hätte er den Raum betreten, so wie er den Turm zum ersten Mal gesehen hätte. Im Grunde zeige ich ihm also nur seine Doppelmoral auf, wenn ich ihm nicht gehorche. Kämpfe für niemanden. Nur für dich selbst. Er wird es sicher verstehen. Meine Güte. Was in aller Welt ist das alles? Die Kräfte in diesem Raum. Ich... Ich hab sowas noch nie. Das... Das fühlt sich beinahe an wie... Ein ganzes Meer von Magie. So viele Strömungen. Also hierfür brauchte ja Rolus den Trollschädel. Aber was sind das alles für Kristalle? Äh... Ach, ein Journal. Mal sehen. Ja, er hält seinen Versuchsablauf hier drin fest. Vielleicht werde ich ja schlau draus. Die Trollopfergabe erfüllt ihren Zweck. Auch Magie manifestiert sich mit seiner Hilfe ungehindert im Katalysator. Ich werde den Aufbau für einen Tag stehen lassen. Ich bin bereits gespannt, welche Anwendungsmöglichkeiten ich finden werde. Ork-Magie? Was soll das heißen? Vielleicht ist auf den vorherigen Seiten etwas dazu beschrieben. Meine Reise in die Heimatwelt der Orks verlief nach Plan. Gurwoll hat mich empfangen und mir Zugang zur Konvergenz gewährt. Im Gegenzug für eine Erklärung meines Portalzaubers. Rolus? Portal? Heimatwelt der Orks? Ach, meine Güte. An was experimentiert ja Rolus denn hier? Erblickt vor euch den Strudel des Schicksals. Hm? Ein primordialer Malsturm. Ich hätte nicht gedacht, dass es dergleichen in unserer Zeit noch geben würde. Du stellst abermals deine Kenntnis unter Beweis. Nun ist es an der Zeit, dein Herz auf dieselbe Waage zu legen. Was soll ich also tun? Schwimme hinab in den Malsturm. Lass dich von ihm hinab in die Astralwelt ziehen und stell dich deinen Schatten. Astralwelt? So etwas wie eure Astralwelt habe ich noch nie gesehen. Es ist eine Art Spiegelwelt, die irgendwie mit euren Seelen verbunden ist. Was? Ich verstehe nicht ganz. Natürlich nicht. Vielleicht gehen wir irgendwann mal hin und schauen, was passiert. Ich habe die Astralwelt noch nie betreten. Fürchtest du dich, so steht es dir frei, an Land zurückzukehren. Doch meine Hilfe nimmst du nur dann mit, wenn du bestehst. Hm. Das habe ich verstanden. Gut. Möge das Schicksal dir heut sein, Mensch. Es muss doch irgendeinen Tritt gehen, um mich vor der Astralebene zu schützen. Vielleicht tut es ein einfacher Zauberschild. Die Bandagen lösen sich auf. Hätte diese Wasserhexe mir einfach gegeben, was ich will, könnte ich längst wieder zu Hause sein. Mich um meine Wunden kümmern. Nun gut. Auf in den Schlund des Todels. Teig, Mann! Teig, Mann! Das ist auch! Weg! Was ist das hier? Ich bin das. Nein, nein, nein. Bursche, so wird das nichts. Hör auf. Ich versuche es noch einmal. Lass es gut sein. Es hat keinen Zweck. Bitte, Meister. Ich strenge mich noch mehr an. Was soll es nützen? Du wirst es niemals schaffen. Du hast einfach nicht das Zeug dazu. Bitte sag das nicht. Ich habe bloß noch nicht die richtige... Manche Menschen sind einfach nicht für die Magie geschaffen. Manche jungen Burschen fühlen sie einfach nicht. Manche sollten besser was anderes machen. Nein, bitte. Ich kann es schaffen. Ich verspreche euch. Nein, es genügt. Ich kann nicht länger meine Zeit und die der anderen mit dir verschwenden. Es tut mir wirklich leid. Meister, ich bitte euch. Nein, Lehrling. Ich habe es lange genug versucht. Ein Magier konzentriert sich auf das Hier und Jetzt. Er erlangt innere Ruhe und Gewissheit aus seiner Stärke. Er sucht nicht das Abenteuer. Und es dürstet ihn auch nicht nach mehr, als ihm zusteht. Die Magie ist eine Berufung, die nicht für jeden bestimmt ist. Aber heißt das, ich... Pack deine Sachen, Diabolus. Du wirst morgen früh die Akademie verlassen. Festgefahrene Schwachköpfe. Ich muss mich nicht vor diesen verstaubten Erinnerungen rechtfertigen. Das ist alles Jahre her. Besser, ich finde schnell diese Prüfung, die mir... Hey! Quint. Meister Quint? Einfach nur Quint. Ich habe den Lehrerposten genauso schnell wieder abgelegt, wie ich ihn bekommen habe. Du packst deine Sachen. Ja, ich... Meister Erold hat mich... Ich habe das Gespräch mitgehört. Unschöne Sache, das. Aber ich kann nicht behaupten, dass es mich sonderlich überrascht. Weil auch ihr mich für ungeeignet haltet. Nicht doch, im Gegenteil. Es hätte mich schwer gewundert, wenn du dich in deren enges Korsett gequetscht hättest. Es wäre schade, um all dein Potenzial gewesen. Ihr... Ihr denkt, ich habe Potenzial? Oh, weit mehr als jeder von den Deppen im Konzil. Aber... Ich... Ich kriege keinen einzigen Zauber hin. Ich versuche ja, mich zu konzentrieren, aber... Hey, 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 hey! Dieses Gequatsch unterbinde ich mal, bevor du dich in Rage redest. Du gehst völlig falsch an die Sache ran. Wenn ich die Magie nicht fühle... Wie soll ich dann... Nun, pass mal auf. Magie, wie ihr sie nennt, ist eine ganz einfache Sache. Sie ist fester Bestandteil eurer Welt, sozusagen eine der treibenden Kräfte. Es mag manchen leichter fallen als anderen, doch jeder von euch spielt auf demselben Spielbrett. Ihr meint, ich kann es doch erlernen? Mit der richtigen Einstellung und ein wenig Hilfe. Einmal so ganz ohne Hintergedanken, falls du es zu einem echten Magier bringst, was würdest du mit deiner Zeit anfangen? Ich würde die Welt bereisen. Ich würde auf große Forschungsreise gehen und alles über die Welt lernen, was es zu lernen gibt. Oh, hört sich nach einem guten Plan an, mein Lieber. Wollt ihr damit sagen, dass... Ich überlege noch, aber derzeit tendiere ich in der Tat dazu, dich unter meine Fittiche zu nehmen. Ein Weitchen werde ich noch hierbleiben. Und während ich Neues über deine Welt lerne, kannst du an meinem Wissen teilhaben. Ihr... ihr würdet... Pack du erstmal deine Sachen. Ich denke noch ein wenig drüber nach. Ach, verdammt! Das bringt mich alles nicht weiter. In dieser Welt komme ich nicht vor und nicht zurück. Es muss irgendeinen Ausweg geben. Also gut, ich habe mich entschieden, dir unter die Arme zu greifen. Aber dir muss klar sein, auf was du dich einlässt. Ja, natürlich. Danke, Meister Quint. Einfach nur Quint. Nun, du hast den richtigen Eifer, aber ich garantiere dir, du hast nicht den Hauch einer Ahnung. Lektion 1, wenn du so willst. Vergiss alles, was dir diese kleinkarierten Trottel in ihren Bademänteln beigebracht haben. Wirklich... alles? Der Einfachheit halber ja. Dir wurde beigebracht, dass Magie etwas Mystisches und Nichtgreifbares sei. Dass ein vollkommenes Verständnis der Zauberei und ihrer Möglichkeiten nicht erreichbar wäre. Ja, ja. So hieß es. Mhm. Schwachsinn. Ich bin nicht greifbar. Mein Kontinuum ist nicht greifbar. Gut und Böse sind nicht greifbar. Magie ist genauso einfach zu verstehen, wie der Zusammenhang zwischen Sonne und Regen oder Masse und Gravitation. Zwischen was und wie bitte? Ich will damit sagen, dass du Magie als Wissenschaft verstehen kannst. Sie basiert auf Fakten und Gesetzen und nur weil du oder irgendwer sonst eine Antwort nicht kennt, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Wenn du das sagst, Quint. Und jetzt wollen wir mal an die Arbeit gehen und herausfinden, wie du Feuerbälle aus den Händen schießen kannst. Ist es nicht das, was ihr jungen Leute heutzutage können wollt, die Gesichter eurer Feinde schmelzen? Ja, Quint. Ich bin bereit zu lernen. Sehr gut. Nun wird auf meine Art gelernt. Ach, ich bin Quint nichts schuldig. Ich bin niemandem etwas schuldig. Was soll das alles? Diese Erinnerungen werden mich nicht von meinem Ziel abbringen. Kommt schon, Geister der Astralwelt! Ich bin gekommen, um geprüft zu werden! Dann los! Prüft mich! Wo ist mein Gegner? Ich fürchte keinen Kampf! Ich nehme es mit jedem auf! Ich bin der größte Magier aller Zeiten! Also, zeige dich, Bestie! Je ehr ich dich erlege, desto schneller kann ich tun, weshalb ich hergekommen bin. Ganz entspannt. Lehn dich zurück und denk nicht groß drüber nach. Nein! Keine Erinnerungen mehr! Konzentriere mich. Denken muss eine Selbstverständlichkeit für dich sein, bis du gar nicht mehr merkst, dass du nachdenkst. Aber ich kann meinen Kopf nicht abstellen und wenn ich... Von abstellen habe ich nichts gesagt, aber lenke deine Gedanken. Unfokussiertes Denken hilft dir nicht weiter. Gehe alles Schritt für Schritt durch. Visualisiere und dann schluck den Gedanken herunter und tu es einfach. Schritt für Schritt. Visualisieren. Runterschlucken. Einfach tun. Oh, ja! 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 Ja, 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 ja! Es hat geklappt! Mh-hm. Hu! Hu! Heiß! 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 Ich habe wirklich Feuer erschaffen. Ich wäre ja fast schon geneigt, dir eine Kostprobe meiner Magie zur Verfügung zu stellen, einfach nur, um zu sehen, wie das ausgehen würde. Deine Magie? Soll das heißen, dass du... Ein Schritt nach dem anderen. Bevor du Tiefseetaucher werden kannst, musst du erstmal einen Teich durchwarten können. Das ist doch... Das ist doch nicht möglich. Herr Rolus, ich muss... Ich muss ihn fragen, wenn er wiederkommt, ganz gleich, wie er reagiert. Magier! Ich weiß, dass du hier bist. Komm heraus! Ich komme im Auftrag der Abtei! Ist das dieser Inquisitor? Was willst du denn hier? Ich will reden! Komm herunter! Ich... Ich habe viel zu tun. Das wird warten müssen. Ich werde nicht warten. In Ordnung. Ich komme runter. Also, Inquisitor, du willst reden, ja? Rundas ist mein Name. Das hast du doch wohl nicht vergessen. Was willst du von mir? Ich will deine Hilfe. Was? Die Deceven planen einen weiteren Angriff. Diesmal wird es mehr als ein Schammützel. Sie wollen die Abtei ein für allemal zerstören. So, und was soll ich deiner Meinung nach dagegen tun? Ich habe einen der Angreifer befragt. So habe ich herausgefunden, dass ihr Anführer sie in Dread Chasm versammelt. Mir wurde aufgetragen, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Du wirst mir dabei helfen. Was? Warum? Weil ich alleine es nicht mit ihnen allen aufnehmen kann. Und du bist mir etwas schuldig. Was bin ich? Du und deine Brüder wolltet mich foltern und töten. Das ist auch noch nicht vom Tisch. Ich habe der Hohepriesterin gesagt, die Deceven hätten den Folianten des Itaros gestohlen. Sie war vollkommen außer sich. Ich könnte ihr einfach sagen, wer ihn wirklich mitgenommen hat. Elender. Eine Hand wäscht die andere. Helft mir und unsere Rechnung ist beglichen. Keine Tricks? Keine Konvertierungsversuche oder irgendwas dergleichen? Von mir? Also schön. Ich hole meine Ausrüstung und wir reiten los. Sehr gut. Ich freue mich auf eine effektive Zusammenarbeit. Die Erinnerungen sind ein Teil meiner... Deiner Seele. Was? Ahoi, Arolus. Du kennst mich ja noch. Quint, wie kann das? Du befindest dich in der Astrallebene schon vergessen? Du bist in den Tiefen deiner eigenen Seele. Sei besser vorsichtig, was du anrührst. Eine verletzte Seele tut unheimlich weh, habe ich gehört. Du bist nicht real. Du bist längst wieder in deine verfluchte Heimatwelt verschwunden. Na und? Man könnte sagen, nach allem, was ich für dich getan habe, werde ich für immer ein Teil von dir sein. Das bist du nicht. Ich habe mir alles erarbeitet. Und zwar allein. Ohne mich wärst du ein Nichts geblieben und in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Den ich dir vorgelegt habe. Und dann hast du mich verraten. Du hast mich herausgefordert. Es ist nicht echt. Es ist nicht echt. Selbst deine Erinnerung an Quint hat eine solch gewaltige Macht über dich. Dummer kleiner Mensch. Sei still. Bist du wirklich immer noch so bemüht, nicht so zu werden wie ich? Sei still. Je mehr du es versuchst, umso mehr wirst du wie ich. Die Jahre ziehen vorbei und du winkst ihnen aus der Ferne nach. Ich bin nicht wie du. Rett dir das ruhig ein und verleugne all die Beweise. Es gibt keine Beweise. All die Reisen, dein Benehmen, die vielen Erinnerungen, die Zauberfertigkeiten, dein Wissen. Du hast dein eigenes Volk verkauft. Deine ganze Welt. Das habe ich nicht. Ich werde das alles in Ordnung bringen. Das Feuer, das deine Welt verschlingen wird, könnte genauso gut deiner eigenen Hand entspringen. Nein, 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 ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich übernehme Verantwortung. Wieso erzählst du dann niemandem von deinen Machenschaften? Sie würden mich nicht verstehen. Du rettest bloß deine eigene Haut. Mein Wohl ist auch das Wohl aller anderen. Nein, du stehst allein vor dem Abgrund und niemand wird dich retten können. Ich muss mich nun mal selbst retten. Zu spät. Verschwindet. Verschwindet. Ich stehe nicht in deinem Schatten, Quint. Und der Schatten der Orks wird meinen Himmel nicht verdunkeln. Dummer kleiner Mensch, du hast nichts dazugelernt. Machst immer wieder dieselben Fehler. Ein schwacher Narr. Du hast die Abmachung gebrochen. Du wirst in den Abgrund fallen. Und niemand wird sich an dich erinnern. Still, still, still! Was? Was passiert hier? Ja! Du hast es überstanden, Sterblicher. Ihr seid es. Die Astral-Ebene ist der Spiegel eurer Seele. Ein unverfälschter Einblick in die wahren Ängste und Gefühle der Sterblichen. Ich lasse nichts mit mir umgehen. Du hast dich der Prüfung gestellt. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Seht ihr endlich die Not, die mich herteilt? Ich sehe, dass du ein bemitleidenswertes Beispiel für die Menschheit bist. Große Gefahr geht von dir aus. Und die Entscheidung? Ich helfe dir. Weil mein Bauchgefühl mir sagt, dass du etwas Gutes damit bewirken willst. Sei es aus noch so falschen Gründen. Danke. Ich leihe dir das elementare Siegel, von mir selbst im Herzen der Welt geschmiedet. Es wird dir die Macht geben, die Materie selbst zu erhärten und deine Feinde fernzuhalten. Ja. Genau was ich brauche. Bring es mir zurück, so wie du deine Pflicht getan hast. Solltest du mich hintergehen, wird der Zorn der Gezeiten über dich hinweg spülen. Verstanden. In spätestens einem Monat habt ihr euer Segel wieder. Gut. Und nun geh. Verlasse mein Reich. Und tu, was du tun musst. Nichts lieber als das. Endlich daheim. Wurz du denn all die Mühe? Lehn dich doch einfach zurück und genieß das Feuerwerk. Ich überlasse die Welt nicht ihrem Schicksal. Doch weil dir auf einmal so viel an ihr liegt? Ich bin nicht wie du. Je mehr du das beweisen willst, umso... Du bist nicht hier. Du bist nicht real. Ich werde es beweisen. Und ich werde allen zeigen, wer der größte Zauberer aller Zeiten ist. Das werden wir ja sehen. Ja, Rolus bearbeitet das Siegel und bereitet seinen Zauber vor. Er arbeitet gründlich, lässt keine Schlupflöcher. Die Orks dürfen Tessros nicht betreten. Und so verausgabt er sich und bemerkt weder das Fehlen von Terris noch die krummen Finger Gowulfs, die aus der Ferne nach ihm greifen. Terris, mein Junge. Da bist du ja, Vater. Ich dachte, du kommst nie heim. Ach, Terris. Natürlich komme ich heim. Ich kann deiner Mutter doch nicht die ganze Arbeit überlassen. Vater, geht es dir gut? Ja, klar. Ich brauche einen Schluck Wasser. Das ist alles. Komm, gehen wir zum Brunnen. Ich habe da letztens einen Frosch gesehen. Oh. Ich wollte ihn einfangen, aber dann ist er weggehüpft. Also dachte ich, er will vielleicht gar nicht von mir angefasst werden. Ich warte mal kurz. Was ist denn? Die Welt da draußen ist voll von Leid und Gewalt. Lass dich davon nie unterkriegen. Hörst du? Äh, ja. Natürlich, Vater. Also komm. Hol mir uns etwas Wasser. Terris ist bereits vor einem Tag von Holo aufgebrochen, um dem Inquisitor und das Hochlicht bei seiner Mission zu helfen, die Deceiven ein für alle Matze zerschlagen. Auf dem langen Ritt nach Riverstone ist Terris in Gedanken versunken. Der Inhalt von Yahoulos Journal beschäftigt ihn und lässt ihn an den Absichten seines Mentors zweifeln. Die Arbeit am Runenkreis geht gut vor. Die Orks scheinen ein zerstrittenes Volk zu sein. So wohl lässt durchblicken, dass er eigene Pläne hat. Er ist ein mächtiger Ork. Allein, dass er mich kontaktieren konnte, ist eine bemerkenswerte Leistung. Die Reise verlief zufriedenstellend. Ich habe begonnen, die Ork-Magie zu analysieren. Hey, hey Magier. Was? Wir kommen gleich durch Silverlock. Du sagtest, dort finden wir einen deiner Freunde. Äh, ja, richtig. Im Gasthaus zum lachenden Schwein, wenn wir Glück haben. Wer ist der Kerl? Wird er uns helfen? Er wird. Gib ihm einfach ein Bier aus. Er ist ein Zwerg aus Fethil. Ein Zwerg? Ja, ich war bereits mit ihm unterwegs. Er wird eine große Hilfe sein. In Ordnung? Der Umweg lohnt sich. Wenn dein Bericht über Dreadcasm akkurat ist, werden wir zu zweit nicht weit kommen. Ich versuche lediglich, diese Sache lebend zu überstehen. Ich beklage mich ja gar nicht. Ich will nur sicher gehen, dass wir keine Zeit verschwenden. Wir sind da. Dein Pferd kannst du bei der Tür anwinden. Mhm. Ich hasse Gasthäuser. Augen zu und durch. Lass das Schwert stecken und wir sind hier schnell wieder weg. Wir müssen bloß Ballerin finden. Hey, seht euch das an. Ein Magier und ein Priester? Der trägt die Rüstung der Abtei. Das ist ein Inquisitor. Bei Wirm, wo diese Typen auftauchen, gibt es nichts als Ärger. Psst, sie kommen. Die sterren dich ja alle an, als hättest du ihre Pferde im Fluss ertränkt. Wir Inquisitoren haben einen gewissen Ruf. Das wird dir sicher nicht entgangen sein. Ich habe davon gelesen. Ich war aber noch nie mit einem von euch unterwegs. Die meisten meiner Brüder würden dir ohnehin die Beine brechen und versuchen, dir deine Zauberei auszutreiben. Konzentration jetzt. Irgendwo hier drin muss... Ach, Magierbursche! Ho, ho, ho! Ist er das? Ja, das ist er. Ballerin! Schankwirt! Bring uns zwei! Nein, drei Krüge! Wer ist der grimmige Bursche in Rot? Das ist Runders Hochlicht. Und bitte kein Bier. Wir werden nicht lange bleiben. Was treibt dich denn her? Und obendrein mit diesen Herren Runders? Wir brauchen deine Hilfe. Ja, pass auf, Zwerg. Dort liegt Dread Chasm. Schon davon gehört? Von den Wanderern hier in der Taverne, ja. Muss ein unschöner Ort sein. Dort müssen wir hin. Und du musst mitkommen. Bitte wie? Anders ausgedrückt, Runders ist auf Missionen und ich helfe ihm. Aber wir brauchen Unterstützung. Hm, hm. Ja, wenn du eine gute Hilfe bist, spendieren wir dir ein Bier. Und du hast natürlich was gut bei mir. Ein verstecktes Banditenlager in einer unheilvollen Höhle auf geheimer Mission? Na, mehr musst du dir gar nicht sagen! Los geht's! Psst, nicht so laut. Wir dürfen nichts durchsickern lassen. Wir wissen nicht, wo die Deceiven ihre Leute sitzen haben. Ich hörte, ihr wollt die Deceiven auslöschen. Pff, wo... Wer will das wissen? Gute Güte! Du bist Kilgore! Richtig. Kilgore? Kilgore, bürgerlich Drever Humble, ist eine seltenerin und Kopfgeldjägerin aus dem Süden Tethro's. Als sie noch ein Kind war, wurde ihr Dorf Opfer eines Wehrwolf-Angriffs. Ihre Eltern starben. Sie selbst konnte entkommen. Doch der Fluch verwandelte sie über die Jahre in ein Monster, halb Wolf, halb Mensch. Sie schloss sich einer Bande von Kriminellen an und lernte so das Stehlen, Kämpfen und Töten. Und nun treibt sie sich herum, stets auf der Suche nach Beutel. Sogar andere Kopfgeldjäger haben Angst vor dieser Wölfin. Schön. Was willst du von uns? Ich will mich euch anschließen. Was? Äh, wieso denn das? Ihr wollt Rick den Zerstückler umbringen. Den Anführer der Deceiven. Richtig. Das will ich auch. Ich verlange keine Bezahlung, aber... Ich will seine Hand als Trophäe mitnehmen. Äh... Du... Hilfst uns? Und was bringst du mit? Wieso denkst du, du hältst uns nicht bloß auf? Oh, yeah. Ich kann euch durch Dread Chasm führen. Ich habe mein halbes Leben in dieser Höhle verbracht. Hm. Wenn du an meiner Fähigkeit zweifelst, können wir gerne vor die Tür gehen. Ja, vielleicht sollten wir das. Ich lasse mich nicht gerne von zwielichtigen Gestalten von der Seite anquatschen. Bitte, bitte, kein Ärger. Ja, du... du willst diesen Rick töten und wenn du das getan hast, dann... Dann ziehe ich meiner Wege. Es ist mir egal, was ihr vorhabt. Ich brauche gute Männer, um an ihn ranzukommen. Ihr braucht Hilfe? Eine Klaue wäscht die andere. Nun? Gut. In Ordnung. Jede Hilfe ist willkommen. Wenn dann alles geklärt ist, wollen wir los? Mhm. Ja. Bitte. Wir halten uns hier schon viel zu lange auf. Ja, gut. Machen wir uns auf den Weg nach Dreadcasm. Dreadcasm ist ein an den östlichen Klippen gelegener Höhlen-Schlund, der vor vielen Jahren von Minenarbeitern gegraben wurde. Der Stollen eröffnet den Weg in eine uralte Tropfsteinhöhle, die schließlich in einem geschlossenen Bereich unter dem Meeresspiegel mündet. Seit hierher hausen dort Diebe, Mörder und Schmuggler. Und seit dem Zusammenschluss der Deceven unter Rick, dem Zerstückler, dient die Höhle ihnen als Hauptquartier. Wir sind da. Ja, und ich sehe jetzt schon zwei Deceven. Sie halten Wache. Wie viele sagtest du, sind in dieser Höhle? Ich weiß es nicht. Hundert, vielleicht 200. Das wird eine ganz schöne Sauerei. Das wird kein Problem sein. Außer ihr seid nicht bereut, euch die Hände schmutzig zu machen. Ich würde nur ungern jemandem wehtun. Beichten hilft, los jetzt. Der ideale Moment, um zuzuschlagen. Ich schleiche mich hinab und übernehme den rechten. Zwerg, du schaltest den linken aus. Geht klar. Ihr beiden kommt nach, wenn ich das Signal gebe. Verstanden. Gut. Wann ist nur endlich Wachablösung? Heul nicht rum. Die Sonne geht gerade erst unter. Ich wäre lieber drin und würde die... Was war das? Ich weiß nicht. Irgendein Tier? Also, ich denke... Was? Treffer! Ja, gut gemacht. Niemand hat etwas gehört. Keine Angst, Junge. War schnell und schmerzlos. Ja, ja, enttäuschend. Ich gehe voraus. Haltet Abstand und lasst euch nicht entdecken. Ja, Rolus ist denn des komplett in seiner Arbeit versunken. Fieberhaft wirkt der einen Zauber nach dem anderen, hantiert mit mächtigen Artefakten und kanalisiert alle Magie, die er greifen kann, durch seinen Körper. Die Rückkopplung, die zerfetzt mir noch all meine Katalysatoren. Ich muss endlich den Gegenzauber auf die Reihe bekommen. Also schön, auf ein fünftes. Magie der Orks ist hier nicht willkommen. Sperr den Durchgang. Halte sie fern von uns. So schaffst du das ganz bestimmt nicht. Still. Konzentration. Ja. Jetzt den Gegenzauber. Verdammt. Der Zauber potenziert sich. Bis der Kristall ihn nicht mehr halten kann und explodiert. Magie alleine reicht nicht. Ich muss nach Hybrid-Zaubern suchen. Na, dann würde ich mich aber beeilen. Die Orks sind sicher schon auf dem Weg hierher. Werde ich denn langsam wahnsinnig? Doch, ich gehe davon aus, dass ich nicht existiere. Vielleicht hat ein kleiner Ausflug in die Astralebene deinen Verstand in Mitleidenschaft gezogen. Das fühlt sich nicht an wie eine Erinnerung. War es nicht? Nein, es kann nicht sein. Der echte Quint hätte sich mir längst gezeigt. Du kennst mich zu gut. Das sind bloß Erinnerungen. Schwachsinnige Ablenkungen. Ich muss konzentriert bleiben. Einfach konzentriert bleiben. In einem der Bücher wird die Lösung stehen. Was für eine Unordnung. Ach, der Junge muss hier herumgelungert haben. Über Flammenzauber. Na, ob dein neuer bester Friendo dir dein Steckenpferd klauen will. Du bist allein. Niemand kann dich stören. Du bist willens und in der Lage, Recht zu tun. Also, Konzentration. Konzentration. Mann, ist dieser Schacht unordentlich. Die Eismine ist ziemlich alt. Wurde noch vor 800 verlassen. Irgendwann hole ich eine Schar Zwerge hierher. Und dann zeigen wir euch, wie man richtige Werkarbeit betreibt. Der Stollen interessiert uns nicht. Wie wär's mit etwas Licht? Wir dürfen nicht auf uns aufmerksam machen. Wenn deine Menschen Augen nicht reichen, halte ich an mich. Wir? Dieser Wolfsmensch will nicht gesehen werden. Wir sind hier, um möglichst viele von diesen Banditen umzubringen. Ich dachte nur ihren Anführer. Wir zerschlagen die Deziven. Reißen sie mit Stumpf und Stil heraus. Ich hab kein gutes Gefühl bei diesem heimlichen Getue. Mich auch nicht, ehrlich gesagt. Bleiben wir zusammen, dann schaffen wir das schon. Hier, her! Um die nächste Biegung ist ein Lager. Wach, Leute. Nein! Nur irgendwelche Schufte sehen nicht nach Deziven aus. Wir können sie lautlos ausschalten, wenn wir alle zusammenarbeiten. Ein Plan? Ich schleiche mich vorbei und übernehme zwei. Ihr schlagt zu, sobald ich angreife. Und was tue ich? Hey! Mach keinen Lärm! Mhm. Sind alle bereit? Ja. Allzeit bereit. Hast du das gehört? Was? Dieses komische Geräusch. Da ist doch irgendwas. Na, dann geh nachschauen, wenn's dich stört. Was zum? Hey! Was passiert da? Da ist jemand. Bleib schocken! Wir werden überfallen! Schnell! Geh und hol Hilfe! Nein! Was zum? Ich lass dich bluten wie ein abgestochenes Schwein! Hilfe! Kein Problem. Ich will nur hoffen, das hat niemand gehört. Nein, es kann keiner gehört haben. Was sagst du? Ein kleiner Trick von mir. Eine Schallbarriere. Kein Ton kommt rein oder raus. Und wir flüstern die ganze Zeit. Deine Zaubertricks erstaunen mich immer wieder. Sehr schön. Ja, ich habe dich wohl unterschätzt, Magier. Lassen wir die Leichen einfach liegen oder... Werden wir wohl müssen. Jemand wird sie früher oder später finden. Bis dahin müssen wir außer Reichweite sein. Kommt! Ab jetzt ist ein Rennen gegen die Zeit. Keine Sorge, Junge. Jeder Alunke, den wir hier töten, hat es verdient. Was bitte? Na, ich weiß doch, wie du darüber denkst. Aber hier... Hier sammeln sich nur üble Gesellen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Danke, Ballerin. Aber ganz so einfach ist das nicht. Hm? Ich finde, niemand sollte über Leben und Tod andere entscheiden. Mein Vater sagte früher, dass man, wenn man in die Köpfe anderer Wesen schauen könnte, nur unendlich viele Gründe für die Gnade finden würde. Ich sehe es so. Wer rumrennt und andere Leute belügt, bestehlt, ermordet, der muss gestoppt werden. Egal mit welchen Mitteln. Und wenn er gute Gründe hat? Noble Absichten? Was, wenn er fehlgeleitet ist? Das ändert nichts am Ergebnis. Wir können hier heute eine Menge Leben retten, indem wir einige Alunken töten. Und was, wenn deshalb uns jemand als Schurken sieht und deshalb töten will? Wer sich auf die Seite von Mördern stellt, ist selbst ein Mörder. Wir dürfen uns nicht alles von solchen Leuten gefallen lassen. Hm, wenn du meinst. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Könntest du ja mit deinem Mentor darüber reden? Diesem Yarolos? Das könnte ich wohl. Das Portal in die Orkwelt ist bereit. Ich werde mehr wissen und größere Macht haben als je ein Mensch zuvor. Wir betreten die Tropfsteinhöhle. Oh, meine Güte. Was für eine Schönheit dieser Berg doch ist. Die Mienarbeiter sind damals durch Zufall hier drauf gestoßen, soweit ich weiß. Zu überlegen, wie viele solcher Höhlen es wohl geben könnte, von denen niemand etwas weiß. Es ist wahrlich ein Wunder. Mit ein wenig Pflege könnte diese Höhle selbst die Hallen von Kathazak in den Schatten stellen. Und ihr Menschen lasst sie einfach in die Hände dieser Verbrecher fallen. Ja, 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 ja. Wirklich eine Schatten. Was nun? Wo müssen wir lang? Folgt mir. Wir seht nun hinter den Reihen der D7. Sie bewachen meist nur den Haupteingang. Doch es mag sein, dass wir trotzdem wachen über den Weg laufen. Je mehr von den Mistkern wir ausschalten, desto besser. Ihr wollen sie zerschlagen. Nicht bloß ein wenig behindern. Hm. Ihr könnt gerne so viele töten, wie ihr wollt, nachdem wir den Zerstückler erledigt haben. Wollen wir nicht langsam weiter? Verräter, ich habe kein gutes Gefühl, hier so offen zu stehen. Er hat recht. Hier entlang. Wir nehmen eine Abkürzung durch die Niederung. Duckt euch! Ja, ich hörte. Die Kerle haben ziemlich was abbekommen. Verdammte Verräter. Kannst kaum erwarten, es denen zu zeigen. Hm. Wir sind vorbei. Weiter. Da, seht euch das an! Hm, verdammt! Sie sammeln sich da unten im Bassin. Dann greifen sie bald an. Wir haben zu viel Zeit verschwendet. Ich kann ihn sehen. Da drüben, bei den Kisten. Hm? Rick! Der junge Kerl mit der Augenklappe? Ja, so komme ich nicht an ihn heran. Ich könnte versuchen, ihn von hier aus abzuschießen. Nein! Dieser elende Nagel hat mir allein. Schön. Wir haben lange genug gewartet. Was tun wir also? Wir müssen näher heran, bevor wir angreifen. Und wir brauchen eine Ablenkung. Maria? Hm? Kennst du irgendwelche Tricks, die uns helfen könnten? Hm. Da gäbe es ein paar. Aber eine Ablenkung, die groß genug ist, um so viel auf uns aufmerksam zu machen, wird zweifellos auch die übrigen Deciven alarmieren. Hm. Ha. Dann stellen wir ihnen hier eine Falle. Eine Falle? Die Schwachköpfe sammeln sich dort unten. Und es gibt nur ein Weg hinab. Richtig? Korrekt. Dann kesseln wir sie ein. Zu viert? An der Decke hängen Hunderte von Tropfsteinen. Stalaktiten. Ja, meinetwegen. Wir haben ein Eismagier und ein Zwerg mit einer Armbrust. Wir zerschmettern sie, bevor sie überhaupt ahnen, was passiert. Hm. Ich verstehe. Aber ich... Ich kann doch nicht... Sarsins Bart! Die wachsen doch sicher nach. Oder, Magier? Äh, ich glaube... Siehst du? Ganz einfach. Und ihr braucht euch nicht einmal die Hände schmutzig zu machen. Gut. Dann ist es beschlossen. Ablenken. Angreifen. Zerschmettern. Sind alle da? Alle, die beim Angriff dabei sein werden. Gut. Halt die Augen offen. Ich will nicht gestört werden. Natürlich, Rick. Brüder, Schwestern, versammelte Deciven. Ihr seid meinem Ruf gefolgt, weil ihr wie ich zu den Betrogenen gehört. Das Königreich Riverstone hat jeden von uns im Stich gelassen und uns diesen verräterischen Hunden der Abtei überlassen. Elende, Verrückte. Verräter, Mörder! Diese Schande soll nun endlich gesügt werden. Ja! Endlich! Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, marschieren wir los. Wir führen offen Krieg gegen die Priesterschaft und wir begleichen die Rechnung. Wir brennen alles nieder und nehmen uns unsere Belohnung. Ja. So viel Gold, wie wir nur tragen können. Nach all den Jahren. Und wenn erst jeder im Königreich von unserem großen Sieg gehört hat, werden sich mehr Verschwäte unseren Reihen anschließen. Neue Brüder und Schwestern, die ihren eigenen Weg gehen wollten und vom König im Stich gelassen wurden. Kriminell haben sie uns genannt. Und verjagt wurden wir. Ja, jetzt sind wir an der Reihe. Drum kommt, Brüder und Schwestern. Wetzt die Messer. Flickt die Wämser. Die Armee der Deciven zieht in den Krieg. Endlich ist der Tag der Rache gekommen. Das ist er in der Tat. Doch nicht für dich. Kilgore. Ich habe mich lange auf diesen Moment gefreut. Wie ist das möglich? Männer, zu Hilfe! Es ist so hell! Was ist hier los? Ich... Ich... Jetzt werdet ihr gerichtet, ihr Bastarde! Sehr schönes Feuerwerk, Junge! Danke. Das war der leichte Teil. Folgt der schwierigere. Konzentrier dich auf einen Tropfstein nach dem anderen. Ja, sie müssen komplett durchgefroren sein, bevor du sie abschießen kannst. Nicht umsonst soll dein Bart brechen, Sarasin. Nicht an Denken, hä? Ja, dem Ziel entgegen. Hoffentlich hält der Inquisitor so lange durch. Fühlt den Zaun der... Wisterschaft! Verdammt! Ich bin geblendet! Ich kann nichts sehen! Ich komme nicht... ... an meine Waffe! Heute ist die Zeit der Abrechnung! Kommt her und holt mich! Haha! Kilgore! Wie hast du... Vor Jahren hast du mich verraten! Mir den Dolch in den Rücken gestoßen und mich zum Sterben zurückgelassen! Ich... Ich hatte keine Wahl! Die einzige Familie, die ich hatte! Und endlich kann ich die Rechnung begleichen! Ich... Hast du noch etwas zu sagen, bevor ich es zu Ende bringe? Du bist eine Närrin, wenn du denkst, dass du die Vissiven so einfach zerschmettern kannst! Ja! Von hier kommt das Licht! Feinde! Hier! Los! Hilft unseren Brüdern! Ihr seid hoffnungslos in der Unterzahl! Mitten in unserem Versteck! Ihr habt keine Chance! Wir werden sehen! Komm her! Hör! Bereit, Junge? Ja! Ich denke schon! Gut! Anlegen! Zielen! Oh je! Da kommen immer mehr! Feuer! Treffer! Haha! Aber es reicht doch nicht! Du musst doch mal treffen! Ja! Ja! Run, das ist umzingelt! Ich... Ich muss gehen und ihm helfen! Ist gut, Junge! Ich schaff das hier alleine! Na, kommt schon! Na los! Das Feuer der Rechtschaffenheit umhüllt euch alle! Schwarzsinniger Priester! Wegen uns alle kommst du nicht an! Ja! Wir reißen dich in Stücke und werfen dich den Hunden zum Fraßwort! Und alle kriegst du nicht klein! Verdammt! Ist das kalt! Was ist das? Aus dem Weg, Halunken! Na, endlich! Er ist nicht allein! Wir sorgen dafür, dass ihr niemandem mehr schaden könnt! Ein... Magier? Was tut ein feiger Bücherwurm wie du hier? Obendrein auch noch mit einem Inquisitor! Wir sind hier, um euch umzubringen! Jeden einzelnen von euch! Hey! Das werden wir ja sehen! Ich gebe euch eine Chance! Legt die Waffen nieder und ergebt euch! Verdammt, Magier! Was soll das? Ich dachte, ich versuche es wenigstens! Die einzige Sprache, die diese Verbrecher verstehen, ist diese hier! Wenn wir mit dem Inquisitor fertig sind, nehmen wir uns dicht vor, Magier! Ja! Ich wollte schon immer sehen, ob ihr Kerle zäher seid als normale Menschen! Na schön! Ihr habt es nicht anders gewollt! Was? Oh Gott! Es ist so kalt! Und... So heiß! Was in aller Welt? Ein neuer Trick von dir? Ja! Eisfeuer! Frei nach dem Lehrbuch! Oh, ihr Deciven-Bastarde werdet euch wünschen, nie geboren zu sein! Ach ja? Ihr steht mit dem Rücken zur Wand! Das war's jetzt mit euch! Ach du meine Güte! Wie... Wie ist denn? Die Steuenzapfen! Sie fallen runter! Es geht los! Ja! In Deckung! Was geschieht hier? Alles nach Plan! Du! Ihr! Wie? Du! Hast verloren! Ah! Endlich! Hey! Wolfmensch! Komm schon! Wir müssen hier raus! Die Höhle stürzt ein! Es ist zu gefährlich hier drin! Ja! Rennt! Rennt nach draußen! Ballerin! Lauf! Wir müssen hier raus! Bin ja schon auf dem Weg, Junge! Sind alle da? Ja! Wir haben es raus geschafft! Und der Plan ging perfekt auf? Ja! Viele wurden erschlagen! Und der Rest ist versprengt! Davon werden die die Sieben sich nicht mehr erholen! Die schöne Höhle! Sind alle unverletzt? Nur ein paar Kratzer! Nicht der Rede wert! Keine Wunden, die nicht teilen würden! Gut gekämpft! Danke! Ja, wahrlich! Jeder hat seinen Teil geleistet! Wir sind ein erstaunlich gutes Team! Bitte, lasst uns nach draußen gehen! Langsam kommen mir die Höhlenwände immer enger vor! Ja! Kommt! Ich führe uns nach draußen! frische Luft! Die Sonne geht bald auf! Wir haben wirklich die ganze Nacht in der Höhle verbracht! Eine Gruppe wie die die Sieben in nur einer Nacht zu zerschlagen, ist eine große Tat! Hm! Ja! An diese Nacht wird man sich noch lange erinnern! Sehr gut! Die Abtei ist sicher! Und meine Stellung in der Priesterschaft ebenso! Dann sind wir jetzt hoffentlich quitt? Ja, ja, keine Sorge! Die Priesterin wird nichts über den Verbleib des Folianten erfahren! Gut! Danke! Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht! Aber ich würde nun gerne im lachenden Schwein sitzen und auf den Sieg anstoßen! Ich schließe mich an! Äh, äh, ja, na schön! Muss das sein! Na gut, da ihr mir geholfen habt, werde ich mitkommen! Ja, sehr schön! Auf, auf! Bis zum Nachmittag könnten wir dort sein! Die vier Abenteurer erholen sich von den Strapazen ihrer Reise und tauschen viele alte Geschichten und neue Ideen aus. Als der Tag sich dem Ende neigt, zieht Runders, der Inquisitor, Genheimat und Kilgore aus in die Wildnis. Bärlerin und Terris bleiben zu zweit zurück. Und, Junge? Wie geht's mit deiner Zweitausbildung voran? Äh, ich... Ich weiß nicht. Ich komme nicht an Jarolus heran. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob er wirklich der Richtige ist, um mir zu helfen. Also, ich mag zwar kein Experte sein, aber ich kann sehen, dass du ein talentierter Magier bist. Wie du mir deinen Zaubern um dich wirfst, das scheint dir doch bereits zu liegen! Ja, danke, aber... Ach, ich hab so viel gelesen über Jarolus und die Erzmagier von früher, mit welcher Selbstverständlichkeit sie zaubern und wie frei sie darüber reden können. Ich... Ich fühl mich einfach noch nicht so weit. Aber wann würdest du dich bereit fühlen? Wenn du dieselbe Macht erlangt hast wie Jarolus? Wenn du sein Alter erreicht hast? Nein, ich... Ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst dich nicht verstecken. Das ist alles nur in deinem Kopf. Ich... Ich werde versuchen, mit Jarolus zu sprechen. Wenn er denn irgendwann von seiner Reise zurückkehrt. Und... Ja, dann werde ich sehen. Ei! Auf uns! Und auf das Ende der Dessiven! Teres übernachtet in der Taverne und macht sich des Morgens auf den Weg nach Hollon. Er ruft sich in Erinnerung, was er im Journal von Jarolus gelesen hat. Und er nimmt sich fest vor, ihn damit zu konfrontieren. Irgendwann zeige ich dir mal meinen Zweitwohnsitz. Meinen schönen Azur-Palast am... Oh, die Namen würden dir alle nicht sagen. Du hast einen Palast? Natürlich! Keine Sorge, ich habe für meine Abwesenheit vorgesorgt. Eine Stadthalterin passt für mich auf die Welt auf. Freila, heißen sie. Ihr beide würdet euch blendend verstehen. Mal sehen, wann wir dazu kommen, sie zu besuchen. Ich bin in jedem Fall gespannt. Darfst du sein. Eine sehr schöne Welt. Ein echtes Paradies. Nach langem Ritt kommt Teres bei Jarolus Turm an und zögert, bevor er um Eintritt bittet. Aus dem Fenster zum Arbeitszimmer scheint ein eigenartiges Licht und die Luft in der ganzen Umgebung scheint zu flimmern. Er ist anscheinend wieder zurück. Was in aller Welt geschieht da oben? Meine Güte, so viel Energie. Völlig unkontrolliert. Ja, Rolus! Ich muss ihm helfen. Oh nein, nein, nein! Ich hatte es doch fast. Wie kann es sein, dass der Gegenzauber immer noch nicht funktioniert? Ich habe doch bereits alles versucht. Ich... Ja, Rolus? Was? Du! Hier! Raus hier! Ich will reden! Aber ich will nicht reden! Verschwinde! Raus! Nein! Hast du mich nicht gehört? Ich sagte... Ich lasse mich nicht mehr herumzergeln! Noch einen Schritt weiter. Und ich werde dich gewaltsam nach draußen befördern. Was tut ihr hier? Die magischen Linien erzittern, die Realität um euch herum wankt. Es geht dich nichts an. So behandelt ihr mich nach allem, was ich für euch getan habe? Ich habe dich nie um deine Anwesenheit gebeten. Geh jetzt! Verschwinde aus meinem Turm! Ich werde nicht gehen! Niemand betritt meine Kammer! Und doch bin ich hier! Ich will dir nicht wehtun müssen, Junge! Das habt ihr in der Hand! Schön. Ich habe dich gewarnt. Keine Samthandschuhe mehr! Was ist denn los mit euch? Seid ihr wahnsinnig? Ich war offenbar wahnsinnig, als ich dir erlaubt habe, hier zu bleiben. Hört auf! Verschwinde! Ihr benehmt euch wie ein kleines Kind! Tue ich nicht! Hört auf! Und lasst uns reden! Ich brauche niemanden zum Reden! Wie oft muss ich es noch sagen? Ich bin der größte Magier aller Zeiten. Der weiseste und brillanteste Mensch, der je gelebt hat. Und ihr dummen infantilen Schwachköpfe werdet mir nicht im Weg stehen! Ihr dummen infantilen Schwachköpfe werdet mir nicht im Weg stehen! Was ist los? Ich glaube, ich verwandle mich in jemanden, der ich nicht sein will. Ja, Holos! Es ist nicht, wie ich denke. Es gibt mehr als nur den einen Weg. Wie lange habt ihr schon nicht mehr geschlafen? Keine Zeit. Ich muss... Ich habe... Ihr habt Angst? Ja. Vor den Fehlern eurer Vergangenheit? Vor den Orks? Du... Woher? Ich habe euer Journal gelesen. Ich... Ich habe es dir doch... Ja, aber ich habe mich darüber hinweggesetzt. Und nun sehe ich, dass ihr Hilfe braucht. Also, was ist zu tun? Ich... Ein... Ein... Ein Gegenzauber... Die Rückkopplung der Aufladung zerstört meine Kristalle. Dann werde ich euch dabei helfen. Kommt, hoch mit euch! Oh je, ihr scheint es schon ein paar Mal versucht zu haben. Wo bewahrt ihr eure Kristalle auf? Dort. In dem Regal. Nur noch ein einziger da. Dann muss es wohl diesmal funktionieren. Bring ihn hierher. Positioniere ihn in der Vorrichtung. Wozu der alte Trollschädel? Er ist unser Katalysator. Er enthält die Ork-Magie. Ah. Und... Was ist das da für ein seltsamer Stein? Das Siegel der Elemente. Lange Geschichte. Es ist ein komplizierter Zauber. Unmöglich zu erklären. Ihr wollt die Orks aussperren. Und das tut ihr, indem ihr einen Bannzauber mit der magischen Signatur der Orks verknüpft und durch die Elemente selbst in die Erde leitet. Würde ich... Vermuten? Hm. Nun, das... Das ist richtig. Habt ihr schon darüber nachgedacht, den Zauber mithilfe kosmischer Ströme zu stabilisieren? Kosmische Ströme? Woher um alles in der Welt... Ich habe den Folianten des Itaros gelesen, den ihr so dringend haben wolltet. Ähm... Nun... Ich kam noch nicht dazu. Mhm. Jedenfalls steht darin, wie wir Lichtenergie nutzen können, um die Welt zu läutern. Ich schätze, das könnte vielleicht hilfreich sein. Hm. Es wäre immerhin ein Versuch wert. Dann weist mich an. Ich werde helfen, so gut ich nur kann. Also gut. Wir beginnen mit der Lay-Aktivierung des Kristalls. Bereit? Dann fangen wir an. Jetzt... Der Gegenzauber. Stärker. Mehr Kraft. Wir verlieren die Kontrolle. Es ist Zeit für das Licht. Ja. Versuchen wir's. Meine Güte. Komm schon. Komm schon. Ich kann nicht mehr. Nur noch ein bisschen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. 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 Endlich. Es ist geschafft. Hat es also funktioniert? Ja. Ich denke schon. Ein Zauberschild um die ganze Welt. Und davon darf niemand etwas erfahren. Ja. Natürlich. Ich muss mich ein wenig ausruhen. Ich bin seit Tagen nicht mehr zur Ruhe gekommen. Gewiss. Erholt euch. Ich werde in der Bibliothek warten. Und mich auch ein wenig zurücklehnen. Ist gut. Wir reden später. Wenn ich wieder klar denken kann. In Wahrheit hatte Jarolus sich weit länger geäzt als ein paar Tage. Er hatte bereits seit über einem Jahr keine Nacht mehr durchgeschlafen. Zu viel gab es zu tun. Doch nun, da er sich und seine Welt in Sicherheit glaubt, überkommt ihm die Müdigkeit. Beinahe den ganzen Tag schläft er durch wie ein Stein. Traumlos und ruhig. Und als er aufwacht, fühlt er sich bereit zum Reden. Ach, da seid ihr ja. Ich fing beinahe an, mir Sorgen zu machen. Das war nicht nötig. Ich habe zuletzt den Verzehr von herbeigezaubertem Pudding einer Rast vorgezogen. Ah ja, das habe ich in meiner Studienzeit auch oft getan. Ich bin regelmäßig nach zwei, drei Tagen umgekippt. Eine Zeit lang tut es wahre Wunder. Doch irgendwann sind der Geist sich nach Schlaf. Ich, äh... Einen Schluck Wasser? Danke. Ich, äh... möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Äh, was? Dich anzufallen und mit Zaubern zu bombardieren, war nicht rechtens. Ich hätte dich anhören sollen. Meint ihr das ehrlich? Meine Gedanken kreisten um mich und meine Aufgaben. Es war nicht meine Absicht, dich oder jemand anders in Gefahr zu bringen. Ja, ich verstehe. Und ich habe auch über dein Geständnis nachgedacht. Du hast dich über mein Verbot hinweggesetzt und meine Kammer betreten. Du hast sogar mein Journal gelesen. Das habe ich. Und um ehrlich zu sein, als ich die Seiten gelesen habe, befürchtete ich Schlimmes. Ich dachte, er hätte Tethroth verraten und seinem unbekannten Feind ausgeliefert. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Aber, dass ihr alles daran setzt, ihn wieder gut zu machen. Ist dir die Tragweite deiner Tat bewusst? Du hast dich meiner höchsten Weisung widersetzt. Niemand sonst weiß etwas von den Orks. Und das muss so bleiben. Ich verstehe. Und doch hast du mir geholfen. Und mir sogar die Wahrheit gestanden. Das hättest du nicht tun müssen. Und das will ich nicht bestrafen. Ihr bestraft mich nicht? Ich töte dich jedenfalls nicht. Ja, natürlich. Gleich wirst du meinen Turm verlassen und nicht wiederkehren. Und du wirst mit niemandem über mich, die Orks oder den Zauberschutz sprechen. Am besten ist es, du vergisst das alles. Verstehe. Gut, dann lebe wohl. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen Wegen. Wartet ja, Rolus. Hm? Wir hatten eine Abmachung. Ich war euer Laufbursche für mehrere Wochen. Und ihr seid mir die Bezahlung schuldig. Bezahlung? Ich gehe nicht, bevor ihr mir meine Fragen beantwortet. Du hast bereits mehr Antworten bekommen, als ich bereit war, dir zu geben. Und dafür habt ihr ja mehr Hilfe bekommen, als vereinbart war. Haha, ziemlich forsch. Ich kam zu euch, um zu lernen. Um zu verstehen. Damit ich endlich bereit bin, mich der Welt zu stellen. Also, erzählt mir die Wahrheit. Worüber? Na, wie ihr so mächtig werden konntet und wie ihr all euer Wissen erlangt habt, obwohl ihr nicht mal in der Akademie studiert habt. Wie habt ihr euch bereit gefühlt? Du denkst, meine Geschichte könne dir auf deinem Weg helfen? Ja, das denke ich. Niemand fühlt sich hier bereit. Das ist nun mal das Los der Wissenden. Je mehr wir über unsere Wirklichkeit wissen, umso mehr erkennen wir, dass wir niemals bereit sein werden, uns ihr zu stellen. Aber ihr habt es trotzdem gewagt. Ihr seid euren Weg gegangen. Und ich muss wissen, wie ihr ihn gefunden habt. Es zog mich nun mal in die Welt hinaus. Ich kann dir die Welt zeigen. Und nicht nur diese Welt. Ich muss dich nicht erinnern, dass du zur Verschwiegenheit verpflichtet bist. Das müsst ihr nicht. Ich werde schweigen wie ein Grab. Ihr könnt mir vertrauen. Hm. Es ist lange her, dass ich mit jemandem darüber gesprochen habe. Dann wird es erst recht höchste Zeit. Ich. Der Name meines Mentors war Quint. Quint, aha. Er war mit Abstand das mächtigste Wesen, dem ich je begegnet bin. Und vermutlich das gefährlichste. Ich habe eine lange Zeit in seinem Schatten gelebt. Und in Angst, wozu er imstande wäre, wenn er wiederkäme. Wie seid ihr ihm begegnet? Es war während meiner kurzen Lehrlingszeit an der Akademie. Ein ganzes Jahr hatte ich bereits mit dem Auswendiglernen und anschließender Überprüfung nutzloser Fakten und Daten verbracht. Seitdem hat sich nicht viel geändert, wie mir zu Ohren kam. Daher wirst du es wissen. Die Erzmagier sind fürchterliche Lehrer. Versunken in staubigen Büchern, die wohl eher als archaische Propaganda und Märchen zu verstehen sind, denn als zuverlässige Quellen. Wissen und Weisheit liegen in der Beobachtung. Aber was bringt es ausschließlich in die Vergangenheit zu blicken? Sollten wir uns nicht auf die Zukunft vorbereiten? Den Blick in die Zukunft zu richten, trägt den Schatten von Habgier und Unzufriedenheit. Ihr denkt, Neugier sei Unzufriedenheit? Fahre mit deinen Studien fort. Hinterfrage nicht unsere Lehren. Zu jener Zeit zweifelte ich stark an den eigenen Fähigkeiten. Schwer vorstellbar, ich weiß. Kein Zauber wollte mir gelingen. Und in dieser schwachen Stunde begegnete mir... Quint. Guten Morgen, Klasse! Ist heute nicht ein schlichtweg wundervoller Tag? Vom ersten Augenblick war klar, dass er vollkommen anders war als die Erzmagier. Ich möchte euch in unserer ersten Unterrichtsstunde eine grundlegende Frage stellen. Wieso seid ihr hier? Wozu wollt ihr Magier werden? Was habt ihr mit eurem Leben vor? Das waren zwar drei Fragen, doch ihr seid sicher intelligent genug, den Zusammenhang zu ergründen. Als ich aus der Akademie austrat, bot Quint mir seine Hilfe an. Ich glaubte damals, er hätte es aus Sympathie getan, vielleicht auch aus Mitleid. Inzwischen weiß ich, dass er sich langweilte und mich bloß in seiner Nähe duldete. Sowas, sowas, sowas. Also gibt es hier doch tatsächlich jemanden, der zu schätzen weiß, was ich tue? Ich muss gestehen, die Methoden der anderen Lehrmeister gefallen mir nicht. Um ganz ehrlich zu sein... Sie sind engstirnige Schwachköpfe, machen wir uns da nichts vor. Ich denke nicht, dass dir hier an dieser Schule irgendwas Sinnvolles beigebracht wird. Ich ging mit ihm auf Reisen. Ihn meinen Mentor zu nennen, ist übertrieben. Er sah sich selbst zeitgleich als Tourist und als Touristenführer. Sein Wissen um die Vorgänge der Welt und seine kühle, entzaubernde Betrachtungsweise faszinierten mich. Es wäre also ebenso gelogen zu behaupten, er hätte mir nichts beigebracht. Durch ihn lernte ich eine neue Sicht kennen. Und so meisterte ich endlich die Grundlagen der praktischen Magie. Seine Methoden oder eure Methoden finden heute in der Akademie Anklang. Magie als Wissenschaft zu betrachten, wird zwar von vielen immer noch verschrien, aber sie findet immer mehr Zuspruch. Weil es die Wahrheit ist. Wenn Quint mir eines beigebracht hat, dann das Maßstäbe alles sind. Möglichkeiten, Unmöglichkeiten, Siege, Niederlagen, das alles bedeutet nur so viel, wie wir darüber wissen. Jedenfalls interessierte ich mich brennend für Quints Geschichte. Woher kam er? Warum wusste er so viel? Wieso war er so mächtig? Mich plagten dieselben Fragen wie dich, Junge. Allzu verständlich. Aber Quint war ein wandelndes Rätsel. Mehr noch als ihr? Du kannst es dir nicht vorstellen. Quint konnte reden wie ein Wasserfall und wurde nie müde, mich zu verbessern und Dinge zu erklären. Doch ging es um ihn selbst, wurde er kryptisch und wehrte jede Frage ab. Woher ich komme? Oh, Frendo, das ist nichts, was du wissen müsstest. Von irgendwo musst du doch kommen. Aber es wird dir weniger als nichts sagen. Es ist der fernste Ort, den du dir nicht vorstellen kannst. Frag einfach nicht weiter nach. Ich wusste nicht, dass auch in der Ferne Menschen leben. Menschen? Als könnte es nichts anderes als Menschen geben. Ihr wollt doch nicht sagen, dass... Mein Lieber, ich begrüße deine Neugier, aber ein Schritt nach drei, vier, fünf, vielleicht sechs anderen. Vieles konnte ich mir dennoch über die Zeit erschließen. Er lebte schon seit vielen hundert Jahren und hatte bereits unzählige Welten bereist. Weder an unsere Welt noch an die Magie war er gebunden. Es war, als wäre er bloß ein Schemen. Und doch verfügte er über eine größere Macht als jeder andere. Meine Güte, was wurde aus ihm? Wir bereisten das ganze Land. Durch wanderten verzauberte Wälder, erforschten dunkle Höhlen, tauchten hinab ins Meer. Und bei alledem ließ ich mich bloß hinter ihm herschleifen. Viele Wochen verstrichen, in denen sein subversives Denken immer mehr auf mich abfärbte. Ach, was erhoffst du dir denn davon? Drachen töten? Ach, ihr Menschen wollt immer alles töten, was euch in die Quere kommt. Wenn du nicht willst, dass jemand dich ausnutzt, dann fang doch endlich an, auf rote Flaggen zu achten, anstatt immer nur deinen Vorteil zu sehen. Du könntest dir sicher nicht alles erklären. Dafür ist viel zu wenig Platz in deinem Gehirn. Nichts für ungut. So ein bisschen mit den Händen zu fuchteln und Funken zu sprühen, das nennt ihr Magie. Dabei wäre noch so viel mehr möglich. Lass mich dich gleich mal unterbrechen, um dir die Peinlichkeit deines Irrtums zu ersparen. Natürlich weiß ich es besser. Ich bin ja tausende alt. Du geh mal beiseite und lass mich die Arbeit machen, ja? Ich besaß Fähigkeiten, um große Taten zu verbringen und mein eigener Herr zu werden. Doch ich verbrachte meine Tage damit, mich vor Quinn zu rechtfertigen und immer wieder zu versuchen, ihn zu beeindrucken. Ein Schüler, der für immer im Schatten seines Lehrers steht, wird nie selbstständig. Und Quints Schatten war von kosmischen Ausmaßen. Ihr fühltet euch, als wären eure Errungenschaften nicht eure eigenen. Ja, ich war bereit, meinen Weg zu gehen. Doch ich traute mich nicht. Wie könnte ich bereit sein, wenn ich noch immer der Hilfe von Quinn bedurfte? Als bald ein Jahr der Wanderschaft vergangen war, in dem ich beinahe jeden Tag mit Quinn verbracht hatte, ehrt ich es nicht mehr aus. Ich musste ausbrechen und endlich auf eigenen Beinen stehen. Und darum möchte ich nicht länger mit dir wandern, Quinn. So, so. Ich denke, du verstehst das. Oh ja, ich verstehe sehr genau. Du brauchtest einen Mentor und jetzt, da du das Gefühl hast, ausgelernt zu haben, darf ich gerne verschwinden und dich in Ruhe lassen. So habe ich das nicht. Es ist wirklich unerträglich, sich kosmischen Wahrheiten zu stellen, wie lieber den Kopf in den Sand stecken und die Welt die Welt sein lassen. Oh, Quinn, bitte bring mir alles bei, was ich wissen will, aber nicht das, was wirklich von Bedeutung ist. Das ist nicht... Hättest du damit nicht früh herausrücken können, bevor wir so viel Zeit verschwenden? Aber es war doch keine Verschwem... Nein, nein, keine Rechtfertigung mehr. Ich sehe schon, ich stehe dir nur im Weg. Und da wäre es eine Schande, noch mehr von deiner hochheiligen, kostbaren Zeit zu vergeuden. Es ist nicht meine Schuld, dass du aus allem eine persönliche Angelegenheit machst. Ach, dann ist es also nicht persönlich. Oh, verzeih mir, dass ich diesen persönlichen Angriff auf meine Person als persönlich empfunden habe. Wie konnte ich nur? Ich kann mich nicht mehr an den genauen Verlauf des Streits erinnern. Doch ich weiß noch, mit was für einem... eigenartigen Blick er mich bedachte, als er dann verschwand. Was denn für ein Blick? Er fühlte sich herausgefordert. Und bald erfuhr ich am eigenen Leib, was mit denen passiert, die Quint herausfordern. Zunächst schien er fortzubleiben. Und ich widmete mich voll und ganz meinen eigenen Forschungen. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, die Magie unserer Welt voll und ganz zu ergründen. Zauber zu entdecken und Grenzen auszuloten, an die nie jemand vor mir gestoßen war. Atemberaubende Dinge fand ich heraus. Ich ersann eigene Zauberformen und Sprüche. Entdeckte als erster die Verbindung der Drachen zur Magie und vieles mehr. Was ich wusste, schrieb ich in mein Journal. So ging es einige Jahre. Ich forschte und forschte, arbeitete und machte kaum eine Pause. Mein Ziel war es, wenn ich mich erst bereit fühlte, all meine Schriften zur Akademie zu bringen. Ich dachte mir, so könnte ich mein Können unter Beweis stellen. Doch das würde nur funktionieren, wenn ich wahrhaft beeindruckende Ergebnisse vorzuweisen hätte. Ja, auch das kann ich gut verstehen. Sich derart viel Zeit zu lassen, um meinen Hut in den Ring zu werfen, war ein Fehler. Bald zehn Jahre verstrichen, in denen ich mich nie bereit fühlte, meine Bücher zu veröffentlichen. Und in all der Zeit war von Quint nichts zu sehen oder zu hören. Wohin war er verschwunden? Ich kann es nicht sagen. In seiner Heimat vermutlich. Fern von dieser Welt oder ganz woanders hin. Doch eines Tages, als ich meine Hütte betrat... Hallo? Ist hier jemand? Guten Tag, Jarolus. Quint? Lang nicht gesehen, was? Wie lang ist es für dich her? Acht, neun Jahre? Zehn. Zehn Jahre. Dein Universum läuft wirklich im Steckentempo. Was tust du hier? Für mich ist es deutlich länger her. Etwa 130 Jahre, um genau zu sein. Quint, wie? In so einer langen Zeit kann viel passieren. Und es ist auch viel passiert, wenn ich mich hier so umsehe. Quint, was tust du hier? Ich wollte nach dir sehen. Ich habe ein bisschen in deinen Büchern geblättert. Hast einiges aus dir gemacht. Ich bin beeindruckt. Danke. Du hast noch nichts davon veröffentlicht, richtig? Nein, bisher nicht. Mhm, gut. Quint, wieso bist du wirklich hier? Sagte ich doch schon. Ich glaube dir nicht. Ulteriore Motive und das bei mir. Wie kommst du da rauf? Er schlenderte durch den Raum und schaute sich um. Ihn nach so langer Zeit wiederzusehen war. Erholos? Er hat alles ruiniert. Meine Forschungen zerstört. Halt. Was machst du da? Upsi. Nein. Das. Wieso? Ich fürchte, ich habe einen Fehler gemacht, dir den Horizont zu öffnen. Es ist besser, diesen Weg zu verschließen, bevor noch etwas schief geht. Nein. Quint. Du greifst mich an? Wirklich? Du müsstest es besser wissen. Wer braucht Schwerkraft? All meine Forschungen. Nein. Verflucht. Ego-getriebene kleine Menschen sind nicht bereit, sich dem Multiversum zu stellen. Ich kann nicht zulassen, dass du mit meinem Wissen dich und deine ganze Welt in Gefahr bringst. Du magst im Augenblick wütend sein, aber es ist zu deinem eigenen Besten. Ich habe Dinge gesehen, die dich und deine Mitmenschen auslöschen könnten, ohne es auch nur zu bemerken. Der Kosmos interessiert sich nicht für euer Schicksal. Und wieso interessiert es dann dich? Weil es das ist, was ein echter Held tut. Er tut das Richtige, auch wenn niemand an ihn glaubt. Kopf hoch, nimm es doch nicht so schwer. Du kannst dich immer noch als Einsiedler in die Berge zurückziehen und die Sterne beobachten oder so. Das ist doch was. Denkst du, ich lasse mich so einfach davon abbringen? Ich werde doppelt so hart arbeiten. Ich werde Höhen erreichen, die noch niemand gesehen hat. Nicht einmal du! Kein Verständnis, wie eh und je. Ich muss dich warnen. Solltest du deine Forschung wieder aufnehmen und sollte ich hier eine Welt voller fremder Wesen aus fernen Welten vorfinden oder auch nur den Versuch, aus dem Menschen mehr zu machen, als sie sind, dann werde ich andere Seiten aufziehen. Um seiner Drohung, Nachdruck zu verleihen, zeigte er mir Dinge. Vielleicht Visionen der Zukunft oder Erinnerungen an vergangene Schrecknisse. Ich habe bloß noch schemenhafte Eindrücke vor Augen. Es war wie ein bunter, seltsamer Albtraum. Meine Güte. Und ich habe so viele Ideen, wie ich die Welt verbessern könnte. Das ist das vollkommene Chaos. Wundervoll, ist es nicht so? Ich kann, das ist... Wenn die Menschen nicht selbst auf sich aufpassen können, dann muss vielleicht jemand anderes die Kontrolle übernehmen. Bitte, tu das nicht, Quint. Hab ich dein Wort? Ja, ich werde die Finger stillhalten. Niemand wird von dir erfahren. Oder von denen, was du mir gezeigt hast. Schön, schön. Also ist alles klar, soweit? Ja, Quint. Gut, in diesem Falle wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Das ist nun zwei Jahrzehnte her? Ja. Ich vermute, Quint hat sich allein deshalb nie mehr gezeigt, weil ich für ihn nicht mehr von Interesse war. Doch denkt ihr, Quint könnte zurückkehren? Ich kann es nicht sagen. Ein unsterbliches Wesen wie er, er kann sagen, wann er wo auftaucht. Du wolltest wissen, wer mein Lehrmeister war. Jetzt weißt du es. Ja. Ich danke euch, dass ihr euer Geheimnis mit mir geteilt habt. Ich hoffe, ich habe damit keinen Fehler gemacht. Das habt ihr nicht. Ich werde mit niemandem darüber sprechen. Ihr habt mein Wort. Gut, Junge. Und nun geh. Wir sind fertig. Leb wohl, Jarolus. Danke für eure Zeit. Danke für deine Hilfe. Es ist lange her, dass ich Gesellschaft hatte. Wenn ihr mal wieder mit jemandem sprechen wollt, ich werde da sein. Falls es dazu kommt, lasse ich es dich wissen. Ja, Rolus horcht den Schritten des Jungen nach und blickt ihm aus dem Fenster hinterher. Am Himmel steht eine tiefe Nachmittagssonne und die Bäume wiegen sich im Wind. Für einen Augenblick wird es dem Zauberer schwer ums Herz. Diese Welt ist nicht mehr die meinige. Vielleicht brauche ich einen Neuanfang. Du hättest diesen Burschen niemals hereinlassen dürfen. Er wird dein Geheimnis ausplaudern. Schweig still. Ich weiß selbst, dass ich einen Fehler nach dem anderen gemacht habe. Es ist Zeit, das alles hinter mir zu lassen. Den Blick nach vorn zu richten. Ich werde diese Welt verlassen. Was tue ich nun? Keine Aufgabe, kein Ziel. Ich fühle mich noch immer kein Stück besser vorbereitet als zuvor. Aber wann würdest du dich bereit fühlen? Wenn du dieselbe Macht erlangt hast wie Rolus? Wenn du sein Alter erreicht hast? Niemand fühlt sich hier bereit. Das ist nun mal das Los der Wissenden. Je mehr wir über unsere Wirklichkeit wissen, umso mehr erkennen wir, dass wir niemals bereit sein werden, uns ihr zu stellen. Ich glaube, du musst dich nicht verstecken. Das ist alles nur in deinem Kopf. Vielleicht haben sie ja recht. Ich werde einfach gehen und sehen, wohin die Straße mich führt. Taris reitet in die aufziehende Nacht einer unklaren Zukunft entgegen, während Rolus in seinem Turm mit den Vorbereitungen für seinen Aufbruch beginnt. Sie vertrauen auf die Stärke der magischen Barriere, die sie errichtet haben. Doch der Sturm kann nicht aufgehalten werden. Und die Orks werden Himmel und Erde in Bewegung setzen, um ihr Ziel zu erreichen. Was ist Koradahn? Heulst du wieder dem alten Wald nach? Halt's Maul! Anstatt rumzuheulen, konzentrier dich lieber darauf zu kämpfen. Wofür lohnt es sich noch zu kämpfen? Alle Hoffnung für unser Volk ist zerstört. Es geht ums Überleben. Reiß dich zusammen! Wir waren einmal mehr als das. Die Orks hätten Großes erreichen können. Ihr Weiber seid zu sentimental. Das habt ihr alle gemeinsam. Wirst du endlich deinen Maul halten! Ich kann nichts dafür, dass du zu dumm bist, um weiter als bis zum nächsten Kampf zu denken. Wir sind Orks, Koradahn! Krieger! Es gibt nichts als den Kampf. Jetzt reiß dich zusammen und geh jagen! Der Overlord hat Hunger! Einige Monate ziehen ins Land. Der Sommer an Tessros kommt und geht und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Erste Blätter fallen von den Bäumen. Goldenes Licht scheint durch die Kroningen durch. Und der Tag ist gekommen, da der Angriff der Orks bevorsteht. Gurwolds Streitkräfte versammeln sich vor dem gewaltigen Dimensionstor. Beide Welten halten den Atem an. Endlich! Meister Gurwoll! Die Schar steht bereit! Die Truppen erwarten euren Befehl! Ich werde zu ihnen sprechen. Halte dich bereit! Jawohl, Meister! Orks! Wir sind vollzählig. Alle Clans haben sich eingefunden. Von den Nordstämmen der Eisklippen bis zu den groben Schlechtern des Südmeers. Seit einem Jahr brennen die Schmiedelöfen. Seit einem Jahr rüsten wir uns für den letzten Krieg. Und nun sind wir bereit. Das Ritual ist beinahe abgeschlossen. Wir durchqueren das Portal und gelangen darüber in die neue Welt. Eine Welt, die wir uns untertan machen werden. Ihre Wälder sind grün. Ihre Felder fruchtbar. Und der Feind wird unserem Angriff nicht lange standhalten können. Ja, heißen Sie in Stöckern! Nun kommt, denn! Folgt mir auf die andere Seite! Der erste Kampf wartet! Um den Schutzschild des Zauberers zu brechen, werde ich die letzten Kräfte dieser alten kranken Welt brauchen. Es wird kein Zurück mehr geben. Sieg oder Tod! Gurwul hebt die Arme. Am Himmel braut sich ein gewaltiger, dunkelgrüner Wolkenzykron zusammen, aus dem orange Blitze zogen. Die Erde webt's. Die Luft beginnt zu flimmern. Mit einem Angriffsschrei richtet der Hexer seine Macht auf das Portal. Unter lautem Getöse und unheilvollem Krachen geht die Zauberbarriere von Tessras nach. Und durch das Portal erscheinen schemenhafte Umrisse eines Waldes. Das ist das Zeugchen! Los! Zum Angriff! Für Gurwul! Für die Orte, Bastion! Für die Schar! Für die Orks! In den Krieg! Die Orks stürmen voller Kampflust durch das Portal. Ihre Zahl ist gewaltig. In ihren schwarzen Stachel bewährten Rüstungen ähneln sie selbst den Dämonen. Gurwul lächelt und schaut seinen Kriegern zu. Dann beginnt es also. Hehehehe! Der Norden Tessras ist in sanftes Morgenlicht getaucht. Vom Aussichtssturm der Garnison aushält eine Handvoll Soldaten aus Riverstone Wache und späht über die bunten Baumwipfeln weg. Uuuhh! Langweilst du dich etwa? Statt dass wir unseren Wert in der Schlacht beweisen dürfen, versauern wir hier im Norden. Ohne je einen Troll auch nur gesehen zu haben. Wir sollten uns nicht beschweren. Krieg ist weit schrecklicher als Langeweile. Dafür habe ich mich nicht jahrelang durchs Training gekämpft. Du hast Probleme. Aber ich war wahrscheinlich auch so in deinem Alter. Du gewöhnst dich dran, wie wir alle. Der Krieg holt dich schneller ein, als du denkst. Was war das? Ich sehe Rauch. Das kommt da drüben aus dem Wald. Es brennt! Der Wald brennt! Psst! Hört ihr das? Was denn? Schritte. Getrampel. Hört sich an wie... eine Armee! Eine Armee? Wie soll das denn... Wir stehen unter Angriff! Alarm! Alarm! Seht! Da! Am Waldrand! Was zum Teufel... sind das für... Kreaturen? Ich weiß es nicht. Aber sie scheinen auf Ärger aus zu sein. Bemannt die Posten! Tor schließen! Feuer wieder! So hatte ich mir das eigentlich nicht gedacht. Weiter! Weiter! Nicht locker lassen! Was hält euch auf? Wie können die Menschen uns so schnell erspäht haben? Hauptmann Grohadan, wir haben uns bemerkt, als wir den Wald verlassen haben. Wir sind zu ungestüm vorgegangen. Umschließt die Festung! Sorgt dafür, dass kein Mensch diese Bastion verlässt! Wir dürfen niemanden überleben lassen! Ja, Meister! Und brecht endlich das verfluchte Tor auf! Das war's mit dem Blitzangriff. Verstärkt das Tor! Sie dürfen es nicht durchbrechen! Es sind zu viele. Sie umstellen uns. Bemannt die Brustwehr! Bogenschützen freie Zielsuche! Alle Mann auf die Beine! Wir können nicht gewinnen! Wir sind nur eine unerfahrene Garnison gegen eine Horde von... Du hast ja recht, aber was sollen wir tun? Liefern wir ihnen einen Kampf, den sie nicht vergessen werden! Für Riverstone! Für König Wurm! Und was dann? Sie werden eine Garnison nach der anderen überrennen! Ja! Wir müssen den König warnen! Da muss jemand durch das Ausfalltor fliehen, die Blockade durchbrechen und nach Riverstone reiten! Ja! Jemand, der leicht und schnell ist! Bailey! Du musst das übernehmen! Ich soll... euch zurücklassen und fliehen? Irgendwer! Muss es tun! Riverstone rechnet nicht mit einem Angriff von Norden! Wenn wir sie nicht warnen können, sind wir alle verloren! Aber ich... Mach dir um uns keine Sorgen! Wir halten so lange durch, wie wir können! Ja! Wir sind Soldaten! Im Dienst des Königs! Sorg bloß dafür, dass uns ein Denkmal gewidmet wird! Ja, ja! Eins aus purem Gold! Das will ich hören! Sie brechen durch! Mach das du wegkommst, Bailey! Erwischt! 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 Aber du! Hast geschafft! Nur noch... wenige Meter! Ja, komm schon! Los! Her! Los! Ja, los! Verflucht! Ich sagte doch, dass kein Mensch die Galision verlassen darf! Sie ist durch ein Ausfalltor geflohen und einfach mitten durch unsere Reihen geritten. Unsere Läufer haben sie nicht mehr einholen können. Plündert alles, was wir brauchen können. Und dann brennt die Festung bis auf die Grundmauer nieder. Mit Vergnügen. Damit werden die Anführer der Menschen gewarnt sein. Wir haben unser Überraschungsmoment verspielt. Reg dich nicht auf, Koradan! Selbst wenn sie gewarnt werden, haben sie keine Chance! Ich opfere ungern gute Männer, Frack. Wenn uns dein ungestümer Angriffsbefehl in Schwierigkeiten bringt, dann... Wir haben sie in die Knie gezwungen. Hör auf dich zu beschweren und trommel deine Männer zusammen. Der Krieg hat begonnen! Bailey reitet, so schnell wie ihr Pferd nur galoppieren kann nach Süden. Eine Zeit lang schaut sie immer wieder zurück und erhascht einen Blick auf die dunklen Rauchschwaben, die von ihrer Garnison aufsteigen. Ich hätte ihnen beistehen sollen und diesen Bestien die Stirn bieten. Ich lebe, um an einem anderen Tag zu kämpfen. Sie reitet und reitet, treibt die Pferd und sich selbst weit über die Grenzen der Schöpfung hinaus. Erst als der Tag sich dem Ende neigt und die Dunkelheit sich über die Ebene senkt, schlägt sie ein Lager auf. Ruhe dich aus, meine Kleine. Ich habe leider kein richtiges Futter für dich dabei. Oder für mich. Ich darf nicht zu lange trödeln. Riverstone verlässt sich auf mich. Sie legt ihre schwere Rüstung ab, legt das Schwert neben sich auf den Boden und lässt sich ins Gras fallen, um die Augen zu schließen. Nur für einen Augenblick. Ein, zwei Stunden. Sonst schaffen das Pferd und ich den Weg nicht mehr. Indes haben die Orks ihr Lager in den Trümmern der Nordgarnison und darum herum errichtet. Ihre Zahl ist gewaltig. Überall ertönt Lärm und Gebrüll. Der Geruch von Rauch und verbranntem Fleisch liegt in der Luft. Wie ist die Lage, Hauptmänner? Die Menschen sind schwach und unkoordiniert, wie ihr sagtet. Wir machen kurzen Prozess mit ihnen. Gut. Also seid ihr auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen. Nein, Meister. Hauptmann Groradan. Was willst du sagen? Bei unserem Blitzangriff konnte ein Mensch entkommen. Ist auf einem dieser haarigen Vierbeiner geflohen. Dann ist im weiteren Verlauf der Kämpfe mit größerem Widerstand zu rechnen. Ja. Die Menschen sind uns nicht gewachsen. Wir zerschlagen ihre Formation gleich wo und wie zahlreich sie sich versammeln. Enttäuscht mich nicht, Hauptmänner. Wir haben einen Versuch, um dieses Land zu unterwerfen. Wir werden unsere Strategie überdenken, Overlord. Und nun geht. Lasst mich in Ruhe. Ich muss nachdenken. Wie ihr wünscht, Meister. Was ist? Ich habe noch nie einen solchen Himmel gesehen. Dies ist die erste Nacht in Freiheit vor dem Dämonenfluch. Ja. Seit meiner frühen Kindheit habe ich kein Gras mehr unter den Füßen gespürt. Ein denkwürdiger Abend. Komm, wir holen uns ein Stück Fleisch. Heute Abend wollen wir die Klingen ruhen lassen. Ja. Bailey schlägt die Augen auf. Sie befürchtet, verschlafen zu haben, doch stellt sie erleichtert fest, dass es noch dunkel ist. Also schön. Komm her, Kleine. Wir müssen weiter. Ich werde meine Rüstung hier lassen. Kein Grund, dich und mich unnötig damit zu belasten. Meine Unterkleider werden reichen müssen. Also schön. Lauf. Los. Her. Sie reitet wie der Wind durch die kühle Nacht. Ohne eine weitere Pause einzulegen, reitet sie bis zum Morgengrauen. Über Berg und Tal, vorbei an Dörfern und Garnisonen. Und endlich, nach zwei Tagen des Ritts, erreicht sie die Stadttore von Riverstone. Sie eilt zum Kommandozentrum und bricht vor der Tür, keuchend zusammen. Meine Güte, was treibt dich denn zu solcher Eile? Ich muss mit dem General sprechen. General Shaw wohnt der Ratssitzung des Königs bei. Verdammt. Ich komme mit wichtiger Botschaft von der Nordgarnison. Der König muss gewarnt werden. Gewarnt? Eine Horde von Monstern hat uns überrannt. Sie befinden sich auf dem Marsch hierher. Jede Sekunde zählt. Komm, hoch mit dir. Sag den Königswachen dein Anliegen vor. Vielleicht lassen sie dich in das Ratszimmer eintreten. Ja, danke. Ich sagte doch bereits, dass niemand den Rat stören darf. Und ich sagte doch, dass uns Krieg bevorsteht. Ganz egal, über was die da drinnen sprechen. Wir müssen uns für den Angriff der grünen Monster rüsten. Ich kann nicht einfach jeden hereinlassen, der behauptet, wichtige Nachrichten zu bringen. Ich würde euch gerne helfen. Doch es ist zu gefährlich. Aber ich... Die Sitzung dauert noch zwei Stunden. Ihr könnt hier warten und ich bitte nachher den König für euch. In Ordnung? Nein, nicht in Ordnung. Ich muss... Augenblick. Was ist das für ein Vogel auf eurer Schulter? Vogel? Äh, wieso er... Ach, das ist nicht wichtig. Ihr müsst mich hineinlassen. Nun hört mir zu. Was ich muss, ist euch... ...hineinzulassen. Was? Ich schließe die Pforte für euch auf. Tragt eure Botschaft dem Rat vor. Ich... nun... danke. Dann will ich mal. Und deshalb denke ich, dass die Besteuerung der überseeschen Handelsrouten die Staatskasse mit den nötigen Geldmitteln füllen wird, um den Ausbau der großen Kathedrale... König Wirm! Was hat diese Unterbrechung zu bedeuten? Wer bist du? Ich bin Bailey Lee, Soldatin aus der zweiten Kompanie. Bailey? Was tust du hier? Und was ist mit deiner Ausrüstung passiert? Meine Herren, ich habe eine dringende Meldung für euch. Kann das nicht bis nach der Sitzung warten? Nein, Milord. Ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Eine Armee hat die Nordgarnison überranst. Ich konnte als einzige entkommen und bin durchgeritten, um euch zu warnen. Eine Armee? Ja, Herr. Unzählige grüne Kreaturen in schwarzer Rüstung. Sie tragen Äxte und breite Schwerter. Vorgestern kamen sie bei Tagesanbruch aus dem Wald und überwältigten uns. Sag mir, konntest du noch mehr erkennen? Sie waren grausam und wild. Sprachen eine harte Sprache, die ich nicht verstehen konnte. Sie kamen zu Fuß hinter mir her. Keine Pferde oder andere Waldtiere. Hm. Das erinnert mich an eine Legende meiner Vorväter. Ein Schrecklied über ein finsteres Flammenportal, durch das eine Horde von Monstern in unserer Welt kommen und das Land für sich beanspruchen würde. Sie sind sicher bereits auf dem Weg hierher. Unsere Garnisonen haben ihnen nichts entgegenzusetzen. Für wahr. Mein Lord, darf ich frei sprechen? Natürlich, General. Ich schlage den Rückzug aller stationierten Einheiten und die Evakuierung sämtlicher Städte und Dörfer nördlich des großen Flusses vor. Was? Das ist unmöglich. Derart viele Menschen können wir in der Hauptstadt nicht unterkriegen. Dafür fehlen uns die Vorräte. Wir können das Land nicht kampflos diesen Monstern überlassen. Die Schäden werden schrecklich sein. Wenn Baileys Einschätzung korrekt ist, und daran habe ich keine Zweifel, so wird der Schaden angerichtet. Gleich was wir tun. Wir sollten die Halunken uns nicht derart kontrollieren lassen. Wenn wir uns verkriechen, machen wir uns angreifbar. Im Gegenteil. Unsere Truppen sind versprengt und unvorbereitet. Bieten wir ihnen Kier die Stirn. Stehen wir vereint und nutzen unsere Kräfte. Ihr verlangt, dass unser Volk seine Heimat verliert. All seinen Besitz. Ganz zu schweigen von... Ruhe bitte. General Shaw hat recht. Wir müssen unsere Kräfte sammeln. Unserem Volk bringt es wenig, wenn wir unsere Garnisonen eine nach der anderen überrennen lassen. Sehr richtig. Unsere beste Chance auf den Sieg ist die Verteidigung Riverstones. Im offenen Kampf werdet ihr mit wehenden Fahnen untergehen. Was? Kein Schritt weiter. Verkneift es euch, mich mit Waffen zu bedrohen. Ihr seht, ich habe nichts bei mir. Durch die Tür schreitet ein Mann herein. Gehüllt in einem blauen Mantel mit Kapuze, unter der zwei blaue Augen hervorblicken. Sein blonder Bart rahmt ein Lächeln ein. Wer bist du, Fremder? Ich bin Quint. Ein, äh, Prophet, wenn ihr so wollt. Das muss ein Magier von der Akademie sein. Ja, wer sonst würde solche Kleidung tragen? Ich bin zwar so eine Art Magier, aber zur Akademie gehöre ich definitiv nicht. Ich komme nicht von hier. Ist das so? Was hast du uns zu sagen? Weißt du etwas über die Angreifer? Ich weiß, wer sie sind und woher sie kommen. Und noch einiges mehr. Dann teile dein Wissen mit uns. Mein Lord, wollt ihr wirklich fraglos diesen Fremden? Wir befinden uns in größter Eile. Ich bevorzuge es, ihm erst zuzuhören und danach zu entscheiden, ob wir ihm glauben können. Kluge Wahl. Nun, diese grünen Hünen, wie ihr sie nennt, heißen Orks, sind ein zerstrittenes Volk voller Kontraste. Von zurückgezogenen Schamanen bis zur blutrünstigen Hautraufs. Die Männer wie die Frauen, da gibt es so gut wie keine Unterscheidung. Vor einiger Zeit haben sie sich unter der Führung eines Hexenmeisters zusammengeschlossen und für den Krieg gerüstet. Sie wollen entscheidend eure Welt erobern, weil ihnen auf der eigenen die Decke auf den Kopf fällt oder so. Ihre eigene Welt? Was soll das heißen? Nun, diese Orks kommen nicht von hier und sie sollten eigentlich nichts von euch wissen, geschweige denn in der Lage sein, herzukommen. Und das ist überaus interessant. Wie können wir sie denn besiegen? Jedenfalls nicht auf dem Schlachtfeld, so viel steht fest. Ihre Truppen leben den Krieg. Sie sind größer, stärker und besser bewaffnet. Und sie sind von Verzweiflung und vielen Jahren der Entbehrungen getrieben. Aber was, meint ihr dann, sollen wir tun? Das Cleverste wäre wohl zu fliehen. Ihr habt genügend Schiffe für 20, vielleicht 30.000 Menschen. Auf der anderen Seite des Meeres könnte die Sache schon ganz anders aussehen. Die Stadt aufgeben? Unmöglich. Wenn du derart gut informiert bist, Fremder, kannst du uns da nicht helfen? Helfen? Ich? Oh nein, ich bin kein Kämpfer. Ich denke, das sollte jemand anderes übernehmen. Wen, meint ihr? Ihr seid vertraut mit einem Zauberer namens Jarolus, richtig? Vertraut ist ein zu großes Wort. Ich selbst bin ihm bloß ein einziges Mal begegnet. Zumindest wisst ihr aber, dass er ein Zauberer ist, der einige Hilfe im Kampf leisten könnte, nicht wahr? Für wahr. Er stand vor mehr als einem Jahrzehnt meinem Vater in den Trollkriegen bei. Na, seht ihr? Hopp, hopp, schickt jemanden zu ihm und bittet ihn um Hilfe. Ein weiser Ratschlag. So wird es gemacht. Dann empfehle ich Private Liam. Sie kennt den Weg und ihre Treue und Loyalität hat sie bewiesen. Ja, ich stimme zu. Bailey, erklärst du dich bereit für diesen Auftrag? Natürlich, General. Soldatin Liam, reite nach Hollow und finde den Zauberer Jarolus. Er muss kommen und uns helfen. Jawohl, Milord. Ich gebe mein Bestes. Erkläre ihm die Lage und schärfe ihm die Dringlichkeit ein. Ich erwarte euch in vier Tagen. Bis dahin muss unser Plan geschmiedet sein. Es soll geschehen. Dir gebührt mein Dank, Soldatin. Und auch euch, Fremder. Ach, gar keine Ursache. Ich werde da mal mit Bailey mitgehen, für den Fall, dass Jarolus sich querstellt. So sei es. Gute Nacht, alle zusammen. Was nun, Milord? Entsendet einen Boten zu allen Garnisonen. Jeder Soldat wird nach Riverstone gerufen. So viele Männer, Frauen und Kinder, wie wir in der kurzen Zeit erreichen können, sollen sich ebenfalls hier einfinden. Selbst... Selbst die Grenze zu den Trollsimpfen muss aufgegeben werden. Saya, seid ihr wirklich sicher, dass... Ich bin überzeugt, ja. Meine innere Stimme sagt, dass die Gefahr real ist. Also schön, Bailey. Du gehst voran, ich folge. Kennt ihr ja, Jarolus? Oh ja, und wie ich ihn kenne. Seinetwegen bin ich eigentlich hier. Hm, wo graß dein Pferd? Pferd? Ich krieg nichts auf so ein Biest. Du reitest nicht? Das wird nicht nötig sein. Wo bist du? Na, hier oben. Wo? Na, hier. Du siehst mich doch genau an. Ich sehe nur einen Vogel. Ein Eisvogel? Sieh nur, bin ich nicht wunderschön. Du bist ein Formwandler. Wie kann denn... Die Luft ist herrlich hier oben. Willst du auch ein Eisvogel sein? Das ist toll. Äh, nein, danke. Wir sollten uns beeilen. Ganz wie du willst, Bailey. Ich bleib in deiner Nähe. Die Reise wird wie im Flug vergehen. In Ordnung. Ja! Die Booten des Königs ziehen aus, um die Menschen vor der drohenden Gefahr zu warnen. Überall in Tesseroth herrscht träge Aufruhr. Familien packen in aller Eile ihr Hab und Gut zusammen. Soldaten geben ihre Posten auf. Ein Strom von Menschen bewegt sich auf Riverstone zu. Du meine Güte! Ein Angriff! Woher mögen diese grünen Hautraufs kommen? Ich hörte, sie seien eine Ausgeburt des Nordwaldes. Finstere Magie und dunkler Spuk. Wir können nur hoffen, dass die Mauern von Riverstone uns vor ihnen schützen können. Die Botschaft erreicht auch bald die südlichste Festung der Menschen. Das Basislager von Stone Ark, wo soeben ein Schaumützel gegen die Trollen gegangen ist. Aufpassen! Auffassen! Danke. Da kommen noch mehr von denen. Ja. Ich dachte, wir hätten sie zurückgeschlagen. Na? Die Verstärkung ist hier! Terrace! Wir sind von unserem Erkundungsmarkt zurück. Die Trolle kommen aus den Höhlen am Pass. Doch es sind nicht mehr viele. Ja. Wir müssen nur noch einen Augenblick standhalten. Also kommt schon, Männer! Keine Müdigkeit vorschützen! Das! Sie ziehen sich zurück! Ja, wunderbar! Gute Arbeit, die Herrschaften! Ihr zwei kämpft mit der Kraft vieler Männer. Ja. Wir können uns glücklich schätzen, solche Mitstreiter zu haben. Danke. Wir tun, was wir können. Nun ruhen wir uns aus. Ich würde sagen, wenigstens das haben wir uns alle verdient. So viel Gewalt. Hätte nicht gedacht, dass wir mal seit an seit an der Front stünden. Naja, wir verteidigen uns. Ich schätze, meine Freunde zu beschützen ist das Richtige. Wir tun hier etwas Gutes. Der Kampf gehört zum Heldendasein mit dazu. So scheint es wohl. Hütter! Hütter! Ich komme mit wichtiger Botschaft vom König Wurm. Oh. Vom König selbst? Alle Männer und Frauen werden unverzüglich zurück nach Riverstone gerufen. Unser Land wird überfallen von einem neuen Feind aus dem Norden, den wir nur besiegen können, wenn wir alle zusammenstehen. Wir sollen Stone Ark aufgeben? Dann überlassen wir die Grenze den Troll. Was ist das denn für ein neuer Feind? Man nennt die Unholde Orks. Wir wissen nur wenig über sie. Doch sie sind stark, zahlreich und bereits auf dem Marsch nach Riverstone. Wie kann das sein? Ich glaub das gar nicht. Darum zieht euch zurück! Nehmt so viele Vorräte mit, wie ihr tragen könnt und marschiert nach Riverstone. Es geht um alles oder nichts! Kommt! Wir verladen alles auf den Karren. Wir haben nicht genügend Lastpferde. Wir werden die Hälfte zurücklassen müssen. Dann ist es eben so. Kommt! Ihr habt den Boten gehört. Die Orks! Was ist, Terris? Hast du bereits von diesen Orks gehört? Nun, ich... Du wirst niemanden davon erzählen. Verstanden? Ich glaube schon. Ich muss sofort nach Hollow reiten. Nach Hollow? Willst du ja Rolus befragen. Ich werde ihm bitten, uns im Kampf beizustehen. Der König wird sicher bereits jemanden in Sand haben. Ja, aber er hört nicht auf den König. Auf einen Freund hört er vielleicht. Moment, halt! Soll ich mitkommen? Nein, du gehst mit den Soldaten. Wir treffen uns in Riverstone. Ist gut, Junge. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Was hat ja Rolus getan? Schlachten Sie alle ab! Niemand darf überleben! Meister, diese Menschen waren im Begriff zu fliehen. Sie ziehen sich zur Hauptstadt zurück. Dann sammeln sie sich dort und wir werden auf größeren Widerstand stoßen. Wie lautet der Plan, Meister? Wir fangen so viele wie nur möglich ab, bevor sie die Chance haben zu fliehen. Und wenn wir die Stadttore erreichen, zerschmettern wir sie in einem vernichtenden Ansturm. Ja, Meister. Und jetzt zurück in den Kampf. Deine Axt ist ja nicht mal blutig. Vergebt mir, Meister. Ich frage mich, was der Overlord so lange mit Groradar zu besprechen hat. Hast du den Auftrag verstanden? Ja, Overlord. Ich werde den Turm finden und den Zauberer töten. Er ist unser mächtigster Widersacher. Solange er lebt, können wir keinen direkten Angriff auf die Hauptstadt wagen. Ich verstehe. Gut. Lass dich nicht in einen Kampf verwickeln. Du bist weit stärker als er. Doch wenn er einmal zum Zaubern kommt, bist selbst du ihm nicht gewachsen. Schicke deine besten Männer und stell ihm eine Falle. Wir werden aus dem Hinterhalt zuschlagen. Das ist so gut wie geschehen. Gut. Nun geh. Bis zum Turm ist es ein Tagesmarsch von hier. Die Schlinge um Jarolus' Hals zieht sich enger. Und das Königreich Riverstone bröckelt unter der geballten Macht der Orks. Die Welt holt Luft vor der großen Schlacht. Die ersten Reisenden treffen im Morgenraun am Turm von Jarolus ein. Eine sanfte Sonne bescheint das uralte Gemäuer und Bailey lässt die Pferd anhalten. Da wären wir. Hm. Schöner Turm. Gefällt mir. Hat so etwas Unheilvolles. Dieser Turm ist das älteste Gebäude der Welt. Vor Jahren ließ sich der Zauberer Jarolus hier nieder, um in Ruhe seine Forschungen weiterzutreiben. Mhm. Forschungen, ja. Geh du rein und sprich mit ihm. Ich komme dazu, wenn ich es für angebracht halte. In Ordnung. Dass du aber nicht wegfliegst. Für was für einen Vogel hältst du mich denn? Hallo? Zauberer? Seid ihr da? Ich bin eine Soldatin von Riverstone und komme im Auftrag des Königs. Ihr kennt mich. Wir sind uns schon begegnet. Wir bitten euch um Hilfe. Es ist dringend. Hm. Scheint nicht interessiert an Konversationen zu sein. Vielleicht ist er nicht zu Hause. Oh doch, er ist da. Ich sehe ihn durch das Fenster. Er beobachtet dich. Ihr habt euch nicht mit ihm gestritten oder so? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Aber er ist jüngstens etwas schwierig geworden. Wäre Terris hier, wüsste er sicher, wie wir ihn rauslocken. Weißt du was? Wir verschaffen uns Zutritt. Ob er will oder nicht. Was hast du vor? Ich mache den Weg frei. Dieser kleine Eisvogel hat ein paar Tricks auf Lager. Ah! Tada! Der Zauberer wird nicht der Freud sein. Ach, der Kerl ist Eremit. Sauer zu sein, gehört zu seinem Job. Ich hoffe, er nimmt es uns nicht zu übel. Soll er doch halten, wie er will. Geh du vor. Nicht warte. Wie geplant. Ja. Wünscht mir Glück. Was hat dieses unerlaubte Eintreten zu bedeuten? Ja, Rolos. Ich muss dringend mit euch sprechen. So dringend, dass du ein Loch in meinen Turm sprengst? Um ehrlich zu sein, ja. Es ist derart wichtig. Was gibt es denn? Ich bin überaus beschäftigt. Eine Invasion. Wir werden angegriffen. Ich habe bereits zu mehreren Gelegenheiten gesagt, dass mich eure Politik nicht interessiert. Bittet die Akademie um Hilfe gegen die... Nein, es geht diesmal um mehr als um Trolle oder um herstreuende Drachen. Diese Angreifer stammen aus einer anderen Welt. Aus einer anderen Welt? Ja, man nennt sie Orks. Orks. Das... Das ist doch... Wer nannte euch diesen Namen? Ein Prophet. Ein Prophet? Ein Fremder im blauen Mantel. Er nannte uns ihren Namen und... Oh nein, nein, nein! Wie lautet sein Name? Er sagte, er heißt Quint, Herr. Das darf nicht wahr sein. Ihr Narren. Was? Ihr hört auf diesen... Verfluchten Hexer! Hexer? Nicht anders könnte ich ihn nennen. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch eingelassen habt. Er hat uns wertvolle Informationen geliefert und uns... Er wird euch ins Verderben stürzen. Nein, uns! Ach, Schwachsinn, du Schwarzseher! Du musst nicht übertreiben! Nein. Du... Du bist hier. Nimmst du wohl den Stab runter? Ich... Ich lass dich nicht erneut all meine Forschungen zerstören. Komm mir nicht zu nahe! Ich bin diesmal nicht wegen deiner Forschungen hier. Da hast du wohl genug Fortschritte gemacht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja klar, sagt der Zauberer, dessen Arbeitszimmer voll von selbstgezeichneten Karten und Portalruhen ist. Hm, bist du also gekommen, um mir wieder alles wegzunehmen? Nein, ich bin gekommen, um dich zu konfrontieren. W-womit? Jemand hat die Orks in diese Welt geholt. Und ich war es nicht. Damit kommt nur einer in Frage. W-was meinst du? Das weißt du sehr genau! Nein, ich verstehe nicht! Lüg mir nicht ins Gesicht! Du weißt, ich habe dieses Universum sehr genau erforscht und es gibt genau zwei Wesen, die in der Lage dazu sind. Eins davon bist du, das andere ein sprechender Hirsch im Wald auf dem westlichen Kontinent. Ich wage zu behaupten, der Hirsch hat die Orks nicht gerufen. Du bist dank mir der Einzige, der überhaupt etwas von Portalen und fremden Welten weiß. Und wieso sollte ich so etwas tun? Du bist derjenige, der die Macht und das Motiv dazu hat. Motiv? Was für ein Motiv sollte ich für so etwas haben, hä? Das muss ich dir sicher nicht vorbeten. Hätte ich das gemacht, dann hätte ich es längst gesagt. Wieso würde ich sowas vertuschen wollen? Ich bin Gott! Wenn es irgendwie zu deinem Plan gehört, wieso bist du überhaupt hier? Um uns noch weiter hinabzudrücken? Ach, Ivo! Ich bin hier, weil ich helfen will. Wenigstens ein wenig. Lügner. Ja, Rolus, bitte! Ich weiß nicht, woher ihr und der Fremde euch kennt. Oder was das alles bedeuten soll. Es ist mir egal, wer oder was für diesen Krieg verantwortlich ist. Jetzt zählt nur, dass wir eure Hilfe brauchen. Also werdet ihr uns helfen? Wirst du. Und sag jetzt nichts Falsches. Ich habe nicht vor. Wie war das? Ja, ich werde euch helfen. Zu freundlich von dir. Ich danke euch, Herr Rolus. Ihr tut das Richtige. Ja, ja. Ich habe keine Lust auf den Rückweg. Schätze, es kann nicht schaden, die Sache etwas zu beschleunigen. Da wären wir. Vor den Toren des Königs in neuer Rekordzeit. Wie? Wie ist das? Das kann doch nicht. Er... Wir waren... Schrödel besser nicht rum. Wir sehen uns, Frendos. Er... Das ist... Er muss sogar noch mächtiger sein, als ich dachte. Ihr habt ja keine Ahnung. Ich gehe hinein und rede mit dem König. Ach du meine Güte, wer hat sich denn hier durch die Wand gesprengt? Herr Rolus, seid ihr hier? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Herr Rolus! Herr Rolus! Nein, er ist definitiv nicht hier. Sieht aus, als wäre er in aller Eile aufgebrochen. Sogar der Kamin brennt noch. Es kann nicht lange her sein. Unser Schildkristall ist da, wo wir ihn zurückgelassen haben. An was hat er hier gearbeitet? Er hat nicht mal mehr ins Journal geschrieben. Vielleicht hat er ja geahnt, dass die Orks durch den Schild gebrochen sind und... ist geflohen. Was? Hallo? Ist da wer? Wer Rolus? Ach du meine Güte! Gargaragi! Ein Ork! Er hat mir aufgelauert! Verflucht, verflucht! Ugtal! Entford mit dir, grüne Bestie! Gib alles! Gib alles! Verdammt! Er ist zu stark! Er wird mich kriegen! Ich... Ich muss... Der Schildkristall! Wenn ich ihn überlade, fliegt er in die Luft! Eine einzige Chance! Nur ein Funken! Nur ein Funken! Komm schon! Komm schon! Er... Schöne Träume, Monster! Uruk! Die magische Energie entfügt sich in einer gewaltigen Explosion! Deris und der Ork-Attentäter werden von der Druckwelle weggeschleudert und Steine fliegen durch die Luft! Mit ohrenbeträumenden Getüse kracht der Turm des Zauberers vollständig ein! Als der Staub sich legt, ist zum ältesten Gebäude von ganz Tessros nichts übrig als ein Trümmerberg! Deris wird es schwarz veraugen! Die Männer kehren zurück! Hauptmann Groradan ist bei ihnen! Hoffen wir, er hat seinen Auftrag erfüllt! Groradan! Dein Bericht! Ich muss Gowol persönlich Bericht erstatten! Er ruht sich aus! In seinem Zelt! Ah, Hauptmann! Berichte! Der Turm des Zauberers liegt in Schutt und Asche! Das Ziel haben wir nicht vorgefunden! Jedenfalls glaube ich das! Wir haben den Turm umstellt und zwei Attentäter im Haus positioniert! Doch der Zauberer war nicht dort! Und wie wurde dann der Turm zerstört? Ein junger Mensch kam! Er muss auch ein Zauberer gewesen sein! Er betrat den Turm, wir behielten ihn im Auge und es kam zum Kampf! Offenbar hat er einen der Attentäter entdeckt! Hm! Verzeiht mein Versagen, Overlord! Jarrulus muss die Gefahr gewittert und sich aufwändig stattgemacht haben! Wir müssen unseren Vormarsch beschleunigen! Wie ihr befehlt! Wir marschieren die Nacht hindurch! Treibt die Männer zur Eile an! Dann werden wir noch morgen die Tore erreichen! Und? Was sagt der Overlord? Wir marschieren weiter! Was? Aber wir haben erst vor kurzem das Lager! Wie früher wir die Menschenstadt angreifen, desto besser! Ach! Das klingt richtig ungestüm von dir! Ich werde nicht mit dir streiten! Unsere Männer sind bei Kräften und motiviert! Und die Linien der Menschen sind noch nicht geschlossen! Hm! Ja! Sie werden keine Chance haben! Hilf mir, die Truppen zu wecken! Wir haben einen langen Marsch vor uns! Teres öffnet die Augen! Das erste, was er sieht, ist das Morgenrot und Baumkronen! Er liegt im Gemisch nahe den Turmruinen! Er muss mehrere Stunden lang bewusstlos gewesen sein! Verdammt! Was mich das nicht umgebracht hat! Ich muss in den Bäumen gelandet sein! Der Ork hatte wohl nicht so viel Glück! Oh Gott! Wenn ja Rolus sieht was mit seinem Turm! Nein! Ich muss nach Riverstone! Ich muss... Ich muss mich beeilen! Ein Glück! Ich hatte schon Angst, du wärst weggerannt! Jetzt los! Nach Riverstone! Ich hoffe, ich treffe noch ein, bevor die Schlacht beginnt! Höher! Los! Die Ruhe vor dem Sturm! Die Kompanien sind alle eingetroffen, mein König! Wir erwarten die Ankunft des Feindes in zwei Tagen! Bis dahin sind wir bereit! Und diese Monster marschieren so schnell! Unser Land hat tausend Jahre bestanden! Und innerhalb weniger Tage haben die Orks es zerstört! Noch nichts, Sire! Wir stehen hinter euch! Das Reich eurer Vorväter wird heute nicht fallen! Ja, ich hoffe, wir sind bereit! Ach, wenn daraus nicht wahre Entschlossenheit spricht! Fremder! Das wird ein ziemliches Gemetzel! Ich dachte, ich verabschiede mich für den Fall, dass ihr alle eines fürchterlichen Todes sterbt! Ich danke dir für deine Hilfe, Fremder! Ohne dich hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt! Stimmt! Dankeschön! Versteck dich besser bei den anderen Bürgern am Hafen! Macht euch um mich keine Sorgen, Hoheit! Ich komme schon zurecht! Ein letztes Mal möchte ich aber den Vorschlag anbringen, die Stadt zurückzulassen und übers Meer zu fliehen! Wir laufen nicht davon! Unsere Truppen werden ihre Heimat bis zum letzten Mann verteidigen! Heroisch bis zum bitteren Ende, wie? Nun, dann wünsche ich bestes Glück! Ihr werdet es brauchen! Danke, Fremder! Falls ich mal nach meiner Lieblingsmonarchie gefragt werden sollte, erwähne ich vielleicht eure! Welch einzigartiges Kompliment! Mhm, gute Nacht! Oh nein! Am Flussufer vor den Stadttoren von Riverstone zieht die Armee der Orgs auf! Unzählige grüne, gestalten in schwarzer Rüstung treten aus dem Wald heraus und bleiben in Reih und Glied stehen! Von den Mauern der Stadt herab sehen die Soldaten des Königs ihnen bei der Formation zu! Sie sind da! General Seed! Ja, ich sehe sie! Männer, Frauen! Soldaten im Dienst der Riverstones! Der Feind steht vor unseren Toren! Die bevorstehende Schlacht wird über unser Schicksal entscheiden! Wir werden unser Volk beschützen! Wir werden nichts zulassen, dass diese Barbaren alles zerstören, was die Menschen über die Jahrhunderte geschaffen haben! Ja! 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 Da verstecken sie sich hinter ihren Mauern und blicken in den Abgrund! Die Männer sind bereit und blutrünstig, Meister! Gut! Hora dann! Bereit! Ich warte auf Gowolds Befehl! Das wird eine blutige Nacht, Bella! Hauptmänner! Overlord! Wir sind bereit, um... Er tritt beiseite! Der König versteckt sich in seinem Schloss! Wenn er fällt, dann fällt auch die Stadt! Dann bringe ich euch seinen Kopf! Nein! Bring mich zu ihm! Ich werde dafür sorgen, dass kein Mensch unseren großen Moment verpasst! Sollen wir also zum Angriff blasen? Ja! Stürmt die Stadt! Ihr habt den Overlord gehört! Stopptet euch! Pfeile los! Es sind... So viele! Wir müssen sich um jeden Preis daran hinter die Mauern zu erklimmen! Passt den Peak! Ich lasse Feuer auf sie herabregnen! Ein Glück, dass wir den Zauberer auf unserer Seite haben! Ein Hoch auf Yarolus! Was in aller Welt ist denn... Es ist ihr Hexenmeister! Magia, können wir euch... Gar nichts könnt ihr machen! Schwerter nützen hier nichts! Er beschäftigt ihn! Dann müssen wir ihm den Rücken freihalten! Sie haben Leitern! Verflucht! Drängt sie zurück! Sie dürfen nicht Fuß fassen! Die erste Leiter ist in Position! Gut! Hoch mit euch! Verwickelt sie in Nahkämpfe! Überwältigt sie! Schickt sie in den Abbräu! Es kommen immer mehr von ihnen! Diese Leitern sind viel zu schwer! Wir können sie nicht umwerfen! General! Ja, ich weiß! Bleib bei Yarolus! Halt ihm den Rücken frei! Er ist unsere einzige Hoffnung! Verstanden! Zauberer! So sehen wir uns wieder! Ja, diesmal gibt es kein Entkommen für euch! Raus aus meinem Kopf! Ein Fehler! Und er hat mich... Ich muss... Irgendwie... Verflucht! Das hab ich nicht kommen sehen! Yarolus! Seid ihr verletzt? Nein! Er ist so mächtig! Er gewinnt jedes Kräftemessen! Aber... Ihr seid doch ihr! Ihr seid Yarolus! Der mächtigste Zauberer dieser Welt! Ja... Ja, doch... Bitte! Euch muss etwas einfallen! Das Schicksal Tethroffs hängt davon ab! Ich... Ja... Ich werde mir etwas einfallen lassen! Kommt! Hoch mit euch! Sie rammen das Tor ein! Ihr Hexer will das Tor sprengen! Nicht, wenn ich es verhindern kann! Mehr Leitern! Sie kommen herauf! Ja! Nein, nein, nein! Sie sind so stark! Wir... Wir schaffen es nicht! Sie überrennen uns! Yarolus! Hauptmann! Ein Glück seid ihr hier! Wo ist der Zauberer? Dort! Auf dem Torhaus! Ich sehe ihn! Macht mir den Weg frei! Jawohl, Hauptmann! Aus dem Weg! Der Hauptmann kommt! Aus dem Weg! Dragar! Dragar! Yarolus, seht euch vor! Hä? Huxa! Kraxaga! Ah! Uah! Es ist einer ihrer Hauptmänner! Ich komme euch zu Hilfe! Dragar! Huch! Verdammt! Ich pfeife dir, scheußliche Kreatur! Ich werde dich zurück in den Abgrund werfen, aus dem ihr Monster gekommen seid! Dragar! Dragar! Hüah! Uah! Nein! Yarolus! Uah! Uff! Es... sind zu viele! Uah! Das... Das kann ich! Sie sind durchgebrochen! Das Tor ist zerstört! Rückzug! Rückzug! Oh nein, nein, nein! Das kann unmöglich passieren! Rückzug zum Schloss! Die Mauern sind gefallen! Beschützt den König! Ihr Schlacht... ist verloren! Ich... wir müssen stark bleiben! Mein Lord! Ja, ich sehe Sie. Sie sind durchgebrochen. Befehle, Sire? Ich... wir... Mein König... General Jean! Gut zu sehen, dass ihr lebt! Kompanie 1 und 4 wurden vollständig ausgelöscht. Die restlichen Truppen sind versprengt. Die Männer wanken. Und Yarolus... ist gefallen! Evakuiert die Stadt! Alle Bürger müssen sich zum Hafen zurückziehen! Die Stadt wird einfach aufgegeben? Wir haben keine Wahl! Sie haben uns so schnell überwunden, wir... Verstanden, Mein Lord. Jawohl, Sire! Nur das Nötigste nimmt mit an Vorräten. Rettet so viele Menschen, wie ihr könnt! Natürlich! Zuerst sollten wir euch in Sicherheit bringen, Sire! Sie werden kommen, um mich zu holen. Ich werde hier bleiben. Sire? Bailey! Ja, Sir? Du gehst und hilfst den Männern bei der Eskorte. Bildet einen Abwehrring um den Hafen! Ich soll das tun, Sir? Ich befördere dich hiermit zum Hauptmann. Mein Platz ist hier, an der Seite des Königs. Ich danke euch, Sir. Nun geh, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Ja, natürlich, ich eile. Sie ist eine gute Soldatin. Das ist sie. Und ihr seid ein guter Mann. Danke, mein König. Ich stehe euch bis zum Schluss bei. Mach den Weg frei. Jawohl, Meister! Männer! Aus dem Weg! Oh! Overlord! Overlord! Der Overlord muss durch! Das Tor zum Schloss ist offen. Tötet jeden, der darin ist. Aber lasst den König leben. Er gehört mir. Zu Befehl! Oh! Da sind sie! Haltet sie auf! Schwerter! Schwerter! Oh! Haltet Stand! Haltet Stand! Nein! An mir kommt ihr nicht vorbei, ihr Bestien! Was? Du? Mit der bloßen Hand? Nein! 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 Elendem Monster! Verschwindet! Ihr seid König Wirrm, nehme ich an. Ihr sprecht meine Sprache? Ich erscheine niemals unvorbereitet, König. Eure Welt gehört nun mir. Ihr mögt heute siegen. Doch unseren Kampfgeist könnt ihr nicht bezwingen. Ich glaube doch, ihr überschätzt euer Potenzial, Mensch. Die Ära der Orks bricht an, närrischer König. Dann bringt es zu Ende. Dafür seid ihr doch gekommen. Ich bin gekommen, um euch zu töten. Doch nicht hinter verschlossenen Türen. Jetzt dürft ihr brennen, vor den Augen eures Volkes. Ihr Mann wird eurer gedenken. Nein! Der... der König! Der König ist tot! Der König ist tot! Wir sind verloren! Ihr barbarischen Kreaturen! Hör! Hey, was ist hier los? Wo wollen alle hin? Der König ist gefallen! Sie sind in der Stadt! Rückzug zum Hafen! Wir fliehen! Was? Aber wie? Zu den Schiffen! Die Orks sind da! Die Orks sind da! Meine Güte! Wo steckt denn nur Terris? Ach, der arme Junge! Ich kann ihn doch nicht einfach zurücklassen! Rückzug! Rückzug! Ich muss ihn suchen gehen! Du bist einer eurer Hauptmänner! Du wirst im Staub liegen, bevor du mir zu nahe kommst! Ohne Hand kannst du nicht kämpfen! Jetzt stirbst du, Monster! Das ist für den König! Was? Nein! Verdammt! Ich bin umzingelt! Das war's wohl! Nicht so vorschnell! Was geschieht hier? Ihr seid ja umgekippt wie Fliegen! Wirklich eine Tragödie! Fender? Wieso stehen denn alle? Bei dem Gebrüll kann man doch kein Gespräch führen! Ich habe zugesehen! Und weil ein paar Dinge geschehen sind, die anders hätten laufen sollen, bin ich bereit zu helfen! Du willst uns helfen? Ich schlage vor, du bittest mich, die Zivilisten sicher zum Hafen zu bringen, bevor sie alle massakriert werden! Ja! Rette das Volk! Dein Wunsch ist mir Befehl! Gern geschehen! Wir sind am Hafen! Zusammen mit allen Bewohnern der Stadt! Ich hoffe, ihr habt noch genug Platz auf euren Schiffen! Danke, Fremder! Du hättest nicht auf mich hören müssen! Ich hätte auch die Orks stoppen können! Tja! Ist es zu spät, sich das zu wünschen? Na, hör mal! Ich habe schon ziemlich viel getan, findest du nicht? Ich schlage vor, ihr macht, dass ihr wegkommt! Ja, ich gehe und... Okay schon, hopp! Ja, danke! Und gute Nacht, Tethroff! Über dem Meer geht eine blutrote Sonne auf. Im Morgenlicht besteigen die geschundenen Menschen die Schiffe und stechen in den See. Gerade rechtzeitig, bevor die Orks am Hafen Kai eintreffen. Sie fliehen! Sie hauen ab! Feige, feige, dumme Wichte! Die Stadt gehört ein! Ja! Wir haben gesiegt! Für die Schar! Ja! Ja! Zeig mir deinen Arm, Frack! Dieser Mensch hat mir die Hand... Du warst unachtsam, zu aggressiv! Er soll dich nicht kümmern. Der Overlord weiß sicher eine Lösung. Er wird dir eine neue Hand geben. Eine bessere. Ja, viele Menschen sind entkommen. Ja, sie fliehen über das Meer. Gurwoll hat bereits befohlen, Schiffe zu bauen. Wir werden den Menschen folgen. Und mit uns folgt ihnen der Krieger. Wir haben gesiegt. Eine neue Heimat für unser Volk gefunden. Das ist unsere Stunde. Gurwoll schaut von der Spitze des Königsturms aus, dem Jubel seiner Orkscher zu. Nie zuvor ist der Exer so zufrieden gewesen, wie in diesem Moment. Das ist kein Sieg für die Orks. Es ist sein Sieg. Tessros. Der stolze Kontinent der Menschen. Heimat des Königreichs Riverstone, das vor vielen Jahren vom mächtigen Equor Wyrm gegründet wurde, liegt in Trümmern. Oh, du meine Güte. Was? Was ist denn nur? Ich komme zu spät. Riverstone ist gefallen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Wer ist da? Terris! Terris! Ballarin? Beisarsin! Du lebst! Ein Glück! Wie hast du es aus der Stadt geschafft? Da ging alles drunter und drüber. Der König ist tot! Wir... Die... Das Volk flieht über das Meer. Übers Meer? Nach Vethil? Ja. Diese grünen Haut raus haben uns verdammt nochmals erschmettert. Keine Chance. Komm, Ballarin. Wir müssen uns verstecken, bevor uns jemand entdeckt. Und dann müssen wir zusehen, dass wir deinen Landsleuten folgen. Sonst sind wir erledigt. Uns fällt schon was ein. Immerhin ist keiner von uns alleine. Ja, immerhin. Komm, ich kann einen Schleichpfad runter zum Fluss. Aha. Bin direkt hinter dir. Ein Tagesritt weiter ostwärts landet eine Krähe auf den Trümmern von Jarohles Turm. Sie begutachtet die Umgebung und hält einen Moment inne. Dann verwandelt sie sich in niemand anderen als den großen Zauberer. Was ist denn hier geschehen? Mein Turm, mein wunderschöner Turm. Den schwersten Teil der Arbeit habe ich bereits geschafft. Bestimmt kann ich mein Portal ganz einfach wiederherstellen. Jetzt bist du wohl unheimlich stolz auf dich, was? Was? Wo? Nicht zu fassen, dass du dich derart Plump aus der Affäre ziehen willst. Hast du etwa vergessen, dass ich involviert bin? Woher kannst du wissen? Dass du überlebt und dich vom Schlachtfeld geschlichen hast? Oh, mein Lieber, ich kann dich auf etwa 30 verschiedene Arten aufspüren, wenn ich will. Hast du ernsthaft geglaubt, ich würde mich von so einem billigen Trick in das Licht führen lassen? Die Menschen habe ich getäuscht. Oh ja, große Leistung. Was hast du nun mit mir vor? Machen wir uns nichts vor. Du hast richtig großen Mist gebaut. Du hast die Orks in diese Welt gebracht und damit... Das habe ich nicht. Ich habe... Spiel nicht den Unschuldigen, schon gar nicht vor mir. Du hättest das alles wieder gerade biegen können, hättest du dem Menschen nur geholfen. Ich... Es war ein Unfall. Oh, glaube ich dir aufs Wort. Ich wollte bloß die Magie der Orks für mich nutzbar machen. Und dabei hast du rein zufällig diesen Hexenmeister kontaktiert und ihn auf die Idee gebracht, deine Welt zu erobern. Ja, erzähl mir bitte mehr. Es tut mir leid. Erzähl das doch nicht mir. Ich fand zwar deine Welt immer außerordentlich schön, ist wirklich eine Schande um das eine anständige Königreich unter Tausenden, aber mir kann es relativ egal sein. Du hast Glück, dass ich das alles umwerfend unterhaltsam finde, sonst könntest du dich auf einen Ausflug ohne Wiederkehr die Verwerfung gefasst machen. Also, was tust du dann mit mir? Nun, du bist gestorben, ich hab's ja selbst gesehen. So ein großer und mächtiger Zauberer wie du könnte ja vielleicht wiederkehren. Würde sicher niemanden überraschen, dass der große Jarolus sich eisern an diese Welt klammert, nicht wahr? Oh nein. Ein Bruchteil seiner alten Macht, ein geisterhafter Schemen. Bitte nicht. Rastlos auf der Suche nach Erlösung. Du würdest nicht... Oh, und ob ich das würde? Du kannst dich warm anziehen, Frendau, denn ich lass mir etwas Schönes für dich einfallen. Da kannst du sicher sein. So ist es geschehen. Der Fall Tessros und der Fall des großen Jarolus. Und so wird das Buch geschlossen, bis die Welt sich weiterdreht und den Menschen einen neuen Morgen schenkt.